Okay. Gucken wir mal. Also, Disco ist zumindest. Das SC-Ding sieht schon sich aus. So, wir sind live. So, hallo zu einem weiteren Leichting-Up-Gemortik-Kanal. Mit dabei sind Alessio, Meini, Painter und Krebs ist gerade gemutet. Schnell fliegt heute auch vielleicht mal nicht in die Warriors. Nee, da verändern wir heute. Aber heute ist ja keine schlimme Technik drin, deswegen heute darf er es eigentlich. Heute darf ich es, ja. Aber ich würde einfach mal sagen, Blicke sollten der Arena gelten. Also, ich würde sagen, Lufen hat sich mal wieder selbst übertroffen. Es war dann im Endeffekt, glaube ich, eher so Paulus und so, aber ja. Ja, klar. Stimmt, Lufen ist umgezogen. Und hier sind die ganzen User und Tischkante hier in feinster Herausmachung. Sehr schön. Oh, Disco ist auf jeden Fall auf dem TS drauf, der hat mich gerade angeschrieben. Ah, das ist cool. Also, ich dachte schon, der kommt nicht. Buffy ist wieder da. Buffy! Was, ja? Bega sagt, er wird alleingelassen. Bega. Ich glaube, es ist das Hentai-Design. Stimmt, ja, ein Tentakelwesen. Ich würde sagen, an der Stelle kann ich auch mal Musik anmachen. Hallo, B-N-T-Bret-Zeug. Keine Ahnung. Du hast doch bestimmt nichts gegen, wenn ein Disco herkommt, oder? Natürlich nicht. Buddy, join your channel. Hallo. Okay, wir haben uns so eine Lösung gestellt. Okay, cool. Ich meine, du kannst ja mal auf dem Discord... Es werden jetzt geteilt abgekürzt. Okay. Ach, Rawgamer streamt ja auch. Da war was. Ja, mach mal. Verlink mal auch den Discord. Oder den Stream. Das ist der, den du gestern vorbereitet hast, ne? Ja. Ja, und an dieser Stelle der Hummer. Von... Irgendwem. Ein Bega. Ein Bega, ein Disco. Unglaublich leise Menschen. Oh Gott, ich muss eure Lautstärke mal anpassen. Streamen wir schon? Ja. Ja. Kommst du jetzt einfach auf den Server, Alter? Ich bin immer auf dem Server. Ich bin immer auf dem Event-Server. Ach so, ja, okay. Fünf Minuten auf dem Board. Ihr alle fragt, Disco, was tust du? Du bist gar nicht da. Ich hab was gegessen. Ah, richtig. Irgendwas hält mich hier. Aber ich habe auch noch keinen Fly. Ich frage mich vielmehr, in was kämpfst du da? Ah, nein. Das ist jetzt hoffentlich keine ernst gemeinte Frage. Der Hummer mit Krona, Alter. Das ist... Der Hummer-König vielleicht? Der ist OP. Bernd, hast du schon das Artikel ausgefahren? Es ist eine ausgefahrene Schemettik anscheinend. Ah, okay, ja. Diese kreisse Technik, die braucht auch lange. Da muss man nicht nur einen Hebel umlegen. Weil die haben mega schildert, haben sie es vorher gemacht, Alter. Kann es sein, dass du deinen YouTube-Rang nicht mehr hast? Und du hast nur noch VIP, hart. Ja, es ist frech, aber man kommt klar. Und reist nach drei Jahren in Aktivität. Ja, mach nochmal so ein, keine Ahnung, April-Rückblick-Video und dann kriegst du den Rang schon wieder. Ich bin doch jetzt quasi auf YouTube, oder nicht? Ja, siehst du, gib Disco den YouTube-Rang zurück. Okay, Bernd, folgendes, was machen wir? Ich würde fast sagen, komm mal mit, wir müssen jetzt in Codes reden. Ich würde sagen, diese mysteriöse Kanone hier können wir doch bezweit beladen, oder? Und dann hoffen wir aufs Beste. Entweder wir gehen halt drauf, oder wir schaffen es. Ist ein toller Plan. Was hältst du von dem Plan? Ähm, ja. Also diese Chapter hier ist quasi der Hebel, musst du wissen? Ich habe die Kanonen gestern Abend noch getestet. Ah, okay. Perfekt. Ich habe dir ja auch gesagt, du hättest natürlich... Ja, hier. Ja, ist halt... Tode Stimme. Tode Stimme. Perfekt. Aber, aber ich sag mal... Deutlich mehr Restoreng-Blocke hat, das Vergehe auch mehr Energie und Vergeschubi und so. Das ist auch ganz gut eigentlich. Aber ihr habt immerhin ein Artifeld, haben wir nicht mal. Ja, also... Gegen Eclipse. Natürlich ist das Morgen Schrott. Hat Eclipse was? Äh. Ja, die haben die SN gewonnen. Ach, warte. Bernd, es ist doch gar kein Anti-WDL drauf. Ich habe aber jetzt gar nicht WDL installiert. Die Chance darf ich mir noch nicht... Egal, wir fahren noch um 18 Uhr. Warte, es ist kein Anti-WDL drauf? Nein, nein, nein. Ja, du kannst entern. Ja, genau. Was? Ich kann entern? Ja! Ab demnach kannst du entern. Hast du dir kein tolles Video gesehen, wo ich es erklärt habe? Nein, ich habe mir das Video gesehen. Hast du mir die Slash-One-Achterbahn-Reviews angeschaut, dachte ich mir. Äh, ja, genau, ja. Darf ich dir vorstellen? Bin bis jetzt bei jedem Rising Tides-Event gebannt gewesen auf Gearforge. Wie hoch steigt das Wasser? Bis zum Dach. Und dann kann man entern. Guck mal, deswegen sind doch unsere Kanonen auch wasserdicht. Steck doch mal nach. Die Vorbereitung ist auf jeden Fall auf einem nie dagewesenen Level gewesen. Aber dass man entern kann, versorgt mir jetzt ein bisschen den Tag, muss ich sagen. Warum mach ich immer bei dem Event mit? Was erwartest du von dir? Weil der langweilig ist. Warum du dir hier vorne so einen Krebs gemacht hast mit den Blöcken hier? Äh, was filmen wir jetzt? Die Slime-Blöcke? Ja? Das Ding ist, die müssen runtergezogen werden, weil sonst das T-T dagegen fliegt. Und Disco, falls du völlig geile Verstärkung brauchst, Jonas ist auch da. Ah, kann er auch dazu? Kann ich Jonas auch anmelden? Ja, melden einfach an. Ja, okay, was? Soll ich dich auch mal einstellen lassen? Ja, ja, ich hab noch zwei Minuten, eine Sekunde. Ich kann noch meine Anwendung ändern. Eine Sekunde. Äh, wie krieg ich den denn in, ähm, in das Team hier rein? Hat einer von euch die Rechte dazu? Musst du Buffy nerven. Musst du, ist der hier? Nee. So. Jonas, ich hab dich, ich hab dich gerade im Forum zu meinem Team und so gefügt, jetzt musst du nur noch auch hier in mein Team. Wie geht das? Ach, äh, bevor du irgendeine Scheiße erzählst, erst mal willkommen im Scream. Ja, genau. Ich wollt grad sagen, äh, ich komm nicht rein, bevor ich wieder irgendwelchen Blödsinn erzähle. Yay, Scream. Hä, also. Was ist das denn? Also die von der ersten Fight Night, die Best ofs, wo ich nicht wusste, dass ich auch genommen werde, sind ja auch null gefronted. Ist also so nett, dass ich noch im Raw-T-Stream stattfinden darf. So schön, hallo erstmal. Man muss fairerweise sagen, du hast ja auch irgendwo recht. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht mehr, was ich gesagt habe, also so gesehen. Aber vermutlich hatte ich recht, ja. Ja, für nächstes Jahr kommt ja die Uncut-Variante. Oha, oha. Ja, genau. Nein, ihr könnt einfach ein bisschen mehr Blödsinn und so, dann wird das auch. Mit Facecam. Ja. Das macht Haltenstein. Irgendwie steigt das Wasser. Ist Buffy hier der Chef? Buffy ist Moderator. Nee, Buffy ist immer nur das Mobbing-Opfer. Wer ist denn hier der Chef von der Fight Night? Ja, keine Ahnung. Ich brauche mal Kaffee. Wer hat so einen goldenen Namen, was? Ich bin nur präsentiert von Fight Place und Wattich dabei, wir machen das. Kurzfrage, wer ist wer? Also wer ist jetzt Eclipse von den beiden Teams? Wer ist wohl Disco, rate mal. Nein, ich meine, das ist in welchem WG-Falte das wäre, so meine ich es ja. Ja, überleg mal. Ich denke mal gut nach. Also das ist ja locker doch das Scoot-Design von Disco, oder? Welche soll ihr beiden ist denn das Scoot-Design? Okay, also ich habe das Gefühl, es fehlt da eine Wissenslücke in meinen Videos. Langsam, jetzt persönlich, jetzt persönlich, hier sehe ich. Das Ding mit dem Hummer vorne dran. Ja, dann ist das. Und wer ist das? Disco, okay, ja. Da ist ein scheiß Jump'n'Run dran, ich hab auch. Ja, ich wusste nicht, ob Alessio noch spontan mitmacht, ehrlich gesagt. Aber ich dachte, vielleicht kommen ja jetzt zwei Teams. Achso, ähm, bin ich doch dabei. Ja, deswegen, ich habe einen Jump'n'Run dran. Vergeber! Wie komme ich da nicht weiter? Es fehlt da nicht eine Leiter. Fürs Protokoll, das Event findet jetzt einfach nur statt, damit klar ist, dass die Hummer-Kanonen auf keinen Fall unnötig waren. Ja, Jonas, bist du schon auf dem Eventserver? Ja, ja, ich bin da. Aber ich komme nicht rein. Musst du mich einladen, oder? Ey, ich habe es geschafft. Können wir in der Chat mal ein bisschen Audio-Feedback geben? Ja, das muss ich rein. Vielleicht geht der WGK-Team in den Wald. Das wäre ein bisschen Fail. Nieder. FN-Massefeich am Start. Ey, vor allem, ich verstehe, ich müsste den Team-Namen abtippen, da habe ich jetzt echt schon mal kurz was. Vorher genug Zeit. Zeit ist relativ. Ist drinnen, guck. Oha. Wo ist der? Ja, wie kommt der rein? Vielleicht nochmal reconnecten? Also neu auf dem Event-Server-Connecten? Oha, hab von dem Event. Ah, okay. Ja, das ist wichtig, dass man nichts zu weit im Forum ausplaut, auch. Ja, was sind eure Siegertipps für die FN? Ja, ich bin nicht mit, ich bin wieder drauf. Wenn das kommst du klar, wenn wir ohne dich fighten, so. Boah. Boah. Oh, die LS. Ja, Lars muss den einladen. Liss auf den Skuller den ein. Wie? WGK-Team in Weid, so ungefähr wie seit immer. Ich habe keine Rechte für diesen Scheißbefehl. WGK-Team in Weid, so ungefähr. WGK-Team. WGK-Team in Weid, so ungefähr. Es gibt ja auch noch einen Fight. Ja, ich glaube, das sind... Und dann kommen wir, dann kamen wieder noch die K.O.-Fights. Ich habe am Montag Statistik-Klausuren noch nicht angefangen. Oh, was ist das anders? Läuft bei dir. Ja, ich sollte eigentlich was ganz anderes tun, als jetzt hier rumsitzen und eh nicht mitfalten. Aber egal. Und es geht los. Ich bin wieder dabei, wenn ich irgendwas in Skype-Puppe schreibe. Ich habe ein Schwert. Ja, entern und so. Boat, Alter. So. Du musst die Venmo-Skills jetzt nutzen. Wenn das Wasser ganz hoch gestiegen ist, kannst du so rüberschütteln. Ja, ja. Das hat mir Alessio eben schon gesagt. Ja, aber jetzt nochmal, wie splitten wir die Kanone? Machst du den vorderen Teil, den hinteren oder links-rechts? Hast einer links-rechts, oder? Ist das am besten? Aber das ist doch ein bisschen boring, oder nicht? Aber das ist doch besser. Mal gucken, ob das alles wieder so reingeschwitzt hat. WGK-Team struggle noch mit's reinkommen ins WG. Also, Disco, kannst du dir gleich auch noch T-Lock klappen. Der rennt da auch jetzt nur auf dem TS rum. Ich fange einfach hinten an. Ähm, Alessio, was ist eigentlich dein Team? Wir machen links-rechts und wir fangen oben. Ich wurde von Wattich annotiert. Ja, das ist nicht scharf. Drück einfach ab, wenn du hinten angekommen bist. Wer ist Warpich? Ja. Didi-Stream. Ja, ja. Ja, hallo. Tschau. Du bist so gut. Ich belad die Treibladung und drück instant ab, oder? Nee, nee, nee. Okay. Die super tollen Freiluft da hatte ich nicht. Hm. Ups. Oh, Drügel! Ey, da gibt's noch was. Das war spannend. Ich werd's verpissig mal erstmal. Ich belade die E-Kanone hier vorne mal, ne? Ja! Oha! Ey! Direkt einer eingekillt gekriegt, die 3s1. Das ist so spektakulär gestorben. Sehr schwänisch geht nicht. Das ist unmöglich. Da hat hier schon wieder eine Kanone, Alter. Ich hab sogar Angst. Ich drück einfach ab. Achtung. Ja, ich belad... Ah, die andere ist down. Und das Wasser beginnt zu steigen. Haben wir die Mittleren noch, oder ist die dauernd? Die ist doch noch da, denn. Ja, dann lass nochmal einen rausmachen. Autsch. Vorne, fertig. Oh, da links ist immer... Irgendwas lupfiges. Okay. Ja, ist nicht so gut, ne? Achtung. Ich hoffe, du bist nicht mehr in der Kanone auch. Oh. Er fährt nur mit dem Boot. Also für's Protokoll, nächste Woche gibt's dann das gleiche mit Lava nochmal. Eine Wölkchen ist down, ne? Oh, das ist jetzt aber nicht nett. Ja. Wer ist denn dieser Lars? Warum fliegt der hier rum? Verpiss dich. Ich weiß nicht, was Silverturtle hier schon wieder anstellt, aber... Lars nicht. Oh, die sind da unten und schwimmen im Wasser. Oh, sorry. Der ist das? Okay. Ja. Der war ja jemand von WGW. Ja, ich wusste nicht, dass der sich umbildet hat. Ey, auf dem Dach ist einer. Was? Bei denen? Oder bei uns? Achso, ja. Du chill den halt. Ich bin auf dem Dach. Wer will ich mir auch Gedanken machen? Ey, ich mach mir... Eben hat... War... Irgendwer einfach durch unsere WG geflogen? Ich hab mich schon wieder aufgemacht. Und zwar ist es bei der Tischkante. Das ist... Bitteschön. Ey, ich versuch mal... Was ist denn das? Jonas, kannst du reinschwimmen? Ja, I try. Ja, I try. Okay, ich schieß mal das mittlere Wölkchen. Ich komm mal. Als ob dir das keine Barriere oder sowas gemacht haben. Ja, sie haben gesagt, sie haben alle Region-Beschränkungen aufgehoben wegen des Enterns. Wir haben jetzt auf dem Rennes Boot. Also... Ah, nee, nee... Ja komm, abfahrt. Gib Gas. Wollen wir uns verschwenken mit den Doppel-Zunkies? Warte, 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 warte... Wir müssen schon sagen, die... Wenn ihr reinfahren kann man nicht. Strong, gar keinen Monon. Ja, du bist schon nicht gerade da. Ich glaube... Danke. Und das Wichtige ist ja, an alle Zuschauer... Also, der Wardlecher hat ja sicher irgendwie 30, 40 Zuschauer, sonst würde ich ja an euch zweifeln. Ähm. Ups, das waren die Falschrechnungen, ich werde jetzt eher belassen. Ja, aber du hast schon ein Gewiss gemacht, oder? Ja, gut, eigentlich. Oh, hier ist wohl ein TNT, ich gibt's nicht auch, Stark. Da ist einfach ein Dude. Ist der nicht tot, der eine Dude, der da schon steht? Ja, der hat schon. Ah, das ist so ein Event mit Wieder-Reinschwimmen. Ach, ich verstehe. Musst du einfach TNT-Gisten genug haben, ne? Lädst du immer neu nach. Es ist aber schön, dass wir bei einem Wasserevent einen Feuerbogen bekommen haben. Also, ich habe jetzt zwar keine TNT, aber ich habe Kisten. Oh, es wurde schon die nächste Fight Night angekündigt, gerade. Was? Wie bitte? Na ja, nachdem klar war, dass wir dich hier dominieren, muss man ja den Leuten eine neue Chance geben, ne? Ja, er gewinnt wie lang ist er übrigens mal. Also, EC steckt überraschend viel ein. Aber nachdem wir halt, dass wir jetzt überziehen, das heißt, wir gehen jetzt gleich auf Bau ein bisschen üben, gell? Weil ich kenne das Warggy noch nicht so gut. So, ich will jetzt nicht den Finger in die Wunde stecken, aber... Das Delay wäre schon gut jetzt, ne? Halt's mir auf. Ja, okay, Unterwasser sieht man, ich will nicht. Ah, ja. Ist das schwierig, wenn man keinen Repeater und irgendwas hat, ne? Aber ich... Ist die EG international geworden? Steckst du echt viel in dem Teil drin, Disco? Was? Der, äh, nicht dein Ernst! Was mach ich? Was ist los? Ah, du bist nicht gestorben, ne? Achso, okay. Nein! Ja, achso. Alter, Kaltenstein, du bist. Ja, ich hab F1 an. Definition von Lost. Bist du doch noch einen Server? Kalten Stein, du vergisst es ja gern mal. Ups, die Sorge war nicht hingeladen. Stimmt, ja. Wieso haben die alle... Wieso haben die die Boote alle? Boote, Boote, Boote. Auf Gear Forge gekriegt. Ah, perfekt. Da kommt die Werbung. Wisschen mehr, weniger Down-Druck. Vielleicht funktioniert das ja. Ey, die swimmen da unten einfach durch die Gegend und warten, bis die entern, Alter. Das ist ja mega gay. Kann ich nicht Tech-K.O. geben? Was für Robos feite ich denn hier? Ey, ich hab den mit einem Pfeil getroffen, nur der ist instant gelöscht worden. Es gibt ja keinen Tech-K.O., ne? Also eigentlich... Ja, aber guck doch mal. Ich bin wasserdicht. Das heißt, ich geh eh nicht Tech-K.O. Ich find, das müsste auch ein bisschen belohnt werden, sag ich mal. Also wenn ich's richtig verstanden habe, kann aber ausgezählt werden, wenn ihr euch lang genug versteckt. Na ja, guck mal, bei denen ist schon... Okay, ich hab ne Idee. Wir verstecken uns, weil bei uns leben noch alle und bei denen nicht mehr alle. Das heißt, nach Punkten gewinnen wir so oder so. Ja, aber die können rüberschwimmen und eure Kanonen kaputt machen. Ist mir egal. Wenn die zu uns schwimmen, schwimm ich zu denen. Ist wie bei Warships. Ich weiß nicht, dasselbe. Was sagen die PvP-Skills? Ich bin der Beste und ihr seid alle Aubschauung. Sieht man doch im Morgen-Nachwuchs-Video da. Die Heck-Clients, ne? Ja, aber weißt du, wir fragen? Ja. Läuft das Spiel einfach rückwärts. Wo kann man sich sowas installieren? Wo immer noch cool ist, GD-Mail gespielt wird. Also auf der EU... Das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Ich hab nicht mal auf die Fin. Ich hab auch irgendwie 50 FPS. Was ist denn auf die Fin? Ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so gut vorbereitet, muss ich sagen, auf die FN. Ich bin froh, dass mein Minecraft nicht mehr crasht. Aber du hast ein Wargier gebaut. Ja. In einem Abend, Junge. Das hätt ich nicht erwartet, dass du noch... Get on my level. Hey, ich hab doch auch das WG für die letzte FN gebaut, Alessio. Was wird das denn überhaupt heißen? Dass ich nichts baue? Das Kruppe-Mini. Das war aber wieder bestätigt. Wer von denen lebt denn noch und wer von denen ist einfach weggeschwommen? Alle Leute, die Rüstung haben, leben noch. Okay. Da oben ist doch so ein Kollege. Ja. Die sollten eigentlich auch alle Low-HP haben, oder nicht? Ja, I don't know. Acht Leute mit dem Bogen getroffen? Zwei von denen haben sie mich Low. Stimmt, zwei von denen sind ja schon übel Low. Die können wir nachher mit dem Schwert einfach wegklatschen. Hoffentlich. Ich spiel lieber auf Bow-Disco, spiel lieber mit Bow. Ja stimmt, die schwimmen. In dem Moment, wo die zu uns schwimmen, können wir die doch einfach abschießen, oder nicht? Ja, ich hab ja einen Bow-Stand im Gegensatz zu anderen Leuten. Scheiße, du Herd rennt. Nein! Oh, 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 oh. Das ist einfach hochgefahren. Ich hab das heute das erste Mal gesehen. Irgendwer hat da was angemacht. Ich weiß auch nicht. Ich war das nicht. Ja, wir haben noch unsere super-tonen OP-Burst, äh, hier OP-Flammwerfer von Keitenstein. Stimmt, ja. Ja, ey. Wir können nur gewinnen. Wir haben nur erst dann, wenn was da oben ist, bitte. Danke. Ja, dann geht die Hälfte eh nach unten von den Feuerwerkugeln. Ich mach mal hier das mittlere Wäldchen, Bernd. Okay, pass auf. Ich würd bis hier zur Seite gehen. Herr, bei mir lagt noch alles so übel. Jeder lagt. Ich glaube, das ist einfach nur Play-Planet. Mach mal hier kein Treibchen. Ich will mal versuchen, uns zu schwenken, so. Ja, mal hoch. Achtung, alles weggekommen. Mauer-Mall. Okay, aber die können jetzt gleich rüber schwimmen. Weil das Wasser ist schon hart weit oben. Hey, da hinten ist doch einer. Weil der hat, nee, das ist, das ist irgendein. Ganz hinten links, ganz hinten links ist einer. Da ist ein K-Irgendwas. Der hat nicht mehr Rüstung an. Der ist keiner von denen. Das ist irgendein Hater. Oder wer ist das gerade? Der Schieß auf den richtigen. Klomper wurde gekickt. Siehst du nur auf 2 gegen 3. Passt doch. Kann einfach treffen mittlerweile. Hey Junge, wie behindert ist das denn, dass die Zuschauer da rumschwimmen? Das ist ja aber auch gar nicht verworfen. Jetzt fangt der die Rüstung an. Kann man als Zuschauer als Zuschauer? Kann man als Zuschauer als Zweiter? Disco ja dich. Aber als Zuschauer ohne Fleiß ist es schon ein bisschen eh gelappt, im Wasser rumzuschwimmen. Warte, ist einer von denen gecrashed? Ah. Ist mir doch egal. Das Wasser hat seinen Höchststundern in der Internation genommen. Jetzt sieht man, wer hier vorgesorgt hat und wer nicht. Bernd. Ich wette, die funktioniert nicht. Doch, doch, doch. Natürlich funktioniert die. Oha, oh, oha. Achso. Oha. Ja. Ich möchte ja nur was. Glaube ich nicht. Nicht wirklich. Hey. So. Mal gucken, ob wir die Kampsche mal aufsperren können. Wo sind die? Bernd, wir müssen die im Auge behalten. Sonst kommt gleich einer von hinten in Schlachtflanz einfach. Ich versuche, die im Auge zu behalten. Einer taucht unter unserem Wurge durch. Was? Das G-Fehler taucht da unten lang. Wo ist der Kollege? Der ist jetzt hier unter, der ist in der Brücke jetzt. Okay. Ich habe TNT aufgehoben. Der ist ja gerade in den Wurmer reingeschwommen. Dann lass mal gucken, wo der hier rauskommt. Also wenn wir den zusammen tagten. Vom Feuerpfeil kommt aber von oben so über unseren Artifil. Äh, Artifil. Pass auf, ihr könnt doch einfach mit TNT euer Wargill jagen, wenn der will. Ah, joh, was ist das? Das holt ihr jetzt voll mit Wasser, Bro. Ich glaube, Action nicht. Okay, wo ist es? Aber kann er nicht ertrinken? Äh, doch kann man. Da vorne in der Mitte ist auch einer. Einer schwimmt jetzt gerade ein bisschen drüber. Ja, ist es aber schon einer an unserem WG. Da müssen wir auch passen. Ja, ja, okay. Äh, ich stehe einfach mal so mit dem Rücken zum Arti-Schild und guck mal, was so passiert. Hä, wo ist der denn? Dann musst du der nicht schon längst ertrinken. Wo ist der Schuss denn? Da haben wir irgendwo eine Luft hingefunden. Nee, du kannst eigentlich gar nicht atmen, selbst wenn eine Luftkammer wäre. Wenn die es richtig umgesetzt haben. Ja, genau. Bernd, ich sag mal, wie es ist. Wir haben noch zwei funktionierende Kanonen. Nee, drei. Nach Punkten gewinnen wir eh. Wie kriegt man denn das Boot? Das soll ich auch nicht haben. Das kriegst du automatisch eigentlich. Nee, ich hab keins. Deshalb muss ich mit anderen Leuten das Boot kaputt machen. Wo sind die denn? Da unten braucht einer. Ist das G-Feder? Ja, einer ist zwischen unseren WGs so unten quasi. Wir müssen echt mal, komm mal ein bisschen in die Mitte, damit wenn die so reinjumpen, wir ein bisschen Zeit da haben zu reagieren. Ah, danke. Okay. Da hinten ist irgendwer ohne Rüst. Hier nochmal. Nee. Okay. Herr Bernd? Ich hab, du hin und bist gut vorne. Ich hab, ich hab, ich hab diese andere Idee. Wir ziehen die Rüstung aus, dann wisst ihr nicht mehr, wer wir sind. Soll ich mal Kanonen nochmal abschießen? Ja, komm. Komm, mach mal. Aber unendliche Kanonen mit dem Wasser ist nicht toll. Ja, bitte Schuss abgeben. Hier? Was? Ja, wir können ja kaum ein Schuss abgeben. Perfekt. Ja, kein Problem. Schuss abgeben, wenn das doch eh alles voll Wasser ist. Ja, ich kann Schuss abgeben. Guck mal an die. Die können keinen Schuss abgeben. So ist es nämlich. Ja, man kann nicht schlecht schlau gehen. Das ist das Problem. Ja, aber warum? Das ist ja wie auf der Mikro-FN, wo du Kanonen bauen durftest. Ja, komm, aber ich wäre bereit dafür. Jetzt werde ich größer schmarrn, jetzt gab no hate. Wo sind die denn, Junge? Wo sind denn? Da hinten ist einer, der baut irgendeine Scheiße, ja? Das ist mir völlig egal. Wie trauen wir in den Palast? Ich sag mal, komm. Ich sag, jetzt ist keiner traut sich auf den Hummer. Das ist halt so. Aber zu Recht auch. Ich sag mal, Sophie hat ein Problem. Wir haben ein Problem? Oha, oh, oha, oha. Jetzt geht es los. Das weite ich. Aber es wird, sie wehren sich nicht. Was ist da los? Der Typ hat nur eineinhalb Herz, den müssen einmal treffen und der ist down. Wo ist er denn los? Da ist er, da ist er. Jetzt schwimmt er weg. Was ist da? Da ist noch mal ein Wasser. Der Mitschmacher mit Fallen? Bogen unter Wasser geht doch nicht. Der hört auch auf, noch ein paar Blöcken. Die sind da im Wasser, die beiden, und einer steht drauf, ne? So. Der eine ersäuft, glaube ich, gerade hinten, so, gefühlt. Was ist denn mit dem, der dann auf deren WG Überresten stellt? Ja, die haben halt alle 2 AP und trauen sich nicht. Der ist tot, oder? Dafür müssen... Okay, da ist der eine... Aus dem Baufight wieder raus. Hey, den im Wasser habe ich doch safe gerade getroffen, tut doch jetzt nicht so. Das ist richtig frech. Baufighten, Alter? Noch 9 Minuten, wie lang geht denn den Falter? Ja, wir gucken mal in die anderen Fights. Wahnsinn. Der längst kommen wir nicht. Der längst kommen wir nicht. Wie, wir gucken in die anderen Fights. Ihr könntet dem Hummer zukommen und kommt lieber woanders dann? Ist irgendwie alles gut bei euch noch? Ah, hier geht's noch gar nicht los. Warte, ich komme jetzt. Ich würde sagen, ich dachte, die haben ja auch noch Bowskales. Wo wurde ich gehittet? Da drüben schwimmt noch einer. Ah! Geh ins Wasser. Wie finden die uns denn, Alter? Und Gehfehler ist tot. Da drüben ist einer. Die haben ja auch noch Bowskales. Was ist denn das? Ihr will die zwei ein bisschen wie ein King für so PvP-Leute, oder? Haben wir das gedrowned? Achso, das kann doch von der. Oh, Hypixel-Menschen. Ah, jau, 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 jau. Das ist auch so frech von denen. Dass sie überhaupt auf uns schießen. Geht eure Kanone noch. Ja, ja, safe. Wollen wir mal schießen? Dann raus damit und dann sterben die. Oh, schlecht, schlecht. Ja, ich stand einfach bei der Kanone. Kann die auch noch ein bisschen weiter hinten treffen, oder? Jetzt kommt er rüber gerudert. Wo kommt er rüber? Wo kommt er rüber? Achtung, Bernd, einer kommt an der Seite zu dir. Einer kommt an der Seite zu dir. Pass auf, pass auf. Schieß auf ihn, schieß auf ihn. Oder, oder? Und, Alter. Oh, oh, oh. Beide sind tot. Hä, wieso hat der ein Boot gehabt? Hat sich wahrscheinlich geklaut von den fightenden DG an der Stelle. Ich hab den gehauen, aber es ist aber nichts passiert. Also, Killerroh21. Was genau meinst du? Funktioniert der Mediafire-Link nicht? Der muss eigentlich funktionieren. Also, der ist auf jeden Fall noch drauf. Welchen Link hast du denn probiert? Den unter dem Joker-Video? Der müsste eigentlich gehen. Also, wenn man mal ehrlich ist, wir haben gewonnen, wenn man nicht auf diese scheiß Enter-Wage achtet. SP gewinnt sowieso. Wir haben wieder noch Kanonen weg. Was ist das denn? Ist das eine ausfahrbare Kanone? Wir haben einfach vier Kanonen sogar noch. In welchem Fight denn? Äh, ich bin... Welche bin ich denn drin? Die Doppel-Schuggi. Ich weiß es nicht. Scham, die geht ja auch mal. Ich steu mir einfach mal nach. Aber mit der hätten wir die killen können. Ach du Fakke, was ist das für gigante Klappe. Aber ich weiß nicht, ob das geht, wenn das Fakt nicht nach vorne gespült wird, weißt du? Warum sind die Heads eigentlich weg? Warum sind die auch wasserlöslich? Okay, also, wir müssen rausfinden, woher wir ein Boot kriegen. Also, ich hab eins. Soll das dann raus... Soll das dann raus... Soll das dann raus... Schieß mich tot, kann nur noch werden. Im nächsten Fight seid ja auch zu dritt oder zu fit, wenn die T-Logs auch mitmachen will. Ja, stimmt. Oder darf. Stimmt. No Hate gegen mich, aber ich glaub schon, dass das eher ein Nachteil ist, so. Manche... Glaub nicht. Manche Leute haben Massivschilde, manche Leute haben Massivschildkanonen. Manche Leute haben Hummer. Ja, natürlich. Das ist doch ein richtiges 2 in 1 Feature. Die Jäger können deine Kanonen nicht treffen und wenn sie doch treffen, dann sind deine Kanonen geschützt. Das ist perfekt. Ja, aber was ist das denn für welche? Was haben die denn da ausgefahren, alles? Komm, da kommt auch so. Das ist wie bei der Mikrof N. Macht doch einfach... Matrix gegen... Keine Ahnung. Ja. Ja, wir haben unser Mango und ein Panzer. Jetzt werde ich in der Arena. Ja. Und Eclipse gegen Discovider. Perfekt. Es ist ja fast, es hätten so 2 Mini-Volvies ausgefahren. Das ist ja... Wenn ich nicht erst um 18 Uhr dran... Das ist der gleiche Fall von gerade eben. Wird der wiederholt, oder was? Ja, besser ist das. Warte mal, wieso sollte der... Weil Prompa nicht da war am besten noch. Achtung... Ja, ich mach auch vielleicht Dinge. Läuft. Okay, kompetente SL wieder. Äh, ist um 18 Uhr der nächste Fall. Ich gucke mal, dann geh jetzt ein Zentralbum machen. Eigentlich ja. Ah, okay, okay, okay. Ist nicht, dass die den Design-Contest gewinnt? Aber eine scheiße geile aus dem Programm haben die. Also, ja, ich glaub... Also, ich mach mir große Hoffnung auf den Win des Design-Contests, weil da kriegen wir beide jeweils 2500 Planets. Easy, chillig, chillig. Also, diese Köpfe in den Vorgi ist immer drin hier. Aber jetzt eigentlich kriegen wir auch so einen Foren-Award. Stimmt, das ist auch wichtig, ja. Ich hab ja nicht schon 1000 BGLs gewonnen. Da brauch ich wirklich noch einen. Aber du hast so zweimal Gold und einmal Bronze oder Silber, das sieht nicht gut aus. Dreimal Gold wär natürlich episch, ne? Ja, wann ist die nächste WGL? Äh, dieses Jahr. Ja, dann nehmen wir einfach noch einen Sieg mit, oder? Dann hab ich dreimal Gold. Die schießen jetzt in Gs ab. Was haltet ihr alle davon? Alessio, Werner, Jonas, Wasser? Jaja, bin ich dabei. Also, ich bin dabei. Okay, das ging flott. So lange hat Zunge das Wort gebaut? Null, als ob das schon vorbei ist. Da ist noch nicht mal Wasser. Ja, GG. Dich hat beide gekillt. Oder ein Rising Tides Event, ja genau. Okay, also Bernd, dann muss ich sagen, wir hatten mehr Spaß. Auf jeden Fall. Ja. Guck mal. Okay, hat mich dann ja noch keine MGs abgeschossen. Ja, es gibt auch gar keine MGs in dem Event. Ja, warum sagst du es denn? Ja, ich hab keine Ahnung. Es kam so schnell, der Schuss. Und ich hatte einfach wieder F1 an. Ich hab wahrscheinlich einfach nicht mitgeregt, dass der Countdown abgelaufen ist. Ja. Aber diese ausgefahrenen Kanonen haben schon Mad Swag, muss man sagen. Hm. Äh, Feigenstein, wollt ihr nicht wenigstens mal ein Thumbnail für euren Stream machen? Also, ich wollte eigentlich eins machen, aber Meini meinte, ich soll die Arena nicht revielen, also hab ich's gelassen. Dann mach's doch jetzt. Und dann hast du erst mal das Fühlschot von der Arena auf unserem Discord gepostet. Du hast es auch verstanden. Ja, du, dann hast du es mir ja gesagt. Gegen welches Team hab ich eigentlich eben verloren? Ganz ehrlich, dann hattest du's doch sowieso schon. Dann hättest du auch ein Thumbnail machen können. Ja, ich hab's dann ja gelöscht. Ist ja egal. Wie ein alter Ehepaar. Ja, ist so. Das ist das einzige Verkaufsargument von uns. Kurze Frage, warum sollte man euch Zellen verkaufen? Nein, wir verkaufen uns ja. Wir prostituieren uns ja quasi für Werbeeinnahmen. Ja, apropos, ich hab gesehen, ihr habt Werbung vor den Videos. Wie viel es dann schafft ihr so im Monat? Hab ich nicht im Kopf. Ach, 9 Euro. Oh, damn. Könnte ja am Ende das Monat zum Töner essen gehen. Ja. Die nächste Fight Night. Ach, du Schande. Das hab ich doch vorhin gesagt, Klotz. Dann gucken wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt mit SFRs. Hashtag Spoiler. Oha, oha, oha. Können wir uns Azunker mal ausleihen? Ich glaube, wir wollen Azunker. Ja. Was kostet der pro Minute? Viel. Oha, ja. Nerven. Ich hab's halt damit schon nicht klar. Ihr müsst, also ihr müsst halt damit klarkommen, dass ihr eigentlich so jetzt eine Kanone bauen wollt und eigentlich dann auch schon bereit seid, das ÖG zu bauen und er hat noch die Testkanone optimiert. Aber er ist trotzdem super. Vielleicht organisiertes Team, damit komm ich klar. Hab ich ja auch. Okay, ja. Ich bin top organisiert. Ich bin eine Skype-Gruppe. Ja. Als einzige organisiert zu werden. Ja, okay. Und guck hier. Einfach reingeschrieben für 20 Minuten und direkt sind jetzt so viele Anwesen von FP. Ich weiß nicht, was man mehr will. Ja. Ich hab nicht nur mehr Skype. Ja, genau. Skype-Gruppe. Wow. Dann fragt euch jetzt mal, wenn wir noch kein Event gewonnen haben. Ja, unscheide WGL. Ja. Vielleicht, wenn wir bei keiner mitgemacht haben. Wollen wir vielleicht eine MSN-Gruppe machen? Okay, was haben wir denn? Skype-Geräusch, jetzt reicht. Ich brauch einen E-Mail-Verteiler. Das Skype-Geräusch, auch einfach genial. Also ich lag gerade im Bett und hab halt geschlafen. Und auf einmal so ein ganz komisches Plop. Und irgendwo kenn ich dieses Geräusch. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast du es seit Jahren nicht gehört? Ja. Ja, lass es auch so ein Newsletter machen. So einmal im Monat und wir laden eine 1-FB-Weihnachtsfeier und so. Bin ich dafür. Okay, hier fehlt irgendwie der Gegner. Das ist ein super spannender Fight. Ja, du mainst sicher. Dark Revolution vs. Niemanden. Die sind nicht da. Er heißt welcher Alien-Klotz? Ja. Also Rerap, wenn ich den Genial-Klotz nicht gewendet habe, dann ist die Erschiebung. Ja, nicht viel Lusen, ne? Wer ist eigentlich mein nächster Gegner? Oder unser nächster Gegner? Hat man den heute schon mal gesehen? Okay, hier ist gerade ein Fight zu Ende gegangen. Sind gerade zu spät gekommen. Welche von den sieben Kanonen wird er benutzt? Ach, die haben das gleiche Wort verwendet. Okay. Na, ich wollte mich eher so emotional darauf vorbereiten. Du fightest wie in Interstellar. Wer sind die? Die fighten das erste Mal um 17 Uhr. Was ist hier Till und die Isar-Leute? Da bin ich noch nicht da. Den kann man sich leider 10 Minuten lang nur angucken, weil dann fightet ihr das beste Team von allen. Genau. Ich fight doch erst um 18 Uhr. Ja, das zweitbeste Team dann halt. Ah, ja. Wartech, Powered by Final Phoenix. Presented von... Ja. Ja, okay. Was auch immer das ist. Ja, aber genau deswegen haben sie jetzt bei der nächsten Fight-Line Hinweis Team-Name maximal 16 Zeichen hinzugefügt. Richtig. Aber hä, ich brauchte nur einen Namen, dass die Abkürzung sexy ist. Ist mir doch völlig egal, wie mein Team heißt. Dann heißt es halt nächste Fight-Line wieder anders. Obwohl, können Kürze auch mehr als drei Buchstaben sein, weil mit vier Buchstaben wäre so viel möglich. Gibt doch vier Buchstaben, oder? Echt? Ne, eigentlich drei. Immer drei. Teamlist. Ich könnte mir sicher auch euren Namen ausdenken für Aids oder so, zum Beispiel. Das ist genial. Ich hab keine Rechte dazu, die Teamliste weiterzuklinken. Nächster Fall ich dann bei dir wieder mit, Disco. Ich weiß nicht, oder? Es ist persönlich aus, als wenn es nur drei oder zwei gibt. Ja, keine Ahnung. Ich... Ne, egal. Okay, also wir müssen uns jetzt anstrengen, um in die K.O.-Phase zu kommen, sag ich mal. Ihr müsst einfach nur das nächste Fight gewinnen und seid in der K.O.-Phase. Ja? Ja? Ja, ihr habt jetzt zwei Fight gewinnen und seid in der K.O.-Phase. Aber kommt von jeder Gruppe zwei weiter, oder eine? Nein. Okay, man, also jetzt ist, ähm... Anforderung, sag ich mal, ne? Ey, ich... Dann will ich ihn nicht üben können, dann auch. Nächstes Mal, wenn du mit einem Schwert jemanden haust, versuch auch Damage zu machen. Ich hab einfach diese... Kennst du das, wenn du Leute in die Creative Box und dann kommen diese Partikel? Ja, ja, ja. Ah, vielleicht... Ich hab das... Ich meine nur Creative, die Gegner, deswegen habt ihr verloren. Ja, das muss dann zu mir sein. Fliegen, Bado. Man rechts klickt und Shift spammt. Lass einfach zu den Gegnern fliegen, Alter. Ey, du, guck mal, guck mal, wo ich, äh, bei dem weirden Alien-Fight noch... Ja? Guck mal in die Luft, Alter, ich fly hier irgendwie durch die Gegend, bei dem Nicht-Alien-Seite. Mit diesem Boot, oder was? Mit diesem Boot, oder was? Ja. Ah, da oben bist du, ja. Doch, ist gut. Unicorn macht das auch gerade. Junge, Alter, was? Der Hotel geht auch los. Ja. Also, sehr viele coole Designs, wie siehst man hier heute sehen. Können wir eigentlich diesen Buffy mal, äh, fragen, und wie wir das dann nächstes Mal kriegen, mehr Team-League-Immeral-Members-Farben? Kann ich keiner Fransch drüber anmelden? Ich weiß nicht, als wenn er grad ein Event leiten würde. Also, können wir uns auch mal helfen. Ja, eben. Also, finde ich jetzt auch. True fame. Kannst du dir in 10-Sekunden-Video mit dem Bild von dem tollen Wargit von dir hochladen? Wie heißt der noch Wargit? Nein, 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 ein Trailer. Ein Wargit-Trailer. Wofür denn, ey? Ja, ja, doch, Profi-TV. Oben, Admin-Talk 1. Sag mal, hat irgendwer die Rechnung aus der Hitze? Kaltenstein? Ich, ich kann nur joinen in alles Mögliche, nicht moving. Wenn joiner sagt, wir wollen reden. Punkt. Wir joinen vorabschluss auch haben. Profis-Café, wir müssen... Ja, genau. Live im Stream oben einfach zu den Leuten reingehen und Gespräche belauschen. Das klingt gut. Okay, perfekt. Dann hätten wir es ja geklappt. Bis gleich. Oh Gott. Ja, ja. Stimmt, der Support-Mod geht nicht. Ja, doof, ne? Ich soll vielleicht nochmal gucken, wann wir eigentlich unseren Teamcreddle wieder verlängern müssen. Ja, mach das mal. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab gelesen... Laufzeit minus 10 Tage. Okay. Du verpasst. PP-Qualität am Start. Also ich will jetzt nicht sagen, dass unser Teamcreddle seit 10 Tagen überfällig ist, aber wieso nicht? Ist noch keiner an die Tür geklopft. Muss keiner wissen. Ja. Ja. Und der... Also dann wissen wir immerhin, wie lang der Bot schon down ist. Und in den letzten 10 Tagen war ich auch nicht im Support. Also insofern... Perfekt. Aber das eine Winkel sieht irgendwie aus wie ein Public. Und Design nachher, das sieht nice aus. Die Designs sehen generell cool aus. Ich erinnere ja mal nur an dein Design hier, was du unseren WG antun wolltest. Ich hatte 5 Minuten Zeit da was zu basteln. Das ist euer WG. Hat man das heute eigentlich schon mal gesehen, oder? Nein. Das willst du nicht sehen. So gut sieht's nicht aus, ne? Also das ist genau wie letzte FN. Wir haben den äh... Letzten... Also wir sind das letzte Team was beginnt. Ja klar. Oder Kaltenstein macht deine Missile Wars Taktik hier außen rum und hoff sie sehen dich nicht. Ich stream ja. Ich mach einfach dann Game Mode 1 im richtigen Moment und fall ihnen in den Rücken. Ja, das find ich gut im Streamen. Du konntest immer am besten. Ja genau. Es kam schon so gut wie Kaltenstein im letzten Video rübergefahren ist mit dem Dings. Wir wollten die Challenge machen. Wir wollten die Challenge machen. Wer in der FN reingeflogen ist. Ach und das erste Briefvideo hast du ja gar nicht erst hochgeladen, was wir aufgenommen haben von Haltenstein. Welches denn? Painter war ein bisschen sauer. Hä welches meinst du denn? Welches äh Preview Alessio? Wo Tischkanne dabei war. Der Buffy ist echt abgehoben. Was war mal dazu sagen? Der antwortet mir einfach nicht. Ne ich weiß es echt nicht mehr. Stimmt, da hatten wir eins aufgenommen. Dieses Oldschool gegen Geräte da. Ja. Ja, aber die schöne Aufnahme ist nichts geworden. Die anderen waren irgendwie blöd. Zum Glück ist die Aufnahme nichts geworden. Der Fight war ganz interessant eigentlich. Wir haben mal wieder etwas für unsere Seriosität ins Nirgendwo. Ja, dann kenne ich den einfach hier auf TeamSpeak an. Kein Problem, Leute. Disco, was hast du eigentlich mit deinem Mikro gemacht? Nichts. Ich weiß nicht. Das ist so der ASMR Modus irgendwie. Ja genau. Jetzt geht's ja los. Das ist so ne Mischung aus Flüstern und Übersteuern gleichzeitig. Disco Buffy ist wieder zurück. Ach cool. Ich hab ihm jetzt auch auf TeamSpeak einfach geschrieben. Ja, ne? Ja. Ich bin noch Preparing, dann schaue ich nochmal in den... Hey, Buffy ist klar, oder? Ja. Nee. Nicht hier bei Burning Skies. Aber ja, ja, ja. Immer diese Menschen, die auch noch fliegen können. Immer diese Menschen, die lieber in den Burning Skies hinstellen gehen. 1640 wird ganz interessant. Delta Force gegen Vector. Also für uns ganz interessant. Das wird für uns ganz interessant, ja. Aber können die beide nichts? Das klingt, das klingt so, als hättest du dir jetzt einfach grad zwei Namen ausgedacht. Ja, nee, das sind die, die mit uns in einer Gruppe sind. Aber irgendetwas hätte auch einen Rechtschallfehler in ihrem Namen drin gehabt. Vielleicht nicht. Mein Name ist ja noch... Nee, du nicht. Ein anderes Team. Ich dachte, das kann doch nicht den ihr Ernst sein, das hier so heißen. Phil? Ja. Du bist übrigens jetzt drin, auch nächstes Mal. Okay. Am Ende Fall ist der ganze Server in den Einsatz. Trag mich auch mit ein, was? Nee, 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 nee. Irgendwie viele Boote liegen denn auf diesem Scheiß-Morgedach? Ja, können wir alles so abkaufen? Nee. Wir brauchen doch irgendwer, der beim PvP was kann. Ja, wir halt auch. Ja, eh. Danke. Phil looks freist das schon. Meinst du mit PvP? Bo Fight oder Schwertkampf? Ja, beides wäre gut. Ja, beides. Aber egal, wir haben ja... Bo Fight wird kritisch. Egal, Phil regelt er jetzt. Ich hab Hoffnung. Das ist wie so ein Streitwagen, weißt du? Einer fährt Boot, der andere schießt, ne? Ja. Ja, du kannst ja zwei Leute in ein Boot setzen. Ja, aber... Du kannst ihn da vorne schießen, da ist ja der Maid. Du siehst ja quasi nicht wirklich irgendwas. Weiß nicht, ob du ihn treffen kannst. Wahrscheinlich nicht. Geht wahrscheinlich durch einfach. Ich hab lost money. Ui! Qualitätsfreiluft-Artis auf jeden Fall. Ich bin aus dem Flugboot gefallen. Hat eigentlich irgendwer was mal von Drago gehört? Nee. Gebt der noch? Stimmt ja. Aber Bernd ist ja jetzt weg. Ich glaub, der hat ein bisschen kapaziert. Trag der meiner Skype-Koppe. Oh, 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 der wird auch drauf gehen, oder? Clouds noch gibt'n AD-Gamer. Was? Wie gibt's noch? Der hat neulich was auf Insta gepostet. Achso, ja gut. Ich hab keinen Fall, ich hab Insta hart. Ich weiß. Wieso? Wen gibt's noch aus FP? Shoggy lebt noch, aber er ist heute irgendwie nicht da. Ne, der war ja beim Neuerst Event. Der hat seit 2021 schon durchgespielt. Der baut auch über Stunden ab. Ja. Ja, das war ja. Das war mal in der P, oder? Ja, ja. Dass du die eigenen T-Bates nicht kennengläufst. Ne, im Glück gibt's noch. Ja, okay. No Front. I don't know was mit ihm erst ehrlich gesagt. Vielleicht macht der gerade dann seinen Grundschirm Spaß. Also das Luftschiff teilt schon mal hart aus. Ja, stell dir vor, jetzt wär's gerade oben. Das ist richtig hart. Sollten wir gleich vielleicht nochmal besprechen, welche Taktik wir eigentlich machen. Als ob wir noch eine Taktik haben. Und schon bei uns irgendwie im Discord. Na, ich hab nur was geschrieben, aber das... Stimmt ja, ihr wollt ja die Teile durchbollern. Das Wild Guess. Also unser Wargier ist so arg flexibel, es gibt halt effektiv nur eine Taktik, die Sinn macht. Geht die eine Klon jetzt eigentlich, oder nicht? Ja, die geht, die musst du nur entwagen. Shoutouts an die Eventleitung übrigens. Man kriegt die Nachricht, man ist nicht unsichtbar, man soll es vielleicht als Spectator nutzen. Und wenn man das macht, dann heißt, man darf es nicht benutzen. Ja. Also... Wild. Ja. Das Schwendisch haben sie auch verkackt. Für einen großen Hut. Delta Force gegen Vector. Was? Wir hätten doch erst in vier Minuten fighten müssen. WTF? Wir fighten wieder um sechs. Wir fighten wieder um sechs. Ah, okay. Aber auch das wirklich... Oh, nee. Wir haben uns schon richtig gefreut. Yay gewonnen, ohne zu fighten. Okay, dann kommen wir noch mal was zu fighten. Jetzt gibt es zwei Fights schon wieder. Also die Eventleitung ist... Delta Force gegen Vector. Delta Force gegen Vector. Können die so schließen? Wir haben mal die Presse halten da draußen. Ich muss... Ich muss mal eine Aussage von vorher ändern. Natürlich wird Delta Force in dieser Kultus gewinnen. Ey, die Stadt wird von Möwen eingenommen. Kenno Breden. Ist ja nicht so richtig. Weil es ist ja nicht wichtiges. Dieser Side-Step-Schild, Junge. Sag mir, dass du bei Rising... Dass du Rising Tiles nicht verstanden hast, ohne mir zu sagen, dass du Rising Tiles nicht verstanden hast. Ach du Scheiße, was ist das denn von Delta Force? Boah. Boah. Ach Gott, Core-Gamer. Was war oben? Aber Panzerung auf 100%. Ey, der Witz ist... In der Mitte ist, dass er es sogar komplett wegdesigned. Es sieht halt einfach irgendwie wie die Side-Step-Filter so scheiße aus. Ne, aber es sieht auch sonst scheiße aus. Machen wir uns nichts vor. Ja, aber sonst hätt's wenigstens Design. Das ist echt der Einsiedler Krebs und irgendwie morgens Heuchel. Ach so scheiße. Ah ne, guck mal. Das rechte ist ein altes Public von... BGW. Das ist BGW Public. Das sieht auch nice aus, ja. Ah ja. Aber die Frage ist, hat ins Red so? Aber die haben sich gefühlt immer die Lupfstichs bei, in 3 von 5 Fällen oder so. Ja, mir sind BGW Publics auch allgemein etwas unsympathisch immer gewesen. Ich find jedes Regier, das nicht wasserdicht ist, sollte hier einfach disqualifiziert werden, um ehrlich zu sein. Wir haben wasserdichte Lupfs und Lupfstichs, die hoffentlich wasserdicht sind. Aber hoffentlich wasserdicht ist euer Ernst. Bei uns ist alles wasserdicht, nochmal so. Ja, also ich hab mir heute morgen im Testfall angesehen, sie müssten wasserdicht sein. Was heißt müssten? 9 von 10 fällen oder wat? Naja, wenn ich das richtig gesehen hab und sie nichts geändert haben vor allem, dann müssten die gehen. Die Sache ist halt, was wir hier mit der Serverleitung abgesprochen haben und was dann halt wirklich passiert ist. Was dann halt hier Buschmann geschrieben hat, sind halt zwei Paar Schuhe. Hä, ist das halt was? Also was ist das Problem? Ja ne, da steht eigentlich, also da steht halt, das war auch ein Vorschlag, dass Blöcke alle wegreplaced werden, wie Zauntore, Mackeln, alles mögliche unter Wasser, halt wenn da nichts dran ist, damit man da keine Luft bekommt. Aber eigentlich ging es halt eher darum, also eigentlich wird gesagt, unter der Wasserlinie bekommt man einfach generell keine Luft. Ja, oder man benutzt sowas einfach nicht und baut einen Hummer-WG. Joach. Genau. Ist ja viel lustiger, wenn der Hummer rüberlaufen würde. Ja, das wäre lustig, ja. Aber leider sind ja die Fliegenmaschinen, da kennst du nicht. Das wäre cool, hätte ich auch gebaut, wenn es da läuft, ja. Hätt's mir in Zeitwerk. Ah, bin interessiert im Winter, was erlaubt ist. Ich glaube halt, ich hätte, alle hätten gesagt, die hätten die Idee selber gehabt und dann wären irgendwie alle WGs in der Mitte zusammengestoßen. Ne, einfach jetzt, dass es immer abhaut. Noch besser. Halt nichts im Gegner, einfach irgendwie letztes Ding. Ich lauf einfach weg. Einfach einen zur Seite, so. Ne, ne, komplett maximal hoch und dann nach hinten und dann zur Seite. Ne, ne, das teilt sich so in viele Stücke, weißt du? Ja, genau. Eins in jede Ecke. Das Public hat jetzt Static-Schnelllader. Wenn die die zweimal durchgeschossen haben, ist doch Delta Force eigentlich Techo bei der Design oder nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Die hätten die Sidesap-Schilde mal nach innen drehen sollen. Ja. Ist aber auch lustig gewesen. Kein Design erst mal vorne, Sidesap-Schilde nach innen. Ja, Pergula. Ja, Pergula, Flügelschild, whatever. Ja. Sidesap-Schilde nach innen, passt schon. Ja, sowas braucht man. Ja, sowas hat man sich davon erhofft. Jetzt mal Real Rap. Was? Von diesen Schildern. Keine Ahnung. Technologie? Ja. Sieht irgendwie nach einem Jessie-Design aus. Sieht mehr aus, als wollte man die Erscheinung des Design-Contests vereinfachen. Was ist das hier unten, frage ich mich gerade. Okay. Was denn? Link. Was? Guck mal hier unten. Wo ist bei dir hier unten? What the fuck? Geil. Nein, du bist Profi. Kann ich gucke ich nochmal den Stream da an? Ach nee, das ist nicht der Stream. Ich bin einfach unter die Map gegangen mit Game-O-3 und hier ist so ein komisches Schild. Was steht drauf? Link. Und wenn man das rechts klickt, passiert das. Ihr habt nur 18 Zuschauer. Frech. Na gut. Warte, warte, warte. Wow. YouTube sagt mir 21. Also bei mir sagts 19 jetzt. Okay, aber man muss halt fair sagen, so 10 der euren sonstigen Zuschauer sind einfach mit euch im Channel, ne? GG. Glaube ich jetzt nicht, aber ja. Ja. Hauptsache Kaltestein fällt erst mal ins Stream durch Game-O-3. Ja, 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 ist das vielleicht auch klar? Ich flieg nochmal zurück. Kaltab Kaltestein, was kannst du eigentlich? Flieg nochmal da runter. Du kannst auch wieder ins Stream. Nee, komm nochmal rein, wenn ich das rote. Ja, ja, hab ich das Heide-Kilge. Ja, hab ich das Heide-Kilge geflogen im Game-O-3. Alter. Ich will gleich wieder, damals gibt's noch einen PC neu starten, bis gleich. Ja, passiert. Komm, flieg rein da. Hier, dies Ding hier. Kackt. Also ja, jetzt geht's los. Ja, nee, ja. Die Arena brauch ich nicht sehen. Krasse Eingangstürze kommen erstmal alle nicht rein. Warte, hier seh ich doch auch im Server und so'n Scheiße. Das sieht mir auch aus, als hätte ich es versucht, was soll ich... Nee, doch. Das ist ja kein Picks. Ja. Guck an. Ist die Arena hier, ist die runtergeladen oder von irgendwem gebaut? Nein, die ist neu gebaut. Alessius ausgetimed? Ja, er ist von... Nee, er wollte doch seinen PC neu starten. Der Mac ist verreckt. Die ist von Grund auf neu gebaut. Also die Arena haben die tatsächlich selber gebaut, die haben nur eine Inspirationsquelle gehabt. Und das ist der Link eben da. Also diesen riesigen... Also diesen riesigen Dom, ja, den haben die von Hand gebaut. Und dann mit WorldEdit halt. Das muss nicht sein. Am 20. War noch nicht mal angefangen. War solide. Jetzt wird sich einander in die Läufe geschossen. Ich hab' gerade den Arti-Shield-Kill gesehen. Der ist vom Arti-Shield hochgegangen. Achja, Funfact, Claw wollte da eigentlich noch einen Block vor das Arti-Shield packen, der sich da mit vorne noch rausfährt, wo dann effektiv das TNT... Was dann an dem Arti-Shield hängen bleiben sollte, der dann da drauf liegen bleibt und das Arti-Shield killt. Älter vor das Regelt, aber... Ja, zwei Stück von denen schon gestorben. Das ist eh gestorben. Gegen Public, ne? Gegen Public. Der ist denn Smoking-Hot-Hahn? Kenn den gar nicht. Äh, Hahn ist gut. Achso. Und das Public hat, glaub ich, zwei Luftstichs, zwei Static-Halfautos... Und da ist auch dabei von denen gestorben. Äh, zwei Freilufts und irgendeine zwei-Punkt-Hüter-Art-Jungener-Mitte. Ach stimmt, ist ja das Developer-Team jetzt. Ja. Ja. Ich dachte erst, wenn die verlieren, wird Delta Force gebannt. Na, wieso sinkt man denn mit den Schiffen? Was ist das da? Ja, das... Ja, das... Ja, wenn das Wasser steigt, das können die Boote ja nicht mehr. Das war ja bis zu 1... Also... Bis die 1.8... Ne, 1.9 Boote kamen, war es hier glaub... War es 1.8 oder 1.9? Äh... 1.9 kamen die 9. Ja, also... Mit den alten Booten ging das ja noch, aber dann... Hat man ja diese Panzer bekommen, die natürlich absaufen, aber auch nicht kaputt gehen können. Mhm. Ja, cool. Aber 1.9 war das noch witzig, dann musstest du A und D drücken, um vorwärts zu fahren. Was? Was? Ja, du hast... Du hast mit links und rechts halt gerudert. Ja, genau. Aber in der 1.8 hattest du ja noch die Boote ohne Ruder. Ja, hast du dir dann... Ja, stimmt, die sind ja immer so gedriftet, das war ja witzig. Ja, genau. Da haben Bootsrennen noch Spaß gemacht. Es gibt auch eine Trupp-Tuttle-Variante von Minecraft, wo die dann so mit dem Boot auf dem Eis driften. Ja, das... Auf Eis ist cool, ja. Ich hatte... Ich glaub, es gibt mehr Romanen in dieser Third Night. Na ja. Ja, es gibt einen Design-Contest, ihr gewinnt bestimmt. Gibt's eigentlich... Also gibt's irgendwie Planets nachher, wenn du den Design-Contest gewinnst? Ja. 5k. Hab ich doch fast eingeplant. Das ist mehr als für die FN. Also... Nee. Ja. Ja, guck mal. Dann kassiert Disco die ganzen Planets, dann ist er wieder für ein Jahr auf und die Planets versenken sich im Sande. Ist da gar nichts mehr wert. Versingen in der Inflation, genau. 6k. 5k. 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 Wir müssen dann ja den zweiten Platz gelegen, damit wir uns den Team-Trennel leisten können, falls man auch mal gelöscht wird. Ich hab noch 9.000 Planets rumliegen, meine ich. So ist nicht... Ich hab auch was rum. Ich hatte 60... Ich hatte 60.000 Planets. Weil dann wurden durch die neue Öffnung einfach zurückgesetzt. Ist unmöglich. Ist so frech. Es ist fast so frech wie die ganzen Missile aus Bug-Planets. Ja, da wurden die wahrscheinlich schon vorher zurückgesetzt. Also beim Update auf die... 1.14 damals. 1.14 damals. Ich hatte 60.000, weil ich in Liga gewonnen habe und gut gewettet habe. Ja richtig, das war noch 1.12, aber an der 1.14 wurden die glaube ich schon resettet. Da bist du teilweise ohne Planets in die Liga gegangen und dann kommst du nachher mit paar tausend Planets wieder raus. Ne, so funktioniert das nicht. So funktioniert Wetten nicht. Du brauchst es schon ein paar Planets. Ja, ich weiß, aber du bist halt meistens immer mit weniger rein und kommst dann halt mit mehr wieder raus. So meine ich das. Kommt drauf an wie du gewettet hast. Bei Drago war es genau andersrum. Das ist irgendwie der Sinn vom Wetten, dass die Gesamtsumme gleich bleibt. So eine Umverteilung. Ne, gleich bleibt ihm nicht Kaltenstein. Ach, der Server schüttet aus. Der Server schüttet noch ein bisschen dazu, glaube ich. Das ist richtig dumm. Ja, das ist ja ein Ding. Das war es jedenfalls früher mal. Inflation, Anna. Ach ja, also B.S. hat ein echtes Design und irgendwer anders hat ein schwimmendes Boot. Ach cool. Warum es jetzt nicht auf ganz oberen Level schwimmt? Das ist ja zwar ein Ressel, aber... Weil es dann ein sinkendes Boot ist. Ach dieses Ding da, ja, das hatte ich auf Arena gesehen. Ja, das ist doch mal ein geiles Design. Ah, das B.S. Design ist gut. Das von B.S., ja. Ja, das könnte im zweiten Platz sein, kann ich das machen. Ja, ist... Warte, ist es immer noch so, dass in B.S. die ganzen Bildleitungen sind? Bisschenweise... Ähm, Bushman, Freddycraft sind hier grad. Übrigens, unser Name wurde jetzt abgekürzt. Sehr interessant. Ach komm, was haben die jetzt draus gemacht? Wartech presst bei FP und AOD. Brechheit. Das stimmt ja nicht mal. Ja eben, wir sind ja powered bei... Genau. ... und präsentiert von AOD. Geh dich nochmal beschweren. Lass mir die Schäder einreichen. Das ist lustig auch, dass Aless für Fire Phoenix ist. Ja. Ja, klar. Wer konnten wir uns nicht leisten bei FP? Ah, schon. Aless war der günstigste Tarif, ne? Wann kommt er eigentlich wieder? Wie lange dauert es seinen PC noch zu starten? Das ist ne Äpfel, was erwartest du? Ja gut, ne? Da musst du ankurbeln. Wahrscheinlich hättet er da auch die Rollen drauf, ne? Die... Ja, die tausende Euro Rollen. Ne, das ist er nicht. Das ist nur Paulus. Hallo. Moin. Da ist er zusammen angekommen. Also jetzt müssen alle Apple Fronts bringen. Ja. Der muss seinen PC neu starten. Ja. Ja. Okay, den Fight guckt sich halt so gefühlt gar keiner an. Ja. Ich bin auch grad rüber gegangen. Das ist halt die Frage. Es sind hundert Spiele online in PP. Ist die da so voll wie EOT? Ja, seit der FN halt, ne? Wieso ist jetzt... Ich dachte, Wargays sterben, aber Wargays sind ja einfach weg. Ja, ich glaub das auch... Also das wurde gleich schon immer gesagt und das hat gleich noch nie gestimmt. Keine Ahnung. Doch zwischendurch war es echt mal so da oder als PP auch weg war und es nur diesen anderen Server gab und so. Ja, da gab es Meme-War. Meme-War bitte. Ja. Ja, genau. Meme-War. Also Disco, ich muss schon mal sagen, in dem Video von der Fight Night, oder von der Mikro-War gefällt, ihr habt das Server-Team richtig getroffen. Welches? Von den Bezeichnungen her. Seel krank. Alessio schreibt grad im Streamchat, er kommt gleich wieder. Was hab ich denn gesagt? Passt doch. Was hab ich denn überhaupt gesagt? Ach, die Historie, die du mit Seekrank gehabt hättest. Ihr wart doch mal. Mit der Wargay-Nachwuchs-Folge. Ja. Wie noch ein klein ist sogar. Ja. Ja. Ich mein, laut Seekrank ist unser Wattig-Kürzel ja ein Reichsadler oder ein Delmachtsadler. Das Kürzel, ja. Das ist halt wirklich laut ihm Reichsadler unser Logo. Ja, was Seekrank so erzählt. Ich hab ihm alle Publics zur Verfügung gestellt, als er mich gefragt hat. Ich war lieb. Ja. Werbung ist einfach noch kein Public, glaub ich. Kann auch sein. Warum sollte es, ne? 45er-Maß ist schön. Ne, ne. Für die Historischen. Ach so. Ey, du hast voll viel freigegeben von dir. Richtig. Aber so viele Leute und ich mach nicht mal Videos. Wie krass wär's, wenn ein disco-müßes Comeback wäre. Aber... Bitte Kumbagg. Kumbagg verliert auch langsam Abonnenten. Der ist jetzt schon mal 986. Der hatte mal 1000. Ah, das ist mies. Ich mach wieder Videos von Wartig mehr, aber das hat er sich. Okay. Challenge accepted. Wir sehen uns dann überhaupt nie. Schreib mal The JoCraft an. Mal gucken, ob er kommt. Oder im Video mit Flow, also insofern. Danach könnte es eng werden. Ja. Hoffentlich. Dann kommt der Film. Pass auf. Das ist gut. Du streamst einfach die nächste WGL. Und dann kriegst du die ganzen Viewer. Ja. Ja. Von End. Also ich glaub, da können die halt echt einpacken mit dem Stream. Weil... Ja. Ja. Ich bin halt schon der Geilste. Also ich auch so. Ja. Dann wird noch die Tech analysiert vom Gegner und dann passt das. Ja. Aber ich muss auch mit Spectator durch die anderen fliegen. Obwohl ich mal einfach X-Ray-Texture-Back reinpasste. Genau. Ja, musst gucken, dass das auch insofern filtert. Ja. Dann kannst du so einen Bohrer fragen. Der gibt ja nichts. Ja. Die Bohr hat ja tolle Tutorials gemacht, wie man das in Lampenboard einprogrammiert. Was? Wenn ich seh... So, gehen wir mal hier hin. Ja, die PX-Trottel, die wurden ja jetzt gebannt wegen... Allen. X-Ray, Auto, Clicker, Worlddownloader, Freecam und so weiter. Anfänger werde ich erwischen lassen. Es ist echt so, es gibt viel effektivere Sachen. Was soll denn das erst heißen, Disco? Äh, das wirst du auch nicht jetzt. Hm. Hm. Irgendwas, nach dem Stream gibt's alle, äh, Fight Night Wargis bei mir zum Download. Oh, das ist gut. Jetzt ist die Frage. Ist die Tech verständlich oder ist die Tech kribbelig? Wenn wir einfach eine Kanone bei uns rauskloppen können, was theoretisch auch zum Download stehen. Ich glaube, meins kann man zum Download stehen. Was wir aber eigentlich auch zum Download sein könnten, ist unser komisches Tipp 2, mit dem wir am Anfang gefolgt haben. Was? Würde ich jetzt nicht machen. Oh, das fliegt TNT. Oh, Proxy war kommentiert. Oha. Ich distanzieren nicht? Für dich wird der Client Public gestellt. Der Client. Nice. Haben die das geschrieben? Ja. Cool. Ja, wir stellen die Client Public. Ich kenn die nur aus dem Reddit-Thread, muss ich sagen. Ja. Ach ja, aus dem, der ist super. Ja, Bernd hat da auch Dinge gebaut, so. Ja. So, das Team ist schon Tech K.O. Wenn es nach Tech K.O. ginge, hätte ich ja schon ein Sieg. Ja. Ich weiß nicht, hattest du nur diese drei Dachbreitenstreus? Ich hab fünf Wölkchen und drei Downzips. Fünf Wölkchen? Fünf Wölkchen? Die haben halt irgendwie viel mehr Schaden gemacht, als ich erwartet hätte. Ja, die sind halt auch actually richtige Kanonen einfach. Also ich hab halt... Ihr kennt doch diese... Ich bin wieder da. Ihr kennt doch diese Downzips die K.O., die zwei... Ich bin wieder da. Ey, der liegt wieder. Perfekt. Ihr kennt doch diese Downzips... Ich geh schon vorher wieder, ich muss da andere Sachen machen. So, ich darf sie jetzt ausgeben. Viel Spaß. Frech, frech. Ihr kennt doch diese Downzips, die quasi zwei Einläufe genebeneinander sind, ne? Ja. So eine hab ich halt gebaut und dann hab ich nebenher eine nochmal ohne Redstone gebaut. Und dann ja, hab ich sie eingebaut. Also effektiv... Zwei Kanonen. Nein, nein, nein. Weil... Sie haben einen Auslöser. Okay. Achja. Habt ihr Psychennen, derer sagt sie wenn das genutzt ist, um die doppelte Projektilitarzahl zu kriegen. Ne, 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 ne. Ich nich, neyn. So dreist ist er erst jetzt. Nee, das macht niemand. Macht auf keinen Fall jemand. Das ist mein nächster Gegnerfighter jetzt. Wo war's, wo? Interstellar gegen Eclipse. Ja, nur Preparing. Ja, aber... Ja, gehen wir wieder in Deltafoss gegen Vector. Hier verkämmt sich einer. Wir haben ein wichtiges Wargill gebaut. Voll übertrieben. Wo sind die anderen? Er hat sich in einem anderen Wargill verkämmt, ist die Sache. 3 to win hier. Alter, oh ja, das ist eine Schneeballschlacht. Richtig. Ja. Wir hätten gegen dieses komische Krakenluftschiff gewinnen sollen. Real Rap. Na ja, wir gewinnen gegen dieses komische Moos Teil. Nicht campen. Wer von den Wargill streamt eigentlich? Ich nur. Kannst du mal mit X-Ray durch das grüne WG fliegen? Ich will gucken, was auf mich zukommt. Nein, nein, nein. Ich beobachte lieber dieses... Tower Defense, was die hier machen oder so. Was heißt denn hier bitteschön für Clickdate, Meini? Wofür muss Disco ja da sein. Wofür muss Disco ja da sein. The Red Crafter haben wir hier. Schönen Titel jetzt ändern, ne? Feed Disco wirst du? Alessio lassen wir mal außen vor. Ja, schreibst du einfach Feed alle rein. Feed alle. Ach, Jessie, was war das denn? Das ist nur ein Delta Force Teil. Ja, das ist so Fail aus gerade. Ich hab den aufgegeben. Und Core ist auch tot und jetzt ist Vio alleine. Oh je. Passiert da mal was? Ist die Frage, ob das gegen Tim und Connor... Delta Force war hier drauf, beide Teams und ähm... Also ich liefern sie hier ne epische Schlacht. Und Körnerbrot hat noch genug Zeit mit dem Boot rumzufahren. Und Vito Wind pusht ihn jetzt mit TNT. Oh, mit TNT? Er merkt es nicht, er merkt es nicht. Das ist aber so ne smarte Taktik tatsächlich. Der nicht? Oh, oh, der stirbt. Äh, Vektor gegen... Und Vito Wind ist gestorben, oha. Oh, Vio hat noch gebrannt gerade eben. Vio ist jetzt wahrscheinlich ziemlich low. Ja, 3 HP hat er noch. Wie kannst du hinter dir? Ein Körnerbrot. Oh Gott, die haben hier schon wieder diese Anime-Köpfe. Das ist doch was für Kalkenstein. Natürlich ist das was für Kalkenstein. Gott, nur fangen. Ich kann ja immer Buffy fragen... Was macht der Körnerbrot hier? Alter, der mischt sich unter die Zuschauer. Ist das nicht geil? Ich glaube, was Körnerbrot da macht, ist leicht verboten. Ich hatte die Idee, dass ich Buffy einfach frage, ob ich auch, wenn wir keinen Win haben, in die K.O.-Phase komme oder so. Das finde ich gut. Oder ob man nicht noch so ein End-Boss-File dranhängen kann oder so. End-Boss-File? Am besten mit dem End-Gebron. Nach dem Finale gibt's halt einfach so das Boss-Finale und dann käft man gegen den Hummer. Achso, wir gehen mit dem WGL-E einfach und beginnen die 1-10. Und die Geh-Dotion-Borg ist dann aber gleich. Ja, oder so halt. Da kannst du ja aufs Dings gehen. Mit was für einem WG-Fighten möchtest du? Ja, okay. Da hat sie auch verkämmt. Wir haben einen Hummer. Okay. Du kannst mal kurz auf den Bau kommen. Warte. Mit zwei guten Glubschaugen. Ja. Ganz süß. Ich geh mal kurz auf Bau. Ich weiß nicht, wie du zu mir auf Bau kommst, muss ich mal ehrlich sagen. Du musst ihn erst adden. Über das Unter-Face. Oder über Bau-Add. Ja, ja, ja. Dann zeig ich dir das. Dann kannst du schon mal üben. Ja, kurz weg. Ja. Dann müssen wir ja schon gewinnen. Super, dann tut ihr Livestreams und macht es weg. Andererseits hab ich eigentlich auch ziemlich viel zu tun. Also ich hätte eigentlich gar nichts dagegen, wenn ich morgen nicht fighte. Äh, ist heute alles. Morgen ist nichts. Doch. Was ist denn? Morgen ist auch für die Gruppenpause. OBS hat gewonnen. Morgen ist K.O.-Fahrer. Äh, die K.O.-Fahrer. Äh, die K.O.-Fahrer, ja. Hä, ich dachte, das wird alles auf einen Tag komprimiert. Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Wie sind die Zeiten, alles so? Hast du eine Klausur, oder was? Let's go. Machst du da lernen? Äh, ich hab keine Klausur, ich hab ne Bachelorarbeit. Wie hast du jetzt schon ne Bachelorarbeit? Weil ich meiner Plus mache. Hast du irgendwie fünf Semester übersprungen, oder hast du nur so wenige gehabt? Hast du dir ganz normal in sechs Semestern? Also super, der Fightplan, ja, für sechs Semester ist schon mal zwei weniger als ich hab. Ja, Anfänger. Ja, eine Runde wird noch für alles gut. Nee, achso, jetzt super, der Fightplan weiß im Tides wird auch gelöscht von Lukas. Sehr gut, da stand nämlich drin, dass es nur heute ist. Till, du bist jetzt geordnet bei meinem Bau. Ich weiß nicht, wie du herkommst jetzt allerdings. Dann machst du Slash Clamp Disco Wüste. Oder Slash Baudisco Wüste. Boah, dann muss ich ja morgen ins Finale aufnehmen, hilfste. Unfassbar. Damit dann in drei Monaten die Videos dazu kommen, geil. Ist ja alles heute, ne? Ist dir klar. Hey, habt ihr nicht gerade gesagt, es ist erst morgen? Ne. Ah, meinte. Es war geplant, aber, äh, ist auch heute. Das sag ich doch die ganze Zeit, wie seid ihr mit mir dazu? So. Wenn man so eine Fahrt aus mir geht, dann kannst du erstmal bewundern, dann auch noch. So, find ich gut. Mal gucken jetzt, was passiert, während ich weg war. Ben ist die ganze Zeit gegen Wadership gewonnen, GG. Und Vector hat gewonnen. Okay. Du kannst den Lighthauer des Jump'n'Run eben. Boah, jetzt kommen wir weiter. Endlich ein interessanter Fight. Ja. Warte mal schon. Oder was? Ne, ne, ne. Auch wieder Sidesap-Schild, okay. Isa, auch interessant designt. Gutes Logo. Und, ja. Also, die hatten schon relativ interessante Designs immer bei Isa. Jetzt musst du wissen, was das hier oben gibt. Also, es gibt einmal die hier. Natürlich alles oben Redstone. Dann lässt du ja mal endlich dein Team-Screen rein. Nein. Die sind ja ganz normal. Ah, die sind ja aktiviert. Warte ganz kurz. Ein paar Bissens. Okay, soll die hinbekommen? Er hat halt nur Vorhinein und zwei. Was größer ist, dass die Post bei mir gleich kommt während dem Fighter. Ist doch nicht schlimm, oder? Gutsch. Äh. Ist nicht schlimm, wenn du da einen Team-Skin drin hast. Ich hab zwei WGLs gewonnen ohne Team-Skin. Ja, richtig. Du hast generell nie Team-Skin geändert. Hast du noch was fürs WGL-WG gebaut? Du schießt auch über alles. Nö, natürlich nicht, aber ich war dabei. Richtig. Ja, wie hat das nochmal gesagt? Seitdem Alessio nix mehr gebaut hat, hat er gewonnen. Zwei WGLs und viele Faden halt. Komm ich hin, ja? Hallo? Du hast nicht die WGL-WG gebaut. Die war 8, weißt du, das kannst du nicht. Okay. Die hier funktionieren certified getestet unter Wasser. Bzw. im Wasser, wenn die so schwimmen. Das ist halt einfach eine zicke Wölkchen. Rischko, wie kann ich zu dir eigentlich? Ah, warte. Ich will doch nur Jolata. Wurde ich deinen Namen ausschreiben? Schlimm. Ich hab dich jetzt in meinem Bau geerledet. Jetzt musst du nur noch irgendwie dahintragen. Slash Jump Disco-Wüste. Oder Slash-O-Disco-Wüste. Alternativ. Oder Slash-Bau und dann auf Liste und dann anklicken. Ja. Die sind halt mehr so Anti-Player und auch so. Gab's da immer irgendwie eine TP-Request oder sowas früher? Na egal. Nope. Au. Au. Wieso schießen wir eigentlich so weird nach Linkens? Weiß ich nicht. So, jetzt bin ich auch da. Jetzt muss ich mal checken, wie das hier alles abläuft. Ja, okay. Also wir haben diese sicke Wölkchen. Da beläht man hier sechs. Und hier sechs. Und hier sechs. Worte ich, ihr könnt... Und dann macht man diese Trap Floor hier. Aus irgendeinem Grund schwenken die automatisch. Das weiß ich nicht. Aber das passt schon. Wir sind so ein bisschen Anti-Player. Wird ganz nett. Wir gehen auch zweifalt unter Wasser, wie gesagt. Dann haben wir hier hinten das. Äh. Dreimal, das sind halt einfach die, die doppelten, äh, Shibis. Nur ohne Red Saw natürlich. Ups, sie ist noch aktiviert. Warte. 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 Ich fahr die nicht mehr. Wir halten mit Technik mit jetzt hier im Stream. Also Isar gegen EC ist schon, ist schon langweilig, ja. Guck mal, du musst auch hier hinten bei den Kopf gucken. Also das wurde auf jeden Fall certified. Also... Das heißt... Alter, die Bunkern-Boote hier hinten. Nee, die hab ich wirklich nicht hergemacht. Den hat er selber hergemacht. Okay, dann ist alles gut. Dann glaub ich auch. Wer bist du überhaupt? Der ist doch feierfühlig's Fan-Fan. Der ist ja im Stream Club, also bitte. Echt? Ja, da gibt's ja viele, die da sind. Ja, die im Vorher ist Winter. Der war im Original. Big Year. Ja, okay. Wir... Wir können ja mit Worteilchen Let's Show machen, wenn das ja alles vorbei ist. Für den nächsten Fall muss noch Secret bleiben, sagen wir es noch. Denk Premium. Ja klar. Muss man die einmal benutzen, die Traptor? Oder mehrfach? Warte. Einmal für an und einmal für aus, quasi. Nein, das ist irgendwie später. Wenn der durchkommt, was natürlich... Wir falten gegen das wunderbare Delta-Force-Team. Also das ist wie so'n Hemel. Geht das auch unter Wasser? Oder warum ist das halt so mit Trappers und so? Ja, ich... Also das Problem ist, das TNT wird unter Wasser halt nicht nach vorne geschwemmt. Das ist bisschen ärgerlich. Aber sonst... Hm. Da müssen quasi den Ansätzen noch hinten dran waren jetzt. Ja, quasi. Ich fürchte, Isa hat deine krassen Wölkchen geklaut. Und irgendwie... Wäre halt cool, wenn man das Delay umstellen könnte. Auch, aber kann man halt obviously nicht. Warte, kann man... Was haben wir für Blöcke zur Verfügung? Weiß ich nicht. Was passiert, wenn ich hier nen Ding hin mach? Also wenn hier vorne eh Wasser ist quasi? Und dann später? Wird's... Meini, entsneak dich mal bitte. Das macht nen scheiß Screenshot, wenn du sneakst. Als einer weggesprungen, Alter. Ja. Aber auch besser als wir, ist die Frage. Das hab ich nicht gesagt. Ja, aha. Wer den Stream gerade schaut, kann sich da mal bitte einer hinstellen. Da kommt schon einer. Ja, pfff... Können wir gerne umbauen, so. Ich häng nicht an den Teilen. Sag mal... Krieg da nochmal hin? Also wenn man da einmal drückt... Also einfach durch Zufall, wenn das klappt, so. Ja, können wir mal probieren. Das wird gepowert, aber ich weiß halt nicht, ob's komprimiert so. Ja, aber das... Also wenn... Wir müssen davon ausgehen, dass überall Static Wasser ist hier, oder? Ja, genau. So, dann testen wir. Aber ich weiß halt nicht, was passiert, wenn man... Wenn man unter Wasser einen Block sitzt und dann wieder abbaut. Wird dann wieder Wasser hingemacht? Oh, das... Das... Das wird interessant, Tim. Alter, unser Nachhol wurde ziemlich eingekürzt, kann das sein? Ja, wir haben uns auch schon beschwert. Ja, aber ich... Feig doch gar nicht mit hier. Nein, raus. Ich mach da mal Wasser. Okay, ich kann nicht zu euch rein, sonst werd ich... So. Ähm... Alter, Mensch. Leben laufen. Ja, hier liegen. Ne, da vorne so. Warte, aber wenn man's unter Wasser einfach abbaut, genau, was ist dann? Also wenn... Haul! Wie man PvP, oder? Wenn hier Static... Was passiert, wenn hier Static Wasser ist? Ja, schon. Ich stell mich aufs Dach und warte... Einfach normal beladen. Ja, ja, genau meinst du. Ja, stimmt. Eigentlich ist das Wuster gehen, ne? Ich in vorne, Alessio, kein... Alessio, kein... Alessio, nicht im Team. EG. Hä? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich war gerade im Team, wo Kaltenstein wieder war. Warte mal. Achso, weil ich geleftet bin, ja. Ja, hm. Ach, Kaltenstein, was machst du auch noch für ne Scheiße? Ja. Perfekt. Na jetzt, okay. Jetzt. So, dann machen wir hier Blöcke. Ach, wir fangen irgendwie spaßigen da mit ihren tollen... Haben wir ne Taktik? Also, ich würd kackendrein sagen, wir könnten sogar an die Lups gehen. Ja, das hab ich auch gerade überlegt. Aber wir müssen... Du musst noch einfahren vorher. Es ist noch ein... Da ist uns ein bisschen verwirrend. Das war wie so'n Hebel. So, jetzt bin ich Zuschauer. Perfekt. Okay, perfekt. Krasses Reveal. Das ist unser FNDD. Wir haben erstmal hinten gelaufen, dann hab ich gemerkt, dass der Eingang ja vorne ist. Kann man ja das hier abbauen quasi. Und jetzt muss man diese richtigen Feed-Class aktivieren. Dann müssen die Ausgucke auch gemacht werden. Bevor du das gedacht hast, ohne gehe ich ja gerne. Ja. Ich mach jetzt einfach... Ich belade einfach mal. Mal gucken, was passiert. Also, wenn sich's jagt, haben wir viel falsch gemacht. Weil das kann eigentlich gar nicht sein. Stimmt. Meini denkt dran, die Kanone zu entbuggen. Und ich würd dir auch empfehlen, tatsächlich das Panzer anzumachen. Ja, aber das hat sich überhaupt nicht so belassen. Jetzt Panzer machen wir zum Ende an. Das ist Jagd. Wenn so PvP geht, kalten Start. Na! Die Gegner haben keinen... Ähm... Artie-Shot drin. Aber die haben halt nen Artie-Shield. Aber wieso haben wir eigentlich nur Kanonen unten? Ja, das... Und ans oben. Ja, das ist ja. Okay, TeamCred geht hier. Mit Hashtag, oder? Ja, mit Hashtag. Hier unten wohnt der Homma halt, musst du wissen. Achso, aber... Hätte man nicht so ne Waterproof-Kanone unten reinbauen können? Wollen wir kurz den Fight in den anderen Channel gehen? Hätte man machen... Würde sich lohnen, ne? Aber... Ich sag mal, dafür war die Zeit nicht. Einfach vor allem. Ja, kein Problem. Okay. Okay. User left your channel. Buddy left your channel. Buddy left your channel. Ist halt live. Diese ganzen FP-Leichen. Ich hab Angst. Hast du Angst, dass du auch mal was gewinnst? Wann ist eigentlich WGL oder so? Weiß ich nicht, aber lass... Ist noch nicht angekündigt, aber Herbst wahrscheinlich den Dreh. Ich war nur in der... In der... Sag mal so... In unserem kleinen Warrior Park. War ich vorher? Ja. Du meinst die Horde of Faith? No way! Okay. Ähm... Und... Da ist ja schon unter unserem Einwoge hier Platz für den Jühner. Ja. Ich wollt auch, wenn es im Herbst ist, im Sommer... Müsste ich ja frei haben nach meinem Abschluss. Kann man eigentlich schon machen dann. Du hast schon deinen Abschluss? Ja. Ich mach dann halt Master, aber dazwischen ist ja... Warte mal, du bist schon mit dem 6. fertig? Ja. Ja. Oder wie alt bist du? 20. Ja gut, ich auch. Und du hast da einfach ein Jahr früher angefangen. Ja. Und jetzt komm ich jetzt ins Viertel, aber hab noch Klausuren auf dem Dritten jetzt. Dann wegen Corona hat sich alles verschoben. Anzeige Klausuren sind doch nicht verschoben. Nur der Prof hat halt irgendwie zwei Monate gebraucht, um die Noten für 19 Leute rauszufinden. Gut. Was ist deine Bachelor-Arbeit? Hast du schon angefangen, oder? Ja, jetzt geht drum... Ach, der Stream hört zu, ne? Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, hören wir zu. Educational Stream. Nice, nice. Okay, es geht darum, Machine Learning-Modelle zur Stresserkennung auf Gehirnsignalen zu trainieren. Also hier ist eine gute Practice, wo man das testen kann. Ja, vermutlich sogar ja, aber genau. Bitte in Redstone gebaut. Ja, safe. Geh mal nach Hause. Ne, ich hab jetzt schon ein bisschen Daten so, Vorverarbeitung gebaut, bisschen Modelle. Das ist schön, dass es in der Effekt so wird einfach die scheiße Arbeit zu schreiben, weil ich ehrlich bin. Boah, aber passt schon. Und Till bei dir, komm wir machen jetzt hier ein bisschen... Ja. FP. FP Stream. Ja, jetzt möchte ich erstmal den Feind kommentieren. Ich hatte sogar auch einen, einen, einen bayerischen Professor irgendwie... Ich weiß nicht. Kann man den Namen sagen? Ist das... Ist das... Ich... Ich weiß nicht. Es kommt darauf an, wie gemein du sein möchtest. Ja. Nein, er ist ein cooler Professor, muss man auch finden. Er kann ja auch gar nicht anders sein, wenn er was macht. Das ist der jüngste Professor, der wohl in München Professor wurde. Hab ich... Stand steht irgendwo im Internet. Keine Ahnung. Das Ding ist, ich hab eine Kommilitonin aus Bayern und der Akzent oder was ist schon nicht übersehbar, sag ich mal. Ja, das ist richtig. Ne, aber... Die Leute schauen zu. 20 Leute hören sich... Ja, heavy. Hören sich den Scheiß auch noch. Naja, das coole ist, bei uns ein Professor ist halt aus Sachsen und er hält auch manche Vorleser auf Englisch so und das halt schon... An den Sprech zu kommen. Ja. Cool. Ich hab die Folge so gewählt. Ich hab's zwar bereut, aber... Dann soll ich schon mal die Geschichten aus dem Paulaner Garten erzählen hier. Ja. Wenn nicht sein, dass wir hier das Entertainment machen. Ja, was studierst du? Haltenstein. Was? Ich studiere nicht. Ich mach Abi grad. Ah, Anfänger. Bei mir läuft's so. Was sind deine Leistungskurse? Mathematik, Physik. Äh, sympathisch hatte ich auch. Gibt Leistungskurse? Gibt's episch, ne? In Bremen gibt's Leistungskurse. Gibt's Leistungskurse? Gibt's meistens wieder Leistungskurse? Hatten wir nicht. Nee, ihr hattet keine Leistungskurse. Das ist krass. Das hatten alle schwer. Gab ja damals nichts. Ich glaub das bayerische Abi ist gar nicht schwerer. Es ist nur schwieriger, das alles mit diesem Akzent zu verstehen, wenn wir mal ehrlich sind. Das kann auch sein. Aber lernt man das in der Schule in Bayern? Ich hab das Gefühl, das lernt man zu Hause. Mhm. Und der Jonas, der ist ja auch vorher integriert, ja. Was sagst du? Machen wir mal, switch mal ein bisschen das Thema zur Politik. Was sagst du dazu, dass vielleicht Söder der nächste Kanzler wird? Der wird nicht Kanzler, der wird König. Auch okay. Ich muss sagen, ich würde ihn über Laschet warten. Aber jetzt wird's hier ein bisschen zu politisch im Stream, muss ich sagen. Warum sagt er, lässt du jetzt, er kann das nicht mehr? Habt ihr mit ihm nicht geübt? Das kann er nicht mehr. Ja, er kann nicht mehr fighten. Was soll das? Warum haben wir jetzt so eine Ranzkartoffel als Team-Member? Der kriegt bestimmt diese... Alter. Was habt ihr für einen komischen grauen Haufen? Ja, nee, aber... Er kriegt das bestimmt nicht hin, in den Gegend zu beladen. Der hat ein AD-Schild vor sich. Das kriegt der nicht hin, der Affe. Ja, was macht ihr denn? Also, guck mal, wer hat denn dieses WG designt? Meini natürlich. Fun-Event. Es wird richtig schön fangen. Wer hat den AD-Schild eingestellt? GG... Oh, Quagina, das tut krass. Ah, sie lupfen hier rein. Oh, oh, und einen Stich haben sie getroffen. Ja, das ist passiert, wenn man nicht Panzer, sondern sowas einbaut. Wenn das jetzt Pergulas gewesen wären, hätten die das nicht mit einem Lupschuss killen können. Das sieht ja andersräulich aus. Also, die Lupfkanonen hauen mehr rein, als ich erwartet hätte. Wie ist es eigentlich, wenn man im Boot sitzt, während das Wasser höher geht? Dann sinkst du. Das hab ich auch schon anders probiert, das ist traurig. Aber du kriegst wieder ein Boot. Ne, mein Boot ist weg? Scheiße. Das ist doch jetzt wieder da. Aber das Ding ist, Jonas, was sagst du zu Kanzlerin Baerbock? Wehm? Annalena Baerbock von den Grünen. Oh, Paulus, das wird Bösefien enden. Kenn ich nicht. Kennst du Bayern nicht. Und der guckt doch in die TTG. Nein. Ja, ich merke dann, Horizont ist auf ein gewisses Bundesland dann doch begrenzt. Oh, sie hätten den Schuss nicht rauswürgen können. Sie Vorsitzende oder was von... Ja, mit Habeck zusammen, glaube ich, ja. Proxima sagt, ich soll den Titel ändern zu FP kommentiert die Fight Night. Ich würde eher sagen, FP kommentiert alles. FP kommentiert das Studium und die Bundestagswahl und so. Also, kommen wir nochmal zurück. Wie, wie, was machst du denn so für ein Abi? 1-0 oder schlecht? Mal schauen. Also, 1-0 ist schon drin, ne? Man muss ja wissen, dass der Disco schon ein gutes Abi hat. Ich bin halt auch schlau, ne? Ich brauche keinen Erzählen für das, was ich studieren muss, ne? Gerade in Bremen. In Bremen hast du eh alles eine 6. Okay. Also, wie ist deine Leidenschaft jetzt zum Gartenbaustudium gekommen bei dir? Gartenbau. Ich bin nicht Jesse. Okay. Kunstgeschichte. Nein, nein, nein. Technomathematik. Gender Studies. Was? Technomathematik. Ja. Okay. Krass. Was kann man so, wenn man das studiert hat? Gar nichts. Das ist so ein schöner Euphemismus, der da auf der Webseite steht. Das machst du auch nur, weil du was anderes studieren willst. Ja, ich dachte mir auch so. Also, technische Mathematik. So, wenn du Mathematik studierst, dann bist du halt ein Theoretiker. Oder du bist halt Ingenieur, dann kannst du halt auch irgendwas Praktisches studieren. Was ist technische Mathematik für ein ungewolltes Kind? Das sind so die Uncoolen auf einer Technoparty. Also, das ist so quasi Informatiker, aber es ist nicht so cool. Ja. Und es ist auch quasi Mathematiker, aber es ist auch nicht so cool. Ja. Wo willst du das machen? Ja, wo, wo? Wenn du in Bremen Abi hast, kannst du nur in Bremen studieren, ne? Das ist natürlich relatable. Ich mit meinem Berliner Abi dagegen habe alle Türen offen. Ja. Ja, ja. Alle Türen, die irgendwie ins Nachtleben führen. Sowieso, ja. Wollen wir was anderes im Chat, so, dass wir irgendwelchen Blödsinn reden? Ne, gut, passt. Ich bin auch... Deine Mutter und Tim Baumberg möchten euch begrüßen. Moin. Siehst du? Ja, irgendwer hat Feuerwerfer, aber wer steht denn da in Ruhe? Ja, wir. Das sind die Anti-Personen-Dispenser. Ja, ich habe keinen Opti-Fan, weil ich kann nicht leben, das ist. Soll ich dir Fly geben? Ja, gib mir mal Fly. Warte, ne, Fly kann ich nicht, aber ich kann nicht Gamo 3 gegen, glaube ich. Ja, mach das mal. Disco-Wüste und so. Ja, nice, danke. Ich vertraue dir das mal an. Ja, dadurch ist Meini jetzt tot. Nein, nicht Meini. Jetzt haben wir keinen mehr, der beladen kann. Warst du der, der meine Videos kannte oder Meini? Ne, Meini kennt ja sowieso alles. Der kommentiert auch irgendwie nur so unter 5 Jahre alten Videos. Ja, aber einer von euch kannte zum Beispiel die Ninja-Arti nicht. Das ist natürlich... Ich weiß nicht, ob wir mal irgendwann über die Ninja-Arti geredet haben. Ja, im WGL-Stream. Ich habe zugeguckt. Achso. Ja, tendenziell ich. Ja, kritisch, kritisch. Ja. Okay, ihr habt da eine krasse Freiluft-Arti. Nicht Redstone. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum man das nicht ohne bauen konnte. Wir haben wasserdichte Loops, aber... Ja, cool. Und es sind sogar Wasseraufzüge nach unten. Ich weiß nicht, ob da einer drin ist, oder? Das ist schon krass. Ey, aber das Ding ist, ich kann immer noch nicht in die WGs reinfliegen. Das ist sick. Auch immer an der Arti ist, brauchen wir weniger Delay-Jungs. Ja, das ist Paulus, der... Das erwartet man schon. Aber was für Regeln sind die WGs eigentlich? Tier 2-Marser sind das. So komisch sind neue, die sind irgendwie kleiner. Ja. Gab's schon auf Wikipedia. Also die gibt's schon ewig, die Teile. Die gab's schon so in der 1.14 auf PP. Aber ne, die waren kürzer. Oh, 1.14. Quasi ewig. Ja, wir haben V8 von Alessio geremakt. Auch ein uraltes WG, muss man dazu sagen. Ja, wo er nie drin gefightet hat. Ist auch geil. Immer noch die guten alten Zeiten in der 1.14. Die guten alten Zeiten in der 1.3.2. Ich weiß nicht, hat jemand in meiner Abstimmung dafür abgestimmt, dass die 1.14 die beste Version von PP war? What the fuck, yo. Ich hoffe nicht. Ich hab für die 1.10 gestimmt, das war lustig. Ja, 1.10 war lustig. Also, ganz wilde Zeit. Ja, am besten war auch 1.7.4. Ja, gut, 1.7 war natürlich love. Aber früher 1.7, ne? Ja. Na, 1.7, man, ich war immer noch recht so dumm. Wir hätten schon Sidesteps und alles gehabt, wenn man nur ein bisschen weitergebracht hätte. Da war man halt noch nicht so schlau, da war man noch 5. Klasse und dann Vollgas. Ja, safe. Damals hab ich noch an Toonida geguckt. Ist so. Ich weiß noch, irgendwann hatte ich mal ein Streitschlichtungsgespräch mit Toonida und Mr. Creative. Ich war mit denen hier im Teamspeak. Wie bitte? Jetzt kommt mir die Geschichte raus aus dem Stream. Hier, komm, auf geht's. Ja. Es war folgendermaßen. Die hatten irgendwie dieses komische Video gemacht. Ja, Wargates sind scheiße. Jeder hasst SFRs. Wir machen jetzt nur Warships. So, aber halt so ein Zeitpunkt, wo es noch nicht mal am Horizont eine Zwölfloch gab, sondern so komplett random. Mhm. Und ich hab halt kommentiert mit meinem Info Fima Nobis Account, so von denen, ja, so wenn ich so schlecht wäre wie ihr, würde ich auch keine Wargates mehr bauen wollen. Weil die hatten halt irgendwie dieses Club Edition Release, wenn man mal ehrlich ist, Abschaum. Die Kanonen waren ja nicht mal von ihnen, ne? Und dann? Die 16 breiten Stichkanonen, die waren okay. Ja. Dann hat irgendwie ein Pföhrchen gezwitschert, dass der Account halt Disco Wiese gehört und dann wurde ich erst mal auf den MPP TS bestellt und dann wurde gesagt, okay, Sascha ist nicht so freundlich oder so. Aber so hab ich mal mit MrCreative und Twin da geredet. Was machen wir um die eigentlich jetzt? Keine Ahnung. Also MCV macht immer noch GTA-Sachen. Ja, krass. Aber Kinder, wenn ihr mal mit denen reden wollt, dann schreibt einfach mal ein paar Hate-Kommentare. Ne, ist viel einfacher. Du musst einfach auf deren TS-Zauber gehen. Die haben uns P01 gegeiert von denen. Was? Dieses Prototyp war ja aus 2011 irgendwie. Ich rede nicht mit dir, wenn nicht dieser Angry Bird dein Lieblingsgeier ist. Ach, Angry Bird, das ist das How to build a Wargier-Teil. Ja, How to not build a Wargier-Teil. Ähm, wie, was ist denn aus diesem riesen Wargier geworden, das irgendwann mal vorgestellt werden sollte und dann nie fertig wurde? Weiß von 8. Weiß nicht, ich weiß nur noch die Quadranten. Ne, ich mein nicht von MrCreative, sondern das größte größte Wargier. Von denen waren das nochmal. Gabel, ähm, meinst du das? Ne, das war noch, das war kleiner, glaub ich. Okay. Ich weiß nur, dass... Aber meint ihr das von uns, oder was? Unser 50-Abo-Special? Warte mal. Das könnte natürlich sein. Okay, das kann dir aber langsam mal schwimmen, glaub ich. Muss dann alles, ja. Lebt er noch? Ja, er lebt noch. Hm. Die haben beide auch 6 HP, wenn die das nicht hinkriegen. Haben eure Videos irgendwie Zeitreisen gemacht, oder so? Ist das V7 in Wirklichkeit OP? Das ist episch, das Video. Für die drei Leute, die sich jetzt auch gerade wirklich den Wargier-Stream geben, muss ich noch mal ein paar andere Infos legen. Es gab schon übrigens zwei Versionen von Alien 3, die nie rausgekommen sind. S? Ja. Facts. Ich hab' eine noch in der 1.12. Die hatte übrigens Sidesteps und tiefen Steaks. Jetzt werden sie aus den Männer genommen. Die ist tatsächlich nicht rausgekommen, weil es hieß, es kommt gleich irgendwie die 1.15 um die Ecke und dann ruht sich nicht und dann dachte ich, okay, schau's drauf. Und dann, dann, ähm, war irgendwann, hab' ich für Steam War 1 angefangen, aber das war halt irgendwie ein bisschen hässlich. Hatte jetzt wer halt gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Ja, GG. Super, juhu! Epischer Fight, wirklich, ja. Ja, krass. Auf jeden Fall hab' ich auf Steam War dann 1 gewonnen, auf diese 45er Maße. Aber irgendwie ist das Design ein bisschen missglückt, muss man sagen. Wir haben gewonnen! Juhu! Du seid so gut! Wie habt ihr das bloß hinbekommen? Wir haben derweil den Realtalk-Stream aufgezogen, ja. Oh mein Gott, um was ging's denn? Also, Alessio, was ist dein Disco so erzählt, ne? Ja, ich hab' viel zu sagen, tatsächlich. Was hat er gesagt? Vielleicht mal einen YouTube-Kanal geraten. Fass mal zusammen! Ach nee, musst du Stream schauen. Ja. Du schaust selber freiwillig. So ist es, ja. Ja. Wer an alle, die im Stream dabei waren, ihr seid jetzt hier exklusiv die Leute, die es wissen. Ja, oder die, die es dann im Nachhinein gucken. Ach, das bleibt online? Ja. Ja, dann schneid einfach jedes Wort von mir raus, bitte. Äh, nee. Okay. Ah, krassisch. Also, ein Proxima... Nein, aua. Wir können gerne Best of Disco noch hochladen. Disco, du musst jetzt ein bisschen deine Musik laufen lassen, damit das Claiming kannst du nachdenken. Das Ding ist folgendes, ich hab schon mal ein Video weggestriket, ne? Ich weiß, wie das geht. Passt mal lieber auf. Komm, ich mach einfach ein bisschen Disney-Musik an, dann wird's eh gestriket. Ich hätt's aufm PP-Kanal hochladen sollen, das Ding hier. Nee, nee, wird nur geclaimed, wird nicht gestriket. Aber ich kann manuell striken. Wartet eine Sekunde. In Minecraft Bedrock funktionieren... Was funktioniert? Funktionieren ähnlich TNT-Canon endlich auf dich nicht, nur mit Druckplatten. Was? Okay. Also... Was? 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 Also das, was ich verstanden habe, stimmt in erster Linie nicht. Die Bedrock hat komplett einen Strott von TNT-Physik. Also... Probier's mal im deutschen Satz, vielleicht verstehen wir auch dann, was du möchtest. Video melden. Du willst wirklich alles tun, dass du keine Videos machen musst, wenn sie dich mit Abos überholen. Erstmal den Kanal löschen lassen, hilft natürlich. Verletz keine Rechte. Okay. Und was für Rechte? 1.300 Abonnenten. Jetzt müssen wir mal in Disco-Güste schauen. Das weiß ich jetzt... Hab ich nicht ein Recht an meiner Stimme oder so vielleicht? Datenschutzproblem. Ich sag Datenschutzproblem. Jetzt ist die Frage, was machst du jetzt erst? Hol Disco uns ein oder holen wir Disco ein? Ich glaub eher das andere. Mit Rückwärtsabonnenten... Mit Rückwärtsabonnenten machen, das kann Disco ja auch gut. Ich hab diesen Mund nur einen verloren. Was ist denn da? Alter Junge! Oh Gott, Alter. Okay. Also das Urheberrecht gefällt mir ja gar nicht in diesem Stream, muss ich jetzt mal sagen. Urheberrechtsproblem. Ich muss noch warten, bis das Urheberrechtsproblem ausgestattet wird. Das hat ja ein bisschen Delay. Interessant. Ja. Repreons. Demonetalisiert. Vielleicht schneiden wir einfach die Bereiche der Musik raus und fertig. Ich weiß nicht, kann man eigentlich Streams wegen Datenschutzproblem striken, wenn ich in Wargis reinfliege? Ja. Ah, verdammt. Aber dann will ich auch mit den Typen striken die MV2 als seins ausgegeben. Ja, das musst du aber erst mal diese 60-Wort-Report-Ticket in YouTube-Mitarbeitern klar machen. Viel Glück dabei. Das würd ich jetzt aber gern mal sehen. Ja, denn wir rufen hier so Callcenter an, ne? Jemanden wegen Musik zu striken ist ganz, ganz einfach. Du sagst, du bist da und da, mein Titel, man sieht sich. Der Kanal, Ex-Kanal. Ja, ich hab schon jemanden gestrikt bei Smash One Videos geklaut. Das war hart. Hast du da nicht auch mal einen Trottel, der ein Intro verwendet hat? Davon, weil... Und der sich dann bei dir beschwert hat, dass... Ach doch, stimmt. Das ist aber schon ewig der, ja. Warum macht man sowas eigentlich? Ich meine, das ist doch die kurzigste Reaktion ever. Sagen wir's mal, wie's ist. Es ist noch ein bisschen langweilig die ganze Zeit zu Fights zu gucken. Und ich hatte ein Alternativvorschlag. Wir machen Reaktion-Stream und gönnen uns einfach mal ein paar Leute, die auf meinen Beats gerappt haben. Und ihr könnt ja mal bewerten. Damit du uns striken kannst, oder was? Es ist nur die besten Rapper Deutschlands natürlich, wie man sich das vorstellt. Ja, weiß auch, dass jemand macht auf meinen Beats. Sind die beim Contagon Battle dabei? Bleiben sie dran! Besser, weil so ein Abo-Kanal mit Leuten, die wirklich die Rap-Skills straight aus dem Mülleimer haben. Jonas! Nächstes Oktoberfest machen wir ein Musikvideo. Nächstes Oktoberfest hab ich nicht 30, Mann. Ja. Sonst spät als nie. Der Satz hat mein Badger-Auffassung. Ah, ich brauch mir's wieder als Back-Hater. Ja, ne. Mir fällt spontan aus, ich muss ja noch den tollen FP-Song aus dem aus dem FP-Kommentierte-Fight-Night-Vipend-Stream ausschneiden. Was für ein FP ist das noch? Äh, hier, das Krüppel-Ding. Das, das eine. Ach so, das? Ja. Hä, was für ein FP-Kommentierte-Fight? Hier passiert gar nichts in dem scheiß Fight, Mann! Was für ein Fight? Ja, wir haben F15 gestreamt. Ich hab immer gestreamt, wenn wir nicht gefightet haben. Ach, stimmt. Da war was, ja. X15 ist toll. Ja, wir haben alle ausgelacht, da waren Leute mit so drei Stich-Sof-A's. Naja, wir hatten nur eine Stich-Sof-A, nur die ein paar mehr auf einmal gemacht hat. Ja, alles abschauen. Weißt du, dann wieder als Ungeheiligen jetzt hier, wo wir da sind? Ja, natürlich. Ach, kommst du nicht weiter? Schau, 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 schau. Und in meinem ersten April-Video aufgeregt haben, dass es ja gar nicht stimmt, dass die Technik so viel besser geworden ist angeblich. Der war super, ja. Ja, man sieht hier auch, die Technik ist natürlich, also an alle Zuschauer, an alle Zuschauer des Videos, an alle Zuschauer des Bestoffs. Also man sieht natürlich, krass Technik, wirklich, wow, habt ihr gut gemacht. Die Schilde klappen sich nämlich jetzt einmal um. Krass, Jungs, hart, wild, habt ihr wirklich... Da, obwohl ich euch meine Aussage revidieren, ihr habt die letzten drei Jahre eures Lebens gut verbracht. Disco, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Das Einzige, was halt effektiv nach FPV kam, war ja effektiv die Mehrloch in die SSF-A. Ja, die kam natürlich, die kam natürlich nach FPV, ja, nach. Aber ja, davon auch einer. Ja, natürlich. Oder nicht? Hatten wir nicht sowas? Hatten wir nicht einmal V-Vanish gebaut sogar? Die hatten alles. Ja, ne, nicht V-Vanish, so'n Teil, halt so konformes Teil. Naja, war's freigegeben oder nicht? Nein, halt ernsthaft konform. Hey, was ist denn aktuell neu? Ich hab's gar nicht verstanden, bin ich so auf jeden Fall content. Jonas, das war der Joke, es ist doch überhaupt nichts neu. Man, so ein paar Kinder sagen, sie hätten irgendwas erfunden, aber eigentlich ist es halt nein. Always been there. Ja. Kann man das bitte als Einzelteil als Video hochladen, danke. Natürlich. Wenn du dir die Mühe machst, das zu schneiden, gerne. Ich mach's auch fest auf Disco. Ich fütter hier gerade die nächsten 20 Videos von euch. Ja? Disco vs. Politik Talk. Disco vs. Studien Talk. Disco vs. Warwick Szene. Rap Battle kommt dann bald. Ja, Disco vs. Track, ne? Hab ich doch schon mal gemacht früher. Echt? Echt? Ja, nicht gegen euch. Da gab's doch noch gar nicht. Da wart ihr noch im Kindergarten. Ja, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Achso, neulich. Erste Folge Wartech zeigt euer Warrior. Hab ich doch sogar mitgemacht, ne? Da hab ich ja bisschen... Ja, jetzt hab ich mich enttäuscht, dass du nicht mehr danach dabei warst. Zweite, ne? Jaaa, war auch viel um die Ohren, muss ich sagen. Äh, ja, aber beim ersten hab ich ja auch mitbewertet, dieses Mega-Ding. Da muss ich schon sagen, die Technik wow hat sich weiterentwickelt. Das war auch ein 12, ja. Vor allem nur VS-Technik. Ja, okay. Ah. True, true, true. NCS klingt übel. Ich kann gerne weitermachen, wenn ihr nicht gefällt. Ähm. Schaut jemand anders gerade hier den Kampf gerade mit Matrix? Wer ist Matrix? Jaja, genau. Er hat nämlich keine Damage gemacht. Die schießen beide nicht. Ja, ich hab den auch gesehen und dann sofort gedacht, ne, kein Bock. Selbst das Boot lebt noch, aber jetzt ist es ein U-Boot. Aha. Es ist gesunken. Ihr könnt ja ein bisschen, äh, The Chimano Bees im Hintergrund abspielen. Hab ich nicht in der Playlist, sondern Strikes so wie immer. Ah, schade. Du siehst große. Aber frech, dass es nicht in der Playlist ist, was wir mal dazu sagen. Falt jetzt einmal das gleiche Robb, gell? Hä, aber vielleicht wie event seid ihr? Ich bin hier nur zwei wirklich... Es sind drei Events dafür? Ist Matrix gegen VS? Matrix versus Burning Skies schaue ich mir grad an. Nee, nee, versus Watership schaue ich mir grad an. Watership Zeugs. Ja, hier ist Matrix noch gar nicht da, GG. Aber Matrix im Watership ist... Die fighten, die fighten ja gerade in den Kampf. Wie? Wer plant so'n Event? Den hier teiltest doch komplett unter Wasser. Jetzt... Hä? Hä? Stimmt, ne? Das sind die... Die schwimmen halt alle rüber. Ja, nee, aber wo sind denn die blauen? Ja, das suche ich auch grade. Die Ender-Güren hat so fünf mit Booten einfach, ist ja auch zu geil. Die nächste Taktik ist, die verkämmen sich einfach unter dem Borgir... Ja, aber können sie doch gar nicht. Sie können doch gar nicht atmen. Und da unten im Borgir eine Wasserbombe quasi? Die Spectator? Da kommt Godzilla gleich raus. Ja, genau. Dann sterben die wahrscheinlich. Der hebt gleich das Boot hoch, weißt du? Hat immer noch keiner die Arena geboren, finde ich echt schlimm. Ja, ne? Paul? Was? Du bist doch Bilder. Stimmt, ja. Das ist richtig. Schau mal ins Forum. Ja, das ist doch langweilig. Yo. Hier in den Pisten. Da muss ich das vorstellen da drinnen. Ja, scha-schauen wir lieber Dark-Höbel-Spring-Festern. Anni, der gerade geschrieben hat, wir sollen Wargir nach Bedrock bauen. Erstmal haben wir die Bedrock nicht. Dann gibt's dafür kein World-Ell. Und dann ist die TNT-Physik gelinde gesagt Müll. In der Bedrock ist es auch Redstone-Müll. Also Redstone haben die tatsächlich inzwischen halbwegs in den Griff bekommen, abgesehen vom Pisten. Ein Craft Bedrock. Zum Glück ist der Pisten ja auch völlig irrelevant für Wargis. Ja. Ja, natürlich braucht niemand. Das war's. Ja. Wann kommt eigentlich der Wattach-TikTok-Channel? Oh, ja. Die haben's schon dreimal mit Instagram probiert. Das ist auch nix geworden. Was? Ja, ich sag euch, TikTok ist es. Also ob man ja Beats angefliesen hat, oder was? Naja, ich hab einen TikTok mal gemacht. Aber... Da haben wir dann zu viel Arbeit. Noch mehr Bugs. Ne, wie heißt diese neue Podcast-App da? Clubhouse oder so ähnlich? Ah, ja. Ja, dann brauch ich mal Retalk, aber auf Clubhouse. Ja. Ich habe den Discord-Link gesehen, ich drücke gleich drauf, können wir reden einen Moment. Also so wie du Deutsch sprichst anscheinend generell nicht. Wer will denn reden? Leute, was ist Minecraft denn? Ein Mike Melek. Das ist irgendwie diese Pocket Edition und so. Das ist Pocket Edition, Playstation Edition und alles andere. Ja, das ist sicher kein Warga geworden. Es ist schön, dass du Warga-Files magst, ja. Jonas hat die Lage analysiert. Das ist ja wie World of Tanks Blitz quasi so ein bisschen. Ja, genau. Das ist korrekt. Ne, bugt mehr rum. Ja. Als ob man nicht atmen kann. Aber da gibt's WD auf R100. Ja, wo sind denn die blauen hin? Ich weiß es nicht. Kann ich gleich mal ein Game-O-Time-Dieses-Mortier von denen fliegen? Ja, same. Ja, mach doch. Du streamst ja nicht. Ich hab den Typen aber eigentlich auch schon mal auf dem PP-Kanal geantwortet, dass es einen Server von PP auch mit Sicherheit nicht geben würde auf der Bedrock. Aber, also, die haben doch safe einfach irgendeine Möglichkeit gefunden, sich eine Luftblase zu machen. Das ist schön jetzt. Nee, du bekommst einfach gar keine Luft, sobald du unter dem Wasserspiegel bist. Ja, sie haben doch noch 20 Leben. Sie müssen doch schon längst ertrunken sein, wenn sie da unten wären. Ja, keine Ahnung. Das ist ja der Punkt. Sind die rausgeschwommen einfach und haben sich hinten in den Wolken versteckt? Nee, die sind doch da unten. Die haben da was mit Pistons gemacht, die, glaub ich, das Wasser wegdrücken und da leben die drunter irgendwie. Ich weiß nicht, wie. Der Typ schreibt gerade, sein Handy versteht ihn nicht richtig. Ja, schön, dass sich dein Handy nicht versteht. Du sollst ja auch... Du schreibst dir eine Nachricht. Man schaut, man schaut mal hinten an, durch das Glas. Da war doch was vorher. Ja... Wo ist der Bonus? I don't know, irgendwie... Der PX, das kriegt man gerade. Ich glaube, ich glaube, eurer These, wenn man nicht... Eurer These, wenn man kann unter Wasser nicht atmen, glaub ich nicht. Das ist so eine Lüge. Sonst wäre die Scheiniges tot. Also, ich guck einfach von unten rein. Ich blieb unter der Arena. Was ist die Pi-Rechte? Die Pi-Yano? Nee. Nein, hat man nicht. Hm. Spaciers, die Wargears. Ich streame mich mal und flieg nicht mal rein. Oh, oh, oh. Er ist tot. Wie ist er gestorben und wo? Ja, ich weiß ich nicht. Oh, oh, jetzt der anderen auch. Und wie? Weiß ich nicht. Okay. In Filtration. Also, gute Stream... Ihr seid ja... Ihr seid ja gute Streamer, ne? Und der Channel ist ja sowieso ein bisschen leer gerade. Können wir die doch einfach einladen und sich fragen, was ihr Geheimnis war. Live-Interview? Ja. Bessere Idee? Wir laden den einen, der den Bedrock-Server möchte. Oh Gott. Das ist keine bessere Idee. Kann ich nicht finden bei Discord. Digga, was? Der ist doch... Was labert der für'n Scheiß? Ja, wir sind ja auch nicht auf Discord und schon gar nicht in einem öffentlichen Channel. Macht ja auch keinen Sinn, in einem öffentlichen Channel zu streamen. Swim 10 ist auch Bedrock. Meine Fresse, das ist doch alles schlecht. Ja, eben funktioniert alles nicht. Ja, es funktioniert alles nicht. Warum steht man dann freiwillig auf diesen Rand zu suchen? Naja, eigentlich schon, ja. Ja, es ist halt bessere Performance als Yara. Toll. Nein! Es backt rum, die Scheiße. Ja, es backt rum, aber die Chunks laden halt irgendwie schneller. Nee, nicht wirklich. Doch. Ja, weißt du, was die Gruppen sind? Ja, genau. Ist besser optimiert halt, ja. Naja, besser optimiert jetzt auch nicht unbedingt. Weil die Chunks laden heißt nicht, dass... Ja, schauen wir das mal an. Also, das läuft schon ein bisschen besser. Ist dieser Janomate in Watership? Ich glaube schon, ich weiß nicht. Okay, ich schicke ihm mal das Channel-Passwort. Ja, ist er. Ich verteile dir alle das Channel-Passwort, ne? Ja, ja, warte. Ich würde jetzt aber... Ich werde jetzt aber eher dagegen, dass sie alle im Channel sitzen. Aber den Janomate können wir doch mal fragen, wie sie es gemacht haben, oder? Ja. Okay, perfekt. Oh Mann. Und... Nachdem er das Geheimnis verraten hat, direkt. Welch schöne Witze, Kollege. Der müsste ein Happy MT-Channel sein, eigentlich. Ist mir egal, der hatte jetzt das Passwort, der kommt ja schon. Kann man hier mit diesem Melek Melek erklären, dass wir keinen Bock haben mit ihm auf Discord zu reden? Ja. PX-Frab gerade ist lockt auf 120 FPS, beziehungsweise bei PS4 auf 60 FPS. Boah, 60 FPS. Und, naja, man muss halt auch sagen. Testen halt. Also, keiner testet halt in der Bedrock sowas wie MV3 oder sowas, wo auch die Java ein Performance-Problem hat. Dann gibts, äh, irgendwie, äh, dort. Ja, äh, du findest keine Plugins. Ja, äh, du musst die Plugins wieder schreiben für den Server. Aber dafür ist halt die Bedrock auch nicht wirklich ausgelegt. Und du findest halt keine Plugins. Für Walkis wirst du kein downloadbares Preis-Plugin finden für ne aktuelle Version. Ja. Ist ja fast, als wäre die Version WOTZ. Ja, die Version ist auch WOTZ. Ah! Hey, wir haben... Ja, okay. Live-Interview. Wie habt ihr das gemacht so? Ihr wart die ganze Zeit unter Wasser und seid nicht verreckt. Erzählt uns euer Geheimnis. Unser Geheimnis ist das, woraus unser WG zu 90% besteht. Glas. Und wenn ihr da dran sneakt, dann könnt ihr atmen oder was? Ne. Ach, den Pisten in den Kopf schieben. Ja, ja, okay, gg. Okay, jetzt möchte ich mal an die Water-Hilfe-Jungs wieder in Frage halten. Wie steht ihr jetzt nach diesem Satz zur Aussage, unter Wasser kann man nicht atmen? Die haben uns angefangen, das geht nicht. Ja, das haben uns die Devs versprochen, ne? So ist ja nicht. Meini, beschwerst du dich eben? Naiv würde ich jetzt mir einfach mal notieren. Glasdruck macht kein Damage und ist halt nicht im Wasser. Ja. Glowstone würde auch funktionieren. Das sind, das sind so, ja das sind so Sachen aus dem Haus von, es wird keine Decke geben und man kann unter Wasser nicht atmen und so. Die Devs kennen sie nicht. Also würde ich mich auch immer wieder aufhören. Also tendenziell war es mal wieder MC, oder? Niemand hat die Absicht deine Decke zu bauen. Ja. Naja. Jetzt wird der Hummer umgebaut. Naja. Naja. Nachdem ich schon nachträglich zwei Spiele hatten durfte, kann ich mir vielleicht meine WG noch mehr ändern. Naja. Naja. Alles und danke für das Interview. Ist gut, du hast doch schon so viel zu Pepe beigetragen, dann lassen sie doch bestimmt noch hier, dass wir gehen noch kurz umrüsten. Ja, was habe ich alles schon beigetragen? Bands habe ich beigetragen. Und ne Regel, dass man keine Memes mehr... Ja, die Miniburgis. Und die Mikroburgis. Wann kriege ich eigentlich meine Credits von Steamwarf für diese Mikroburgis? Hast du ja nur unsere Generationen in ein paar, 10 Jahre? Ja, überhaupt nichts geändert, das ist alles meines. Und Alessius. Ja, Mikroburgis. Als Regelwerk war ich dabei. Ja, es ist möglich, dass man mit Bedrock auf Java joinen kann, aber es wagt halt auch komplett rum. Ja, also einfach... Man kann einfach nicht für sowas wie World Elf oder so ausgelegt. Das wird halt... Das klugschaut halt komplett rein. Ja, ab und an mal. Kurze Frage. Du musst ja nebenbei noch MC anmeckern. Wollten wir ja. Wir haben nicht eigentlich kickt, nachdem wir das Geheimnis gelüftet haben? Ja. Ja, stimmt. Kann das einer machen? Und das Passwort vom Channel bitte vergessen, danke. Ja, hab ich... Alter... Sobald es sendbar, kennen alle auf dem Server unser Passwort. Du findest alle Passwort ein. Das Passwort ist doch toll. Ja, ja. Sag's doch im Stream. Ne, so richtig. Ja, oder ich kann's im Stream... Ah, bessere Idee. Wer das Passwort will, MSG an mich für 50 Planets kriegt mir das Passwort. Alter, 50 Planets ey. Das ist ja gar nichts. 10 Euro PSC und ich geb's euch auf. Okay, jetzt könnt ihr überlegen, welche 10 Euro an Alessio oder 50 Planets an mich zahlen. Der Mac muss aufgerüstet werden. Ja, definitiv. Hallo? Für'n Zehner, was rüstest du aus? Kannst du ihn dann anmachen? Und ein Knopf, ja, das ist es. Nein, 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 die rollen, die rollen. Alles so, ich hab ja mittlerweile auch ein Macbook, ja? Ja, ich könnte auch dieses Video machen von dir. Morgify auf dem Macbook? Kannst du dich aufzahlen? Tracks, 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 Tracks. Wo ich gegen KiteChal der Mistleboss gewonnen habe, ich wollte es nochmal erwähnen. Ja. Das stimmt. Man ist schwer. Tracks, 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 Tracks. Okay, Challenge accepted, Krebs. Ich kann das auch nicht so... Oh, wegen unserem Fight gerade, wurde Yano einfach Slav killed oder wie? Wie viele Leute sind jetzt hier drin? Ich schmeiße Slav, ich hab noch... Junge, ich hab noch keine 50 Planets. Ich hab mal gerade kurz noch unser Team-Trail-Passwort gekauft. Ich hab 50 Plans von Alessio bekommen, okay? Moment, was? Weiß nicht, Alessio ist bisher der einzige, bei dem ich angezeigt wurde, dass ich Plans bekommen habe. Kannst du noch mal welche ficken, hier? Oh Gott, nee. Ich hätte schon das Passwort langsamer, ich hab dafür bezahlt. Ja, ich auch. Ich brauch das Passwort nicht. Dann sind wir dran, ich verschwende hier in der Zeit. In 20 Minuten, glaub ich. So, hier. Also kannst du mal in den Channel reinjoinen, in dem du schon bist. Oh, das ist toll, das so. Ja, cool. Aber ich hab bisher wirklich nur ganz von Alessio bekommen. So, der Rest muss halt zahlen. Kann ich dir noch ein Featuren senden davon? Mir wird's reichen, wenn die Plans anfangen, ehrlich gesagt. PP ist schon ein Feature. Aber, Disco, du als alter Teemo-Spieler hast du bestimmt auch TFT gespielt, oder? Nee. Nee, weil da ist ja auch so, dass du auf dem Handy joinen kannst. Und, äh, aber in die gleichen Games wie am PC und du kannst sogar In-Game switchen. Oh, nice. Episch. Und dann ist alles verbuggt und du kannst eigentlich nur noch verlieren. Cool. Klingt gut. Ich hab jetzt bloß 100 Plans mehr, aber ich hab keine Nachricht bekommen von wem. Komm mal auf, bitte. Ja, die Server-Konsole hat dich bezahlt. Cool. Dann kann ich ja einfach in den öffentlichen Channel schreiben. Jetzt wird geentert und jetzt ist Moritz am Arsch. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Schaut euch nach ins Fight an. Ey, ja klar. Soll das, er carry die Sache kennen. Ey, oh, er schwimmt weg, er schwimmt weg, er schwimmt weg. Oh, 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 oh. Jetzt taucht er ab, jetzt taucht er ab. Ich bin gerade Dark Evolution Firestorm. Ja, ja klar. Und, oh, oh, immer noch nicht. Alter, was macht denn der da? Wie kompetent sind die eigentlich? GG. Muss nebenbei noch MC mobben. Ja, mach mal, ist gut. So, wir haben 17.41 Uhr, schauen wir mal auf den Eventplan. Also, um, um mal, wenn ihr, wollt ihr die Erklärung von MC hören? Bittereche. Hm. Ich bin honger. Hm, das war die Erklärung? Würde man DAL schaffen, verkehrst du nicht, Mann, danke. MC schreibt gerade, man bekommt keine Luft, aber man bekommt auch keinen Mammage. Oder es wurde an keine Luft abgezogen. Wie bitte? Man bekommt keine Luft. Äh, uch, uch. Alles, dass er mir die MC-Räume stellt, oder was? Ja, logisch. Was ist die Erklärung jetzt? Man bekommt Luft, aber... Also, Maha kann unendlich tauchen. Man kann unendlich tauchen. Man bekommt aber keine neue Luft dazu. Immerhin. Ja. Ja, ja. Aber, aber, wo ist das Problem? Hä, okay, sicherlich. Das war so nicht intended. Sicherlich, der Unhummer ist dann bald begonnen. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin voll nicht so ein Schnorch hier dran. Also, effektiv müsstest du dein ganzes Morgen mit Eisentüren vollstellen und dann hättest du halt einfach Luft überall. Ne, es geht doch nicht mehr, oder? Ja. Was ist das denn für eine Hotze? Also, nur Fronten im Team. Ja. Lass mal Kanone im Fight bauen. GG. Und alle wurden auf einer Reden-Sauber gesandt. Wenn ich das Event nicht gewinne, dann liegt es da, was übrigens. Also, ihr könnt jetzt alle bitte mal MC-Flame, wenn ihr da seid. Ja, alle. Alle drei. Nur Dustin, äh, S19. Ich muss sagen, dass es mit Big Mac damals nicht okay war. Hallo, das war doch regelkonformes Worgi. Ich weiß auch nicht. Ich möchte an der Stelle... Feier. Feier für den Sport doch nur regelkonformen Worgi ist. Ich möchte bei MC bedanken dafür, dass er uns damals zwei WG-Einsiegen gehackt hat. Das war nicht selbstverständlich. Da muss ich auch mal Danke sagen an der Stelle. Er kommt jetzt. Er hat ja für euch extra das DSP-WG gequerschnittet. Äh, gequerschnittet, Junge. Ah ja, richtig, stimmt. Deswegen haben wir es ja mit Infrastruktur sogar nachgebaut. Ich erinnere mich. Ja, stimmt. Wieso sind so viele Leute denn in diesem Channel? Wer hat das Passwort jetzt alles gegeben? Ja, wer hat das Passwort wohl weitergegeben? Ich hab's nur an dich verkauft, Alessio. Kannst du dich mal rauskriegen, die nicht in Vortex sind? Ich hab's nur an Alessio verkauft. Ja, aber du hast es an Yannothomate verschenkt. Noch viel schlimmer. Ein hat das Passwort, dann kriegt man die Leute, die hier nicht antworten. Meine Güte. Yannothomate, du hast das Passwort weitergegeben. Ah, ich hab's an die einzigste andere Person aus meinem Team weitergegeben. Also aus dem Vortex. Oh Gott, schon vier Tote. Bei BS. Dann bin ich eigentlich wieder dran. Ach, zu, glaub ich immer. Füllstunden. Aber. Ja. Oh, das Warschip auf dem alten Hub. Das mit den Glas jetzt unterlaufen. Oha. Seit der 1 10 standen da die Warschips mit Bespruch Sun dran. Am Ende war der Server down und die waren immer noch nicht da. Als ob das immer noch geht. Natürlich steht das Warschip noch da. Das Warschip ist noch da, das Schild nur nicht mehr. Ja, aber die haben auch kein Bock mehr, äh, Dings. Die haben auch keine Lust mehr auf, ähm. Der einzige Vlog-Server, äh, der einzige Minecraft-Server auf dem ich spiele, wäre es über Seedlines. Danke. Kann man eigentlich, äh, während man da so einen Glasblock in seinem Kopf dann hat, Blöcke platzieren? Nee, natürlich nicht. Du kannst nur den Glasblock abbauen, was Ninja-Player schlauerweise gemacht hat. Dürfen wir das denn jetzt noch machen, oder? Ich glaub. Na, ich überleg grad, ob man eine Schnelllader bauen könnte, während man... Meini, kannst du da bitte die Leute kicken? Oh. Na gut, mach du's doch. Ich streame, Alter. Okay, äh, dann. Was auch Lustiges rumlaufen, die Bodi der anderen kaputt machen. Das ist überhaupt nicht lustig und wer hat mich auf meinem scheiß Boot gehauen hat. Wer hat diese Kackrechte eingestellt? Nein, die ganz ruhig. Ich sollte doch eigentlich die Leute aus dem Teamfell kicken können. Anscheinend ja nicht. Meine Fresse, was... Wir leben in einer Bürokratie, du musst erst noch Papier ausfüllen. Okay. Ich würd' sagen, als nächstes Team... Als nächstes Team lade ich die an und lass mal diesen zwei ausfahrbaren Pickel ein. Ich will gucken, was die... wie die das gemacht haben. Der Name von diesem Typen ist geil, der wird vom Anti-Caps-Lock-Plugin zensiert. Bauen wir jetzt nochmal ein Glas ein oder bauen wir eine Fall-Kanone? Weil es hat gleich... Ja, hier, guck mal, Alter! Zwei Kapp-Linets. Junge, 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 Junge! Ich mein, Disco, du kannst doch auch diese... Dachmassive kannst du locker nachbauen. Ich mein, wenn ihr so'n DSP-Querchen hattet und ihr da was nachgebaut habt, dann könnt ihr doch auch bei sowas auch irgendwas nachbauen. Ja, safe. Aber als ob ich ja heute noch die Zeit zu filmen, was hier bin. Wir hatten nach der WGL einfach jedes WG. Nicht nur von außen. Disco, du wirst unterboten. Oh, guck mal, ich hab schon 250 Plätze bekommen. Habt ihr's geändert? Nein! Nein! Dann mach das mal! Das kann man uns doch nicht mehr merken! Wir haben seit zwei Jahren dieses scheiß Passwort! Oh Gott! Aber der gibt's schon seit zwei Jahren? Ja! Ja! Und seine Arten sind aktiv! Genauer gesagt, seit zwei Jahren und zehn Tage. Leute, Leute, es haben grad zwei Leute das Passwort gekauft. Ich würde euch empfehlen, das zu erinnern. Oh Mann! Ich verkaufe das neue Passwort. Wer hat das gekauft? Ähm, xmlg, hd und kingfeli. Ne. Oh je. Wer, der dich immer in Discoons zu gespammt hat? Ich hab einmal G-Cans braun, aber dem anderen, keine Ahnung. Ist mir egal. Er sagt, dass man hier die ganze Zeit bei dem Stream was schreibt, dass er sich in den TS einkaufen kann hier. Egal, ich hab hier jetzt von den Planets und nichts geboten. Ich würd sagen. Man sieht's ja hin. Free Real Estate. Ja, wenigstens. Ja, ich muss mich halt vorbereiten. Wann sind wir eigentlich das nächste Mal dran? Ihr habt schon gefeitet? Wir haben jetzt nur 10. Wir haben schon gefeitet, ja. Ich wollte ja eigentlich in den Eventplan gucken. Wir haben zweimal gefeitet. Disco, ich seh da hier ein Repeater bei dem Warrior. Ja, also wir sind der vorletzte Fight überhaupt. Sind die Leute aus dem Waterchip noch da? Ähm, Jan und Tomate? Gemutet aber da. Ja, ich bin noch da. Ich möcht mal... Ja, ich seh da... Also Jonas hat mich grad darauf hingewiesen. Ihr habt Repeater verbaut. Vermutlich auch Redstone. Das sieht mir jetzt nicht so wasserdicht aus, muss ich sagen. Das... äh... Ja, aber wenn man keine Ahnung schnell bauen will, dann kann man... Ich hab an einem Abend den Hopper gebaut und der ist wasserdicht. Dann habt ihr mit einem irgendwie angefangen. Was denn? Aber wir hatten uns die ultimative Taktik ausgedacht, eine Fallkanone zu bauen, aber man kann sich leider nicht hoch genug dafür stacken. Wisst ihr was mir gerade auffällt? Na? Wir konnten uns eigentlich aussuchen, äh, gegen wen wir fighten. In welcher Fall Fall? Also halt je nachdem ob wir reinschwitten gegen Vector oder reincrawlen. Ist Vector gut? Ja, die Sache ist, da kommen wir ja gegen unterschiedliche Teams dran. Okay, wisst ihr was mir aufgefallen ist? Ja, warum hast du okay? Ja auch, aber ne Falllupf ist im Endeffekt genauso gut wie ne Shotgun. Weil ob du runterfährst und hochlupfst oder einfach rausschott kannst, ist ja... Ich hab gehört, die Kanonen, die wir gebaut haben bei der MicroFL, waren auch echt toll. Die waren krass. Ja. Das war ein so krasses, krass nötiges Event. Gut, wir hatten... Wir sind letztendlich angetreten. Also, Mensch und, äh, noch so ein anderer Typ sind angetreten. Jamo, ja. Jamo, ja genau. Die wollten aber auch unbedingt, da ich die anmelde. Dann hab ich die angemeldet, dann waren die nicht da. Also ich glaub, wenn ein Mensch einigermaßen ernst gemacht hätte, dann hätte er da auch irgendwas richtig komisches hingeharzt. Natürlich, das ist ein Mensch. Kann mir einer von den Streamys mal wieder das Fly-Game, äh, Spectator? Irgendwie ist der Boden nicht, fühl ich nicht. Also ich kann dir Game Mode eins geben, dann sieht man dich noch. Okay, gut. Was haben die denn da oben gemacht, was haben die ausgefahren da oben? Haben die zwei Kanonen ausgefahren? Ja, es sind zwei Kanonen, ja. Sind das Rausschuss-Krüppeling oder was ist denn da? Jeder muss mich auf YouTube abonnieren. Ich kann mir gar... Ich kann mir gar kein Bedrock geben. Ich mach mal wieder ein neues Video, ich hab keinen Bock, nochmal einen Monat zu machen. Nein, gib mir auch mal Game Mode. Ja, das kommt vielleicht, äh, irgendwann. Ja, mua. Mach jetzt nicht ein Disco, Klotz. Mhm, ja. Gib mir auch mal Game Mode. Du hast keinen, echt nicht? Nee, ich hab keinen echt nicht. Erstmal alle Game Mode verteilen, warum auch nicht? Ihr könnt ja alle bei Költenstein Game Mode kaufen. Einmal kaufen. Ja. Ich kann mir gar keinen Boden geben. Klotz, kannst mir, ähm... Nein. Ich bin ein Team! Hallo! Ja, das macht es nicht besser. Also, aber wozu habt ihr diese Klötze ausgefahren? Das heißt, sie fahren vor allem, was können sie? Kanonen sind das. Was für Kanonen? Gute Frage, ich geh mal von Shotguns aus. Nein, ich glaub irgendwas Rausschussartiges. Man kann oben beladen, ich glaub das ist irgendwie ne Static oder sowas. So ne Antiplayer-Static. Wollte ich jetzt mal scherzen. Sind ja schon Leute drauf. Komm, wir mal gucken, was passiert. DSP würde sagen, Statics hatten wir schon vor drei Jahren. Ja. Die hatten wahrscheinlich auch Statics vor drei Jahren. Das ist so absurd. Vor drei Jahren hatte jeder Statics. Das war 2018. Wenn, vor fünf Jahren. Keine Ahnung. DSP würde sagen, vor zehn Jahren hatten wir schon Wege Alli. Die haben damals schon gegen uns gewonnen vor zehn Jahren, klar. Ja. Krass, ich hab dich eigentlich immer noch nicht so mit DSP angefreundet. Doch, wir sind eigentlich cool. Eigentlich. Das sind alles nur Jokes. DSP, alles, alles Gute Jungs. Die meisten. Das ist ja was nicht so. Ich hab mit keinem von denen nichts Problem. Ich kenn keinen von denen mehr als mit dem was. Ich hab mit Teilen von denen sogar schon mal im Team. Ja. Hart. Du hast eine Fehlentscheidung in deinem Leben, oder? Ey, wir können die Kanonen nicht fixen. Was zum... Hm, das war gut. Das ist ein alter Fakt. Das ist ein alter Fakt. Ach, Karano. Das ist natürlich genial. Wenn die jetzt in diesem... Ja, das war der Kanon. Vor allem, dass man unter sich schießen kann. Ja. Oh, sie haben zurückgeschlossen. Aber sie haben zur Seite geschwenkt. Alter, das Ding ist OP. Okay. Dieser andere Upstab ist das hier gerade. Echt, ich will gegen dieses gelbe WG fighten. Wir würden die so rasieren. Weil unsere Downstabs schießen so hoch, dass sie auch noch auf deren Kanon Downs sachen. Wird's halt echt fein, wenn jetzt dieses Patrouillenboot hier gewinnt. Der eine ist schon tot von den Gegnern als ob. The Bradbeard. Du wirst mal wie sein konntest auch oben mit dabei. Der andere Fress ist was in Tech. Ja, richtig, ganz weit oben. Was verschwende ich hier? Graue Kackwurst auf einem Blasblock. Du reitest in sieben Minuten, als du getriffst. Ja, ich hab gerade das Besuch dann wieder da. Aber ich meine, Jonas und Till sind ja da. Dieser, äh, The Bradbeard. Da ist ja der Vogel, der hier meint, äh, ja, ich muss jetzt unendlich Planets ein bisschen Wurst fahren. Wie geht das überhaupt? Du hast das gar nicht verstanden. Ja, du bleibst einfach in der Runde drin. Ja, du bleibst einfach in der Runde drin. Wir werden da einfach mal reingestellt mit wem anders und dann halt, äh... Ja, genau. Kriegst du was über die Zeit-Planets? Ja, ne, guck mal. Wenn die Zeit abgelaufen ist, gibt's halt auch, ähm... Ach so, das ist halt direkt für die automatische neue Runde. Ja, genau. Oh mein Gott, wie dumm ist das denn. Strong. Na gut, eigentlich ist das schlau gedacht. Aber man hätte jetzt... Aber da... Ja, man muss halt immer mit Idioten rechnen. Ja. Ja, ist halt nicht Idiot. Die Premium-Variante ist halt, du killst dich sofort selbst. Das geht dann schneller, musst aber halt nicht AFK für sein, so. Kannst du nicht einfach so ein Skript schreiben, dass du dich die ganze Zeit automatisch selbst plängst? Aufwollst? Ja, du musst dich ja nicht umbringen, du musst dir eine Rakete hinter dir platzieren. Ja, aber mit YouTube-Reinkern solltest du den Start machen, das heißt, unendlich Planets. Ja, richtig. Ich hab das Gefühl, ich sollte mal wieder ein Video veröffentlichen. Jaaa. Das haben wir dann schon. Ich sag immer noch, ne, Morgennachwuchs, neue Folge. Das hat ja wirklich was. Nein, reiß die Klappe nicht zu sehr auf, wie es drückt wird. Bitte, mach einfach ein Video über Vortech. Den, den ist Track. Nee, ich hab FPAL 3 noch, aber man hört, dass ich das genau einmal eingerappt habe, ich hab das vielleicht besser gemacht. Ja, der war. Den ist Track überhaupt irgendwann nach, oder? Was denn? Was? Was? Leider ist meine Festplatte mit den guten Songs ja weg. Was? Sowas wie Bumblebot Cover und so. Ja, die ist noch schon vor Jahren weggegangen. Die Platte wird einfach komplett im Arsch. Bei den wichtigen Dingern immer Kopien machen. Ja, 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 ich weiß. Ja, das ist das. Jetzt baut ihr hier eine Fallonone. Passiert das hier in dem Fall auch nochmal irgendwas? Ne. Es ist eigentlich nur warten, bis Disco anfängt. Ja, das ist eigentlich schon so. Wenn ich weiß, ich war, bin ich auch auf. Ja, der erstmal loslegt. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ihr habt schon Prefering. Man kann schon rein. Ich bin auch schon hier im Team jetzt. Perfekt. Man kann schon rein? Oh, das bin ich schon da. Jodas und Tiloks sind da und du nicht, Disco. Läuft auf jeden Fall. Ah, natürlich. Ach moin. Wenn ich jetzt die Lightning Ball abbaue, ist das dann gut? Wenn ich jetzt die Lightning Ball abbau, ist das dann gut? So, hier ist der Interessante das halt. So, ich werde euch erst mal zeigen, dass Champion Run hier hinten noch. Ah, jetzt mal kurz. Ich sag mal, wo man gewinnt. Alas von Bist du eigentlich YouTuber? Ja. Kannst du mir eigentlich Creative geben, im Fall? Es geht theoretisch, ja. Vermutlich, ja. Okay, wie viele Plenst möchtest du eigentlich? Du kriegst eine 50 und du kriegst 21 Plenst. Oh mein Gott, das ist jetzt schon. Kannst du eigentlich überall rumfliegen? Ja. Das heißt, du kannst auch so Splash Potion of Water Breathing und sowas. Ist ja leider deaktiviert. Achso, okay, kann ich noch nicht, schade. Die wissen auf jeden Fall, wie man Downsteps einstellt. Was haben denn die Gäger so? Alles. Die haben Statics. Die haben eine Dachbreitenstreu, ne? Oh. Zwei, ja. Was machen wir jetzt direkt? Das ist ne gute Frage. Wo haben die denn die Breitenstreu? Oben in der Mitte. Ja, du killst die mit deinen Wölkchen. Ja, was machen die denn? Also, ist das ne Downstep-Breitenstreu, oder? Ne, ne, einfach Wölkchen. Ist genau wie deine. Aber schießt wahrscheinlich über deine Arteschild drüber. Das heißt, wir gehen hier an die am Anfang zu zweit und dann ist die weg, oder wie? Stell ich mir das vor? Ja, entweder wir machen die Risky-Taktik, wo wir halt die hier beladen. Oder wir gehen halt vor an die und machen halt die Bilotaktik, genau, um die zu killen. Ich hab's Double-One geschafft. Hey, wir machen auf jeden Fall nicht die Bilotaktik, wir gehen hierher, zu dritt. Der eine macht hier. Ja. Ja. Das ist ne gute Idee eigentlich. Ja, gehen wir zu dritt da hin. Alessio, bist du auch im Team? Ja. Wir fighten jetzt alle mit. Alessio, wir fliegen gleich rüber und bauen wir den Block ab. Das wird sein, ja. Aber wir haben kein Team, ist toll. Ich frag ja Buffy, ob wir alles zu kurz ausleihen können. Ne, wir brauchen den in 10 Minuten. Mich könnt ihr ausleihen, mich brauchen nicht. Die Tischkanneklöcke sind toll hier hinten. Ich stell mein Team halt während der FN zusammen. Die haben extra ins FAQ geschrieben für die nächste FN, dass man das nicht mehr darf. Ach man. Ja, wann ist die nächste FN? Im Juli. Morgen? Keine Ahnung. Im Juli. Es muss halt Bart wieder kommen. Nein, für Juli. Wir haben ja eigentlich noch einen Fighter. Ja, schreib ihm doch mal. Dann kann du in einem Team seit Start. Soll ich mir einen Strike-Account holen? Ah, ja. Das ist vielleicht über Gameboard. Splash-One. Ja, auf geht's. Und Watership hat gewonnen. Als ob. Ach, du Scheiße. Watership ist weiter mit dem Ding. Also ich finde, du hast die Taktik. Ja, ich bin so spät. 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 Das ist ja ein wenig mies, wenn man so wieder, wie ihr sagt, bei Rising Tide-Snap rein nimmt. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen mies. Wie doppelte Side-Snap-Kill. Ja, doppelte Side-Snap-Kill. Ich weiß auch nicht, wer erwartet hat, dass sie da Side-Saps verbauen in ihren Teilen. Ja, eben. Okay, Bernd. Bernd, folgendes ist die Taktik, ja? Okay. Also drei Leute gehen an die mittlere, auf der Stream wir die Taktik, stark übrigens. Ja, ja. Die Punkt ist die, egal. Ihr könnt auch ein neuer Teamchen schreiben mit Hashtag und Bonn. Slash One for Fn. Die drei Leute gehen an diese Kanone, einer macht halt quasi Tribes, einer macht folgt Tide. Machen wir nicht vier Leute? Junge, einer hat den Sand gedroppt, seid ihr dumm? Hab ich die kaputt gemacht? Hab ich die kaputt gemacht? Wie kann man das nicht gehen mit Pace-Fehler? Sag Buffy, was sagst du dein Pace? Junge, 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 Junge. Warte, schreib hier kurz. Sag ihm nicht, dass ich die kaputt gemacht hab. Sag, es hat einfach gelaggt oder so. Ist falsch Pace-Fehler. Oder so, nein. Als ob die den schauen. Sag einfach Pace-Fehler. Dann müssen wir noch mal ne neue Scherm einschicken, dann bauen wir die 12 Loft ein. Also der Hummer sieht eben voll süß aus. Ja. Die Scheren sind super, ja. Ich hab ihm geschrieben, tut euch. Aber ich sagte, ein brauner Hummer. Stimmt, ja. Ja, natürlich. Ist ja ein Kampfhommer. Ja. Ach du Scheiße. Allein so riesigen... Also die Proportionen haben schon was, muss ich sagen. Pass auf, nächstes Mal treten wir mit ner Bärratter an. Ich seh doch nix, was ist denn das hier? Ich komm nicht raus aus der Kanone. Ja, völlig, völlig. Ich hab ne Idee, beim Tier 4 Event kommt die Hunger SFR. Heißt immer noch Tier 3. Ja, da heißt Tier 3 ohne SFRs. Ja, es heißt Tier 3. Es gibt nur Tier 3 ohne SFRs. Geist, da war's nicht genauso. Schuss. Egal, wurde von Rufi geklaut. Sehr gut. Was braucht die Chip für's? Mehr wurde geklaut. Der wär episch. Egal. Egal. Ja, das Ding ist, der gewinnt Watership, bei dem ich nach unten treffen könnte. Bernd einfach wieder gebannt. Was los? Was los? Ja, danke. Kann ich zu Disco? Disco sagt ja, aber... Wir fixen das, sagt er. Guck mal, guck mal, er fixt das. Guck mal, das ist nett. Also Bernd, man macht die Kanone eben schnell hinterher an und wieder aus. Ja, ich weiß auch. Mit den beiden sind recht cool. Vielleicht den Tisch grad kurz anklicken. Was ist denn geworden, ne? Alessio, du musst mit uns gleich noch fighten, ne? Denkste dran. Die Kaffee, die werden... Wasser replayt. Passt, passt. Definitiv. Ich weiß nicht. Wir haben jetzt einen zweiten Bildschirm, wie es geht. Wofür überhaupt. Wenn du Bufi anschreibst, kann er mich dann auch noch mal zur Not hinzufügen. Alessio, wie so zwei Bildschirme, wo man auch einen großen haben kann. Ich hab das Gefühl, Wofis Geduldsfahren mit unserem Team ist ein bisschen am Ende. Okay, also das Ding ist, drei Leute gehen hier hin und einer geht einfach an die Wölkchen davor, okay? Okay, jetzt mal so, wenn er einen Schuss da reinkommt, dann sind wir alles hier an. Ich will sehen, wie hat Bernd die Gegner holt. Junge! Hä? Besten Hundblech da im Hintergrund. Hallo. Warum hattest du Destiny's Teamblech da im Hintergrund, hä? Okay, wer geht an die Wölkchen und wer macht quasi den harten Job? Ich mach den harten Job, vorne will viele Links. Nee, nee, vorne. Okay, also einer muss vorne quasi die Downtribs, einer macht die Ethnicottile. Dann mach ich Wölk. Okay, ich mach die Treibs einfach und drück dann ab. Wie viele Downtribs? Zwölf oder was? Also sechs? Ja, sechs, sechs, genau. Die wollen alle im Chat, dass ich mitfeite. Ich feiere es. Ja. Was ist mit uns? Hallo? Ja, ich mache alles. Könnte vielleicht mal... Ah, schade. Egal. Egal. Es ist Wasser, es ist quasi ne Wasserrutsche. Oder nicht? Ohne Rutsche, aber mit Wasser. Oh mein Gott, ja. Objekte aus. Welche Frage ist, kann man auch, wenn man im Fight ist, mit den Booten fliegen? Weiß ich nicht. Ich hätte es gefeiert, wenn der den Hummer in Pink gemacht hätte. Der Hummer ist aber Ort, okay? So, wir beobachten jetzt die wilde Hummer-Spezies, wie sie ihre Wanderung antut. Ja, no. Man setzt das Booten. Okay. Okay. Das macht... Einfach auf beide Seiten achten. Also insgesamt 13. Okay. Okay. Das heißt, ich habe keinen Zeitdruck, weil er muss mehr beladen. Ja, naja. Es ist wichtig, keinen Zeitdruck, weil das Ding auch Delay hat, Jungs. Ja, genau. Ihr könnt auch wie mit Bow schießen, wenn sie es beladen, aber naja. Okay, wir packen das Jungs. Ja, wir packen das. Die sind vorne an der Knoten und sie laden auch schnell durch. Oder danach einfach spielen soll. So, die Spannung steigt, wenn wir wen gegen behören. Okay. Dega finde ich mutig. Hä? Ich kann nichts placen. Ich kann auch nichts placen. Ja, wow. Ich kann nichts placen, nigga. Hey, ich kann hier nichts placen. Das AD-Schild, das AD-Schild. Oh. Kann ich abdrücken. Mach das TNT dann weg. Hä? Man kann an Real Talk nichts placen. Man kann nichts placen. Ist Dopplack daran auf eurer Seite? Ja. Aua. Ja, das ist natürlich ein bisschen belastend, muss ich sagen. Oh Gott, die sind Profis. Ja, ich wurde gehittet. Und es gibt kein Wasser da. Ist natürlich Play. Stoppick. Ey. Hä, ich kann halt nichts... Ich komm nicht mehr aus der Kanone da aus, weil ich nichts play... Ist doch schrecklich weh. Lol. Lol. Ich... Ich... Ange dafür. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, dass die Stop-Lag anlassen. Oder kann nur Tildos und ich nichts placen. Ich konnte auch... Ich konnte nur auf einer Seite der Kanone was placen. Jörg, kannst du da wieder rauskommen? Komm nicht mehr raus. Ah. Ja, sicher. Ich auch. Weiß ich nicht. Ich kann nichts placen. Ich konnte die Wölkchen bis auf ein TNT beladen, aber dann könnte ich die Trap-Doll nicht nehmen. Ich konnte die Tribes machen, aber ich konnte halt nur eine Politik hauen zum Beispiel. Ich bin richtig im Boden. Unentschieden. Das war jetzt schon wieder... Ja. Hm. Krass. Aber jetzt kann ich mir deine WG von oben angucken. Das hat auch Vorteile. Au. Nein, ich will die raus. Okay. Also an alle Stream-Zuschauer vom Regenerischen Team. Diesmal sind wir wo ganz anders. Ich würde an eurer Stelle euch in die Mitte des Dachs stellen und erstmal beobachten. Ja, ich auch. Ja, wie viele Leute sind gerade auf PP? Unser Fight wird schon... 94. Aber actually mit den Timings, das hätte sogar funktioniert. Ja, ja. Wir fighten jetzt gegen Vector. Aber ich muss erst kurz die Antwort von Discos Fight sehen, die wir das machen. Ja, ich will auch... Ja, genau. Ich will auch fighten. Ja, wie viele Worte ich fighten? Ihr könnt gerne in einen anderen Channel gehen. Hm. Ne, Taktik über Taktik wird ja auch. Ja, Taktik im Stream besprechen kommt immer gut. Ja, wenn wir anfangen, gehen wir dann über den Channel. Wir möchten ja alle nur Discos, politische Eskapaden hören. Buddy, left your channel. User, left your channel. Ja. Die AfD ist mir ein bisschen zu längst. Ich fühl's übrigens immer noch richtig dreich. Ich weiß nicht, mein ich einfach nicht dazu geschrieben mag im Forum. Ja. GG. Okay. Ich hätt auch einfach ganz FP bei mir zuschreiben sollen, so egal ob sie online kommen. Mach mal rein. Ist doch egal. Würde ich einfach alle Leute auf Planet bei dir anmelden? Dann hätt's ja dazu schreiben können in Klammern, vielleicht kommen nicht alle. Punkt. Subject to change. Entscheide ich vor Ort. Ich dachte halt echt mehr vor, Kinder schreiben mich an. So, ich hätt die auch mitfalten lassen. Ja, ich glaub, du wurd ein bisschen discouraged dadurch, dass du gesagtest mehr als einen Satz geredet. Ja, ich hatte halt Angst, dass mich zu viele anschreiben, als hab ich halt zu wenige angeschrieben. Du hättest einfach sagen müssen, und jeder, über den ich mal einen Disstrack geschrieben hätte. Da hättest du mehr Leute mit abgedeckt. Ja, aber wie erst hat er schon einen Line-Pile genommen? Alle, die das noch wissen, die gibt's eh nicht mehr. Was? Ja, die noch wissen, dass es über sie einen Disstrack gibt. Muss man kurz mal den VPN deaktivieren, eine Sekunde. Ja. Ich glaub, mein Ping ist deswegen nämlich im Arsch. Ah, das ist gut. Ich hab einen stabilen Handlatter Ping, der ist immer gut. Ja, du Ossi, bei dir wundert mich das nicht. Aber guck mal, dieser Name ist zu kurz, oder was? Beziehungsweise nicht zu lang. Super exquisite Yoga-Bosse? Naja, es muss halt irgendwie auch sexy hinauslaufen. Also ich bin Fan vom Hummer, ich sag's, es ist was Tracks. Bei den Reden. Was ist die Abkürzung von dem Team? Hat die nicht ne... Bei den Reden. Das ist halt sexy. Also ohne Ehre, oder? Also die Abkürzung ist einfach ne SXY, oder was? Ja. Hä, wieso hast du hier die Traptor hingemacht? Mit der ist so einfach. Ja, weil ich das ja auch schaffen musste. Ja. Ach, MC Schweizer wieder. Nein, ich bin gefallen. Ah, scheiße. Ey, ich schaff's den ersten Job nicht. Ja, Proof. Ja, jetzt starten, please, ja. Ich hab eine Welt rüber, wo ich die Bedwars Network Jump Runs gebaut hab. Bedwars.network? Nee, 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 nicht Network. Hier, Bedwars. Ah, scheiße. Ach, scheiße. Ich hab ursprünglich noch einen zweiten Teil des Jump'n'Runs, aber... Äh, dann kam die Krone. Ja, wir sollten auch werden hier. Dann kam das Warrior, was the fact. Ja, genau, ich hab erst den Oma gebaut. Ich weiß nicht, wollen wir denn noch keine Mannschaft zum Oma machen? Wann geht's eigentlich los? Warte nicht, hat irgendwer wieder Sand gedroppt? Ne, ne? Okay, was geht los? Hä, was wird da für ein Sand gedroppt? Hier, dann schauen wir mal bei euch. Eine Kanone aus mysteriösem Komplex, muss man so sagen. Wir müssen wissen, deswegen, äh... Ist die krüpplig? Nein. Es ist einfach nur das Strand-Feeling, ist der da. Strand-Feeling, ja. Das Strand-Feeling, wenn man auf so eine Krabbe tritt und das so schön knackt. Wir haben halt weder Redstone noch Repeater und so. Also nichts, das weggespielt werden kann. Deswegen muss man manchmal kreativ werden. Ich wette tausend, das ist die krüppligste Downset, die ich jemals gesehen hab. Ah, da wette ich dagegen. Irgendwie, ich hab schon letzte Zeit NBG-Folgen gemacht. Ich hab's auch. Äh, die Downset nehmen ich trotzdem übrigens rein. Aber die schaut er nicht an. Hat er etwa mal Videos nicht gesehen. Guck mal, guck mal, sie ändern, sie ändern ihre Taktik. Sie machen jetzt die andere voll. Welche machen, sind sie in der Mitte noch? Ja, das ist... Ja, rapscheiß auf die Böckchen, Alter. Gibt ja keine Mitte, es gibt ja nur links und rechts. Okay, klar, wir packen das, wir packen das. Wehe, das kann man schon hier nicht beladen. Ist mehr... Es muss eigentlich nur noch passieren, dass jemand das vorher falsch rumpastet. Das gab's doch nicht. Das kommt morgen im Finale, komm. Egal, was machst du denn? Wölkchen! Wie oft eigentlich noch, dass das kein Finale morgen ist, sondern heute? Also euer Arti-Schild ist ruled. Und ihr habt die Gegner gekillt, Alter, das... Alter, krass. Okay, ich geh an die mittlere wieder, aber bitte macht keinen Scheiß. Schießen Sie sich gut, dann läuft unten gerade Wasser aus bei euch. Boah, was? Das muss so, das muss so. Oh, wir haben unten... Der Lüpfschaden, Alter. Ich schieß doch nicht mehr. Hm. Überall oder nur bei der mitte... Muss man die entpacken? Oh, wir brauchen ja den Auslauf. Überall. Ja, das ist nicht so wild. Okay, dann schauen wir mal wieder zu Wort. Die Wölkchen sind down, das ist frech eigentlich. Alle Kanonen sind down, sag ich jetzt noch nicht. Aber da kannst du nicht mehr laden. Nee, geht's noch nicht los, okay. Wir brauchen auch einen Zaun. Aber wir müssen die reparieren, Bro. Äh, okay, das wird nichts. Wieso? Guck mal. Ja, guck mal, hier fällt die Auflage, Blöcke. Ach so, ja, das ist ein Argument. Ja, das ist kritisch, ich weiß. Aber ich gehe einfach mal hier weg. Ey, wir gehen jetzt einfach kurz campen und dann machen wir Invasion. Ja, machen wir. Alles auf die. Baut euch zu und dann... Ja, da werdet ihr gleich gelupft, wo ihr jetzt seid. Ah, kritisch. Ja, dann gehe ich nochmal aufs Loch. Aber hinten halt. Ich wohne jetzt einfach bei der Tischkante bleiben. Wie ist Wasser eigentlich? Wie hoch? Ah, wir haben uns geriedelt. Äh, nein. Das Wasser ist noch... Keine Ahnung. Wer, du verratst jetzt. Ah, stimmt, man kann ja einen Tischkantehut aufziehen. Wie zähl. Aber jetzt verlierst du Rüstung, ne? Aber dann verlierst du Rüstung, ne? Aber mein... Das Glas gibt ja Rüstung. Das Glas gibt ja Rüstung. Das Glas gibt ja Rüstung, also... Ja, das wollte ich gerade sagen. So viel verliert man da nicht. Junge, was? Du hast hier die Bowfight Attention auf mich, aber ich bin der 6. Bowfighter. Ja, komm, geh einfach hinten in den Glasgang. Lass dich doch nicht umbringen. Okay. Du ziehst auch keine Attention auf dich, du musst nicht treffen. Aber ich hole mir auch einen Tischkante-Compack jetzt. Okay, also die Taktik ist die folgende. Wir kommen alle hier in die Ecke und wenn die ankommen, dann äh... werden wir sie einfach töten. Einfach die auf die Kante. Die wissen dann nicht wer wer ist, wenn wir die Tischkante aufhaben. Ja! Ja! Ja, weil wir keine Name-Ticks. Wir sneaken gar nicht. Und weil es sich auch völlig egal ist, wer wer ist. Ja, true. Okay. Alles klar. Ich bin bereit. Hat jeder eine Tischkante gehabt? Ja. Ja. Oh, oh, oh. Die schießen hier rein. Oh, oh, oh. Guck mal. Ich guck mal, was Meinen hier sind. Mal gucken. Nee, ist immer noch ein Pairing. Da ist noch nichts. Ich hab mal einen Scheiß weggeleucht haben. Aber müsste jetzt gleich los... Ah ja, also... Leute, ich weiß, der Pairing ist los, aber ich muss mal bei Vortex zuschauen. Ist echt so, ne? Tut mir leid, Disco. Der ist einfach spannender. Wer warst du Pairing mit? Ja, ich weiß. Ich lief einfach unten. Achso, nee. Die Auswahl waren Kanonen bei Desperados waren breiten Streu zum Player-Kill. Aber leider kann man sie wegen des Plugins nicht beladen. Ja, gg. Du hast, ähm... Du hast das nicht ausgepanzertes Vorgi, da bin ich wirklich stolz. Naja. Ich geh einfach mal in die Brücke, oder? Dann wieder hochkommen. So, jetzt geht's los hier. Gegen das Server-Team. Ich möchte an dieser Stelle auch mal auf die exquisiten Wasserstandsensoren in diesem Vorgi aufmerksam machen. Oh, fuck. Ich weiß nicht, könnten unsere Dinger eigentlich auch Let's Showen nehmen, ne? Ja, aber... Doch, kann man eigentlich. Also die F... Die Flugstich sollte man nicht zeigen, da ist das Public. Jetzt hast du verraten, was wir drin haben, du Sau. Weiß eh jeder. Ach, scheiße, die Leiter ist weg. Ah, kretel. Da können wir ja zum Schluss noch zwei Kanonen-Let's Showen. Juhu. So weit hab ich nicht gedacht, um alles zu sagen. Ja, klar. Die wissen sicher nicht, dass ich hier bin. So, jetzt bin ich gespannt. Die haben ja eine mittlere Arte hier. Also das könnte tatsächlich was werden, wenn sie jetzt den Dispenser anmachen würden. Nein, das bringt nichts. Also, guck mal, die mittlere Arte ist so gebaut, dass sie zwei Punkte hier trifft. Na, geh hier... Ja, okay, jetzt wird geschossen. Aber die haben halt das Arte-Schild gut gemacht. Doch, 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 doch. drunter abbauen. Wann können wir eigentlich lieber? Erst wenn das Wasser oben ist, oder? Und dann, dass du schießt und sie haben sie gekillt gekriegt mit den Luftstehs. Haltwärtskante. 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 Ja, er ist nett, gut. Zwei sind nett. Lass euch nicht killen. Also wenn die Freiluft überleben, dann haben wir eigentlich zugefühl gewonnen. Und Paulus schießt nochmal? Kriegt er denn damit gekillt, ist die Frage? Nein! Jetzt muss er nochmal schießen, ganz schnell, bevor der den Schuss auswirkt. Das ist ja sogar spannend hier. Warte ich mach mal an, ich guck mal was noch kommt. Spannend ist das, ja. Oh, der hat zu wenig Treibs geladen. Ja, gar nicht. Jetzt hier immer noch nicht. Der muss weniger Delay machen. Die andere Verkabelung wurde weggelupft. Nein, oh. Oh. Oder ein Luftstich da, wär halt krass, ne. Die Frage ist halt, hätten wir ein Wölkchen reparieren können. Ah, die Luftstich da unten wird nicht beladen, okay. Also das ganz, das links hier vielleicht ist. Ja, aber die Luftstiche ist das zweite von der Welt. Hm. Ah, nein. Das VRS kannst du auch nicht mal benutzen. Tainter steht da am Ausguck, okay. Weil ich sie gekillt wäre, gehe ich lieber wieder rein. Und meine Belähti Flugstich. Ich schieße einfach hier, Baufeier. Vielleicht darf ich da rein. Starb-Planets wird das Ding nicht und Wattech Channel 2. Ach Gott, nee. Herr Kartenstein, sind die beiden LS von dem, äh... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du kannst mal hinten nachgucken, wir haben ein Handfenster. Wilp! Christoph, komm her! Was sonst? Wer ist der echte? Ah, die sind auf jeden Fall abgesorgen. Ich weiß nicht, ob die dadurch sterben auch. Ja, nein. Wir wüssten eigentlich schon sein dir alles. Wer ist der echte? Hatte, Bege hatte oder einer beben? Wieso? Oh mein Gott. Wir haben noch ein Spieler gefunden. Wir sind das Team, dass ich Spieler auch im Feind dazu holen. Das Einzige ist ja in der ganzen VG-Historie. Womit schießen die denn? Oh, jetzt hat sie den gekillt gekriegt. Und da ist die Arti tot. Welche Arti? Unsere Arti? Ne, von Vector, die. Nimmst du eigentlich auf, Philipp? Ne, 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 ich hab überlegt. Der Moment hätte es verdient. Da steht ja jetzt in der Ecke der Valiradi. Oder wie der heißt. Und das ist auch der letzte von denen. Soll das ein VG-Logo sein? Ja, ich baue dir hier gerade eine Treppe, Jonas. Aber guck mal, wir haben doch so einen Gang nach vorne. Wir können doch gucken, was da geht, oder? Weil, bevor die anfangen zu schwimmen, können wir sie ja im Wasser einfach. Ja, genau. Lass alle nach vorne in den Gang gehen und dann rüber mit den Booten, oder? Ah, schau, okay. Oh, ey, lass mal weggehen. Okay. Ne, 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 Haben wir noch Slaps, haben wir noch Slaps, oder so? Ja, das, äh, Betondesign an der Seite. Kann nicht alle in mich rein? Oh, oh, nein! Die Freiluft-Adis haben sich gejagt und beide kaputt gemacht. Was ist das denn? Hat er keine Treibs geladen, der Alessio? Und der sagt nicht, ja, das ist... Unser Ziel ist, wir gehen... Wir haben beide Freiluft-Adis gekillt, dadurch, dass sich die eine gejagt hat. Ja, okay, jetzt könnte doch die Fluchtstiche leben, von der Höhe aus her. Und dann haben wir quasi von... Ja, aber beim Gegner lebt ja noch eine. Warten jetzt einfach, dass geentert wird. Ja... Oh, Scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Ja, schau, schau wir mal bei... Bei Disco vorbei, oder? Raus, 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 raus. Ja, ich glaube, ich gehe nicht mehr in den Gang. Was, was geht denn hier bei euch? Ja, die schießen auf dich, pass auf. Weg hier, weg hier. Oh no, ich ess auf. Bau doch den Block über dir ab. Ich bin dabei. Komm, Jonas. Da haben wir auch kein Leben verloren. Easy, easy. Wollen wir mal den Block aborten? Ja, ne, nicht jetzt an Lauf. Los, jetzt PvP, Leute. Jungs, hab ich's gut. Super. Aber irgendwer muss, äh, eins schützen quasi. Wo sind alle? Feierschutz, meinst du? Ja, genau, dieser. Alter, jetzt vercampen sehe ich jetzt hier, Alter. Das gibt's doch nicht. Egal, das sehe ich nicht ein. Aber ich kann wieder reinschwimmen, warte. Ich gehe einfach auf die andere Seite. Was zum Geier macht Alessio hier? Nein, 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 fuck, fuck, fuck. Ja, was macht ihr denn? Ja, ich bin nicht mehr im Gang halt. Ja, ich merke auch. Boah, ich kann nicht rüber. Wo seid ihr? In Hinterburg, einfach irgendwo, oder was? Ich brauche hier ein Schild. Wie lange kann man rüber tauchen so halb? Ja, das haben die Typen im letzten Fight geschafft. Wenn ich jetzt ganz rüber an den Rand der Arena gehe, dann sehen die. Ich weiß nicht, wenn du ganz an die Border schwimmst, dann kannst du ein Boot droppen. Man kann Leute auf dem Boot rücken hauen. Ich habe auch ein Boot selber. Ich habe da auch ein Boot. Tschüss. Man sieht sich dann. Also, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich ziehe meine Rüstung aus und wir gehen am Rand zusammen, als wir echt Zuschauer. Ja, warte, ich mache das auch. Tschüss. Okay, perfekt. Ich bin schon mal... Warte. Du lockst das Leben am Limit, was du da machst. Riech doch ein. Du musst die Rüstung noch rüberbringen. Ja, ich weiß, die Rüstung ist so. Ja, du musst die Rüstung wegmachen. Warte, Disco, ich fang mit. Ich wollte die halt nicht komplett droppen, die Rüstung, weil das halt schon Armor gibt. Ja, 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 aber ich weiß. TNT, das koste Sünde. Ja, mein Rüstung liegt eh irgendwo auf dem... Äh, ein Wort. Ich bin ganz unten. Was? Hey Junge, was? Ich bin einfach vor dem WG gespawnt. Was? Warte, mach mal. Warte, mach mal. Hilfe, ich bin einfach vor dem WG gespawnt. Nein, kannst du nicht, kannst du nicht. Sicher nicht? Ja, sicher. Ich bin einfach vor dem WG gespawnt. Was ist denn das? Ja, das ist WGK. Also, ich mach jetzt einen auf Zuschauer. Ich geh jetzt ganz anderen, ne? Ich würde aufpassen, du bist beschossen. Ja. Immer noch. Was ist das für ne Scheiße, Jungs? Wer hat denn raus gedacht? Hm, ähm, Alessio? Scheiße. Ich bin einfach vor dem Scheiße gehen. Ich bin auch vor dem WG gespawnt. Ja. Mein Boot ist aber noch hinten. Mein Boot ist weg. Nein, nein, das schwimmt hinten. Das ist da auch noch, ja, ja. Oder es, oder es ist auch, es ist auch so geregelt, dass wenn ihr euch zu weit entfernt, ja, ist es... Ja, vermutlich. Aber was ist das denn für ein Rotz? Ich bin doch nur Boot gefahren. Ey, wir machen ja kein Boot. Ich mach dein Boot kaputt. Boote, Boote, Boote. Wenn ich jetzt gleich wieder nach vorne geboren bin, ne? Alles wird gleich wegen Leckerzeugung gebannt. Komm rein ins Boot, rein ins Boot. Schau ihn dir mal an, was ihr hier macht. Nein, ich bin schon wieder vor dem WG. Egal, ich geh jetzt auf Angriff. Ich geh jetzt auf Angriff. Scheiß drauf. Ich bin eh gleich tot. Warte, was macht er das hier? Ja, in dem Fight drin. Egal, ich fang ganz tot hier aus. Ja, komm. Junge, wenn ich... Ist das vermeintlich gewesen, den Chat? Ja, hab ich. Pass mal einfach vor den Scheiß-WG. Was ist das denn? Ja, die kommen alle in den Killen dann jetzt. Ja, fech. Kann ich hier wieder einschwimmen? Ah, guck mal. Nee, geht nicht. Aber vielleicht, wenn ich ins Boot wiedergehe, vielleicht werde ich dann wieder geprägt. Ich muss mal kurz den Boot nehmen. Gehen die erst dann gleich alle rüber und... Wahrscheinlich, das ist einfach nur einer. Wir können ja mal reinhören, dann gehen wir mal rüber zu ihm. Könnt ihr auch nicht weg? Nee. Ach, entern. Oh. Jetzt hören wir beim entern zu. Ja, pass auf hier, guck. Ich liefere dir jetzt Gameplay. Alter, guck mal hier. Paulus im Lowrider unterwegs. Ja, ja. Das sieht so komisch aus. Na, gehen wir gleich wieder hoch. Es lag. Ich gebe Hits. Haarfleisch. Oh. Kriste nicht. Alter, was machst du hier? Oh. Ah. G-G. G-G. B-Buddy left your channel. Easy. Wieder hoch. Channel switched. User joined your channel. Das war doch, ähm, Fall. Easy winnungs. User joined your channel. User joined your channel. Da. Ja, war ich dabei. Schass drauf. Okay. So, deswegen. Jetzt. Junge, ich wurde einfach wegtippelt. Kein Wunder, dass ich verliere. Ja, gut. P-P ist schuld. P-P ist schuld. Ja, Ugo und Jonas sind die ganze Zeit immer vor dem WG gespawnt. Ja, das war echt cool. Ihr habt dann auch schön auf uns geschossen natürlich. Was lief schief? Ja. P-P lief schief. Naja, whatever. Ihr packt das, Jungs. Äh, ich würde sagen, Sieger der Herzen. Und hoffentlich für den Design Contest. Bist du da weiter? Mit null siegen und weiß ich nicht. Ach ne, null. Schade, schade. Naja. Versuch's was wert. Aber, ich sag's wie es ist, ihr stimmt natürlich alle für mich für den Design Contest. Ne? Oder wer auch immer auch stimmen darf. Ist mir auch egal. Ich weiß auch nicht, wie die das regeln wollen. Ey, der Hummer ist Legende. Der muss gewinnen. Du seh ich das auch. Ja, Disco, zeig uns doch den Hummer. Wollen wir Let's Show machen jetzt? Genau, genau. Der Fight hier ist eh langweilig. Der von dir gewinnt EBS wieder. Wollen wir auf Mine-Bau gehen? Ne, auf Mine-Bau steht es mit Tech rum. Da spaw ich nur in einem Haufen Technik. Lass es auf Mine machen. Da steht gar nichts rum. Also generell auf Mine-Bau. Ja, oder Disco. Ja, add mal. Gib mal Add. Ich muss Minecraft nochmal starten. Ich war schon dabei rauszugehen. Wer ist das geliebt? Alessio. Ne, der ist gar nicht willkommen wieder. Habt ihr euch doch alle schon zu Wiltertape 5 vorbestellt? Was ist das Wiltertape 5? Ja, das wurde angekündigt. Kannst du jetzt bestellen. Auf Cornels orminöser eigener Website. Nicht auf Amazon. Oh, das klingt gar nicht gut. Das klingt nicht gut. Ich hab's auch noch nicht bestellt, aber vielleicht mach ich noch das nicht. Weil ich mein, so Box-Inhalte wie ne Geldklamme und so sind bei mir halt schon täglicher Gebrauchsgegenstand. Das wird halt nicht mal gezeigt, wenn man zu Wiltertape 5. Ich dachte zwar, das ist der Trailer auf seinem Kanal. Alphamusic Empire. Wir können auf den Trailer zusammen gucken. Ja, ne, das ist off-topic hier. Gar nicht gut aus bei der Website. Ein anderes Mal. Nicht so gut. Ah, das Cover ist eigentlich ganz nice. Okay. Oh. Add. Carl. Nein. Ey, ja. Wie heißt der andere von euch nochmal? Meini. Unterstrich. 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 Keine Unterstriche. Ja. Meini mit zwei Unterstrichen schon vergeben. Ey, aber das sah scheiße aus. Im Gegensatz zu dem Namen meinst du jetzt? Ja. Der hieß mal MeinBilder 3011. Der war zu lang eben. Deswegen hab ich den ja geändert. Ja, okay. Verstehe natürlich. Gm1. Gm1. Alter, hier. Gefludelte Kanone. Ist episch. Hey. Wer ist denn neu für Let's Show? Ja, ja. So, jetzt äh. Geil. Perfekt. Okay. Es war WTZWG. Komm ich auch noch auf? Ja. Nein. Hey, nee. Peter. Ich kann dir ja den Stream schauen. So, ne? So. Ey, Disco. Sag mal. Wo ist der Eingang? Okay. Du musst vorne anfangen. Okay, okay, okay. Okay, okay. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Ortig-Kanal. Hallo. Ja. Mach jetzt mit Ciao. Darf ich noch die Logs rum? Genau. Also. Für mich ist der Eingang mit der Leiter, für dich ist der mit dem Jump'n'Run. Runter von der Leiter. Jump'n'Run. Okay, okay. Also, okay. Der pack das. Wir sind keine WG Wähler, wir kennen das nicht. Disco, warum hängen in deinem WG Kante Köpfer? Weil Kante die dahin gesetzt hat, natürlich. Okay, okay. Mein FOV ist zu niedrig. Er klappt einfach um, dieser andere Frechter. Ah. Au. Geh, 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 geh. Alter, das Event ist vorbei, bis wir fertig sind. Das ist meine, ja. Interessant. Meine, geh weg. Okay, jetzt wirst du da... Ah, tschellig, tschellig. Alter, was ist das denn hier? Seh ich nicht, mein FOV ist zu klein. Ah, okay. So, geh rein. Jetzt kannst du hier unten warten, die Brücke. Oha, ne Brücke, ey. OI. Okay, die Traptor hier oben wär für den Artichelter. Oh, der ist jetzt schon ausgefahren. Ist ja episch. Dann gibt's natürlich die Scheinwerfer. 12 Stück, natürlich, klar. Und die Alarme. Ähm. Da muss man hier nochmal entbar... Äh, die... Ach, keine Ahnung. Aha. Geh, geh, nicht. Egal. Das sind eigentlich, äh, Dingsglox. Musst du aber vorher nochmal neu bauen, natürlich. Ja. Wo, wo ist denn der, der, wo ist denn das Licht und Sound? Ne, es muss eine visuelle und eine Audi-Komponente haben. Und der Pistole ist natürlich beides. Oh. Der muss tatsächlich ein Notblock sein mittlerweile. Tja. Äh, das haben die, äh, Supporter vom Freigehen wohl anders gesehen. Ja, Buffy, ne? Ja, die Supporter sehen einiges immer anders. Okay, hier kommst du dann jetzt mal in die Crowd rein. Oha. Hier haben wir, hier haben wir wilde Kanonen. Alle übrigens, null Redstone, null Repeater, dann null Wasser-Dop-Bareblecke. Mhm. Okay, hier haben wir einmal mächtig. Äh, das hier, ein, äh, Wölkchen. Schraub mich nicht. Es ist ja eigentlich symmetrisch, aber aus irgendeinem Grund schwenkt es leicht nach links. Who knows why? Es schwenkt prinzipiell alles in dieser Version. Die Kanonen. Na, das jedenfalls auch. Es ist ein Schwenk, Wölkchen. Aber halt nur in eine Richtung. Epic. Ah. Und dann haben wir hier hinten die Kanonen, deren echter Name nicht genannt werden darf. Vielleicht die Doppel-Zunkies. Doppel-Zunkies. Die natürlich eine Kanone sind. Alle Fragen sind da zwei tatsächlich. War auch legendär. Doppel-Zunkies. Und dann, wenn du die zwölf Daunt treibst und wir setzen den Projektil und das hier, machst mal das hier und dann zack, 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 zack. Wow, stick. Was ist das für ein Licks für Winkel? Ja, das ist halt Anti-Arti-Schild-Winkel. Äh, der erste Winkel, der funktioniert hat. Okay. Wenn ihr 30 Likes schafft, dann kriegt ihr sogar den Namen von der echten Fernruhe. Wenn ihr 30 Likes schafft, kriegt ihr... Ach ne, da muss ich denen die Schemen geben. Ich wollt grad sagen, kriegt die nochmal zum Download. Wann fighten wir denn wieder? Das ist dann nur ein Finalfight, keine Ahnung, du. Morgen, glaub ich. Wann sind die denn? Ne, heute Abend noch. Heute. Okay, das war auf jeden Fall mein... Ich weiß auch nicht, warum die Leute die ganze Zeit morgen sind. Ja, so. De-abboniert Wartech, abboniert Disco, bis... Danke. So, Finalfase. Oder Gruppentabelle, guck mal. Ich würd sagen, abonniert's Freshman. Finde ich gut. Ja, ich hab ein Lugabos, ja. Das stimmt, wir können da eigentlich mal welche abgeben. Ja, an den PX-Channel. Bis auf jeden Fall. Naja. Okay, das war's. Haut rein. Viel Spaß. Tschüss. Spielchen hier. Noch dranbleiben, ne? Also, wir gehen jetzt mal die Tabelle durch. Ja. Okay, ciao. Im Viertelfinale. Um 19 Uhr. Geht gleich in einer halben Stunde los. Dann können wir erstmal mit sowas falten. Oh, also eine halbe Stunde dauert Hilfe. Ja, easy, ne? Interstellar... War ich auf Steam war? Nein! Ich hab keinen Rang mehr. Ich hab keinen Rang mehr. Geh ich nicht mehr hin. Du hast keinen Rang mehr. Ja, war seekrank. Haben sie denn ja weggenommen? Ja. Warte, hab ich mal noch? Hä? Du hast doch gesagt, dass du freiwillig gegangen bist. Nein! Supporter! Ich find keinen YouTuber mehr. Achso, ja. Ja, ja. Warum hat der Nerf so einen Rang bekommen, obwohl er nur drei Videos aufgenommen hat? Ähm, ja. Frag seekrank. Weil seekrank die Videos wahrscheinlich besser gefallen ist. Ja, anscheinend. Weil er keinen Reichsadler als Logo hat. Stimmt, seine Videos sind in der Gründe. Leute, kann ich jetzt mal die Tabelle durchgehen? Nein. Also Interstellar gegen Vector. Und Mitochondrium trifft auf Ripped Paper oder so. Und wir haben ein paar Schiffen? Gegen Eclipse, ja. Und Dark Revolution gegen Matrix. Okay. Also ich denke... Eclipse. Ja. War nicht gut? Ja. Okay. Warte, waren das nicht die, die dieses... Haben die nicht dieses WG Luftschiff mit diesem Kragen unten? Stimmt, ja, das WG ist gar nicht so krass, ne? Äh, ne, die war... Die hat Disco-Dreichtigen gewonnen, fast. Ja. Wir müssen einfach nur mit Artis und Lupf die wegbauen, so schnell wie es geht. Also Design-Favorit Eclipse, okay. Also das ist definitiv ein interessanter Fight. Also ich würde sagen, damit es nicht zu unfair wird, machen wir dann eine Challenge. Nämlich nur mit luftenden Kanonen gewinnen. Wie bitte? Kannst du die Artis auch als Tiefen luften? Wir wollen gewinnen und nicht irgendeine Challenge machen. Ja. Ja. Du kommst, wenn man das eigene Event gewinnt. Hallo? Hä? Missile Wars-FN? Ja, redet ihr aber noch nicht. Da ist ja nicht ernst zu nehmen. Missile Wars-FN gewonnen. Ja, außerdem aus der FN hier noch eine Challenge machen. Ist doch fast wie hier bei DSP gegen AC früher. Mit einem Point-Deal. Okay. Also ich gewinne einfach. Also Paul und ich mal einfach entern dann. Ja. Manchmal ist mein Bildschirm aus, dann friert mein Bildschirm auch nicht ein. Ja, okay. Ab auf Missile Wars, ne? Sehr gute Idee, ja. Ich bin auf Missile Wars, aber auf Steam- auf Steam Wars. Da hat nämlich immer gerade Gegner gesucht. Kommt doch auf PP, Missile Wars, Mann. Alter Junge, ey. Ach, was bist du denn für einer? So, jetzt, jetzt bin ich sick. Ich stelle das FN hoch. Warum ist der Design-Kontest noch nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Damit man nicht parteiisch ist, irgendwie. Das ist in einer Stunde, oder wie? Ja, ist so dumm, dass es so eine lange Pause ist. Beste Idee war die Pause? Hast du wirklich ein Event gemacht, obwohl wir offiziell da mit drin stehen? Eigentlich nichts, oder? Können wir das nicht irgendwie sagen? Wir wollen keine Pause? Ja, ich weiß nicht. Wir haben doch kein Machtwort zu sprechen. Okay, PX ist schon sozial zu nerf. Okay, ich gewinne die Runde gerade. Das heißt, ich komme gleich auf PP wieder. Ja, drei Sekunden hast du noch. Ja, ja, schaffe. Ich habe die Runde jetzt gewonnen. Ja, dann machen wir jetzt noch einen Speedrun. Komm hier, damit es ein faires 2 gegen 2 wird. Perfekt. Machst du Trackpad-Challenge? Nein, dann bist du aus der Runde raus, oder wie? Nee, nee, nee. Welche Runde? Bist du gerade raus aus Missile Wars? Nee, ich bin in Missile Wars drin. Hä? Es ist sowieso gerade nur ein Server an. Ja, eben. Ich bin da gerade auch reingegangen. Okay, ich wurde auch... Jetzt bist du hier. Leute, ich... Hä? Ich bin da gerade draufgegangen und ihr wart da nicht. Super, das hat den Vorteil, aber die ganzen Änderungen wurden noch nicht gemacht. Das nervt mich. Sick, ja. Ja. Okay. Ich mach Shader raus, natürlich. Hier für maximale Effizienz. Ja, das ist aber langweilig, wenn ich Shader... Ja, ich muss auch noch essen nebenbei, aber ja. Ach ja, ich muss auch noch... Boden so wirklich für uns. Klasse Feierbilder. So, sicker Anno-Sunchback. Ist der Make-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A? Nein! So was kann man uns doch nicht wasten. Er wasten bitte ein Schild. Ich muss kurz ragen. Ja, der your channel ist. Oh, ich bin runtergefahren. Guck dir was zu Hause. Paulus, nimmst du die Rakete da weg? Ja. Kann ich... Ah, ich bin zu langer. Mach da und renn in die falsche Richtung. Oh, ähm... Oh Gott. Oh, du Scheiße, so ein Bohrer. Ne, das ist Sunbender Mr. V. Genau. Wer ist so ein Bohrer? Es sind alles PX Leute. Wo? Der, da gar nicht... Junge! Ich gehe nicht in der Wandumgehung. Ja. Sehr schlau das im Stream zu machen. In der Tat. Wäre für'n IP-Bahn mal ganz spontan. Stimmt, Vorfern. Ach, Alessio. Mensch. Mann! Oh, dein Ernst? Ja, es hat geleckt bei mir. Ich bin nicht draufgekommen. Mit was für Befehl kann man Minecraft-Sounds reloaden? F3T? Also, da reloadest du sie auch mit. Ja, passt, danke. Wieso nicht, wenn wir grad dezent. Merkwürdig. Ja, sorry, dass wir jetzt Missile Wars spielen, aber ist halt mit Schloss, ne? Ist das sorry? Da muss man sich nicht mehr entschuldigen. Doch, doch, alles. Alles gegen Missile Wars. Sagt der Richtige. Nur weil du nicht gewonnen hast in der FN. Ja. Paulus, das fand ich jetzt auch schlecht von dir. Ja, ich weiß. Hab grad im Chat gelesen. Äh, du bist doch im Server-Team. Kannst dir mal durchgeben lassen, oder? Ja. Warte. Misse kam nicht, weil du rausch dezent. Das macht er schon seit Jahren. Ja, das hilft mir nicht weiter. Ach, come on. Menno. Äh, tu mir bitte was gegen Kaltenstein, der in der Mitte kommt. Ahne, du bist auch da. Ja, okay, wir tun nichts gegen Kaltenstein. Finde ich gut. Na, 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 na. Oh, 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 sick, sick, sick. Oh, die sicken Moves, die sicken Moves. Ganz, nein, ich kann nicht springen, scheiße. Und, Paulus? Fuck, ach, Mann. Ja, ich, ich, ich würde sagen, wurde konsequent gewandt. Ja, der ist ein alt-Account. Junge, Alessio ist da, alter. Leute, was macht ihr? Hallo. Meini, mach was. Ich bin grad bei Alessio drüben, du Vogel. Warum ist der... Ja, ich spasse. Ach, er macht die sicken Taktik. Warum soll ich immer was machen? Weiß ich nicht, Paulus macht schon was. Ja eben, ich hab jetzt trefflich. Jetzt ist irgendwie jetzt runtergefallen. Nein, ich hatte nichts. Och, mei, tut mir sehr leid. Ich hatte so viel Damage, das hast du hier getan. Ja, Kaltenstein, wir hätten vielleicht gewonnen, wenn ich durch wär. Ja? Ja, nee, wir gewinnen auch so easy. Ich hasse PP-Mistleblower, es tut mir echt leid. Hass hilft keinem. Was ist da ein ausgeglichener? Du gewinnst nicht? Ach, du. Ach, Mann, was hat der Feuerwehr? Erstmal so ne Kurve. Ja, ich darf dich höher bauen, hallo? Ist auch so ne Sache, ne? Die Rand-Taktik geht nicht, Alessio gewinnt nicht immer. Ja, Tunnelbohrer sind die bescheuerten Misses, die es gibt. Ist so. Ist nur Schlimmes hier. Ja. Ja. Die Feuerwehr sind bescheuert. Och, Mann. Guckst du in bescheuert, die Feuerwehr, oder? Ja. Alter, du darfst nicht höher hin auf das Erkühlen. Ja, das sagt Alessio doch. Ist bescheuert, ne? Ja, man merkt einfach mit den Tunnelbohrer rüber. Ich auch am PP. Oh, oh, oh. Nein, 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 geh weg, geh weg. Ihr werdet so hochgehen. Scheiße. Ja gut, wenn... Ich kann mich mal mit einer Tunnelbohrer pushen, ist es auch sein Problem. Ich hab viel zu viele Missles. Ich nicht. Ist echt so... Boah, hast du zu viele Missles, ey? Wie wenig playst du? Nein. Ja, weil... Weil ich... Ja, ja. Ich warte. Ich bin seltener Missles-Spieler. Ah, I see. Logisch, weil die Brocks rüberfahren normal. Den vermisst Paul auch. So, jetzt hab ich hier den ultimativen Halt genommen und der lässt sich kommen entgegen und der kann nichts tun. Weil ich hab einen Feuerball. Ich krieg irgendwie nur Pfeile und Tomahawks. Ich wollte mit dem Fall den Feuerball ab... Ähm... Ab. Äh, Paulus. Oh Gott, ey. Ey, ich hab dich getroffen. Ey, Paulus, ich meint er so wegen dem Typen. Achso, ja, aber ey, wir sprengen doch den ja Portal weg. Ich spreng mal einiges Portal. Ich rede eher von dem Typen, der da gerade wieder mal Mr. V ist. Achso. Oh Mann. Kannst du vielleicht bei IP-Bahn oder so? Oder irgendwie... Es gibt bestimmt irgendeinen Trick, dass man das zurückverfolgen kann, dass der nicht an da und drauf ground. Okay. Paulus, gehst du jetzt hoch oder nicht? Ja, ich hab ja nen Chat. Der braucht doch nicht. Ich hab jetzt grad mal Disco-Wüster auf Instagram abonniert. Die Hälfte davon ist einfach nur Essensbild, da feier ich. Hast du mich nicht auf Instagram? Da kann man mich von einem Panzer 1 sehen. Ui. Und da merkt man, dass der eigentlich ziemlich klein ist. Weil ich vor allem gar nicht weiß, wie du heißt. Immer noch nicht. Hey, ich folg dir doch. Was? Und wie heißt du? Du erkennst das Profilbild. Ja, da folgen viele, dachte ich doch nicht. Geh einfach alle durch und schau, welche... Ich geh jetzt keine 450 Leute durch. Sag mir den Namen, dann guck ich gerne da und dann folge ich dir auch. Du wirst doch sehen, der eine Wortech-Profilbild. Heißt du auch Wortech? Nein. Ich heiße, wie ich heiße. Ah. Ich weiß, wie du heißt. Also wer das nicht weiß, der... Okay, soll ich das lieben, wie du heißt? Ja, bestimmt. Du heißt genauso mit Vornamen wie der Schausteller von der Alpiner Bahn. Der ist Bruch mit Nachnamen. Der Vorname ist genauso wie du. Was? Ja, genau. Hä? Wer? Der Schausteller von der Alpiner Bahn. Das ist eine ganz notable Achterbahn. Die steht sogar manchmal... Ach ja. Ja, doch, doch, doch. Habe ich mal in Bremen gesehen. Genau. Und der heißt mit Nachnamen Procho mit Vornamen wie du. Guck an. Ähm. Junge, was? Hat... Och, och. Oh, nee. Mr. V. Was passiert? Ja. Mr. Vs weiterer zweite Account. Ach, Mann. Affe. Oh, ihr verliert wieder, weil ich bin im Gegner-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team. Ach klar wir gewinnen jetzt. Ja Wir haben Volk mal wieder. Es ist äh. Ja, nee. Ja, nee. Is klar. Boah. Alter 0x6 ist gleich 0, ist er auch sicher Fake. Ne he die hast es tatsächlich echt. Oh, okay. 0x6... Was? Der bei mir im Team ist. Achso. Mann, ich konnte den Feuerball nicht abwerfen. Der ist tatsächlich echt. Paulus, hast du dich mal langsam um den Typen gekümmert? Ja, ich hab's weitergeleitet. Ja, die sollen eben mal loswerden und nicht nur... Bin dabei, sagt er, Alter. Was? Ich meine, der Larry rennt halt einfach immer mit einer anderen VPN. Ja, schau dir mal seinen Ping an. Ja, richtig. Das passiert, weil er hier mit einer VPN rumgammelt. Oder wenn man mein hier ist. Geht auch. Können wir jetzt mal wieder fighten? Hä, nee. Wir fighten sowieso erst... Nicht schon wieder, ne? In einer Stunde. Äh... Ich dachte, 19.10 Uhr geht nicht. Ja, aber 19.30 Uhr fighten wir erst. Och, nee. Was hat er gemacht? Hat er seine Eikis? Ja, ja. Ich glaube, ich organisiere mal einen Topf Boden. Super. Warte, wir haben gewonnen. Nee, wir hatten gewonnen. Nein, ich bin der falsche Team. Nein, ich will jetzt nicht starten. Der steht in meinem Portal. Ich weiß nicht, warum sie noch nicht gewandt haben. Die können den ja nicht bannen, Paulus. So einfach ist das nicht. Der ist ja wieder mal ein alter Account. Ja, ich weiß. Hey, sie müssen nur schnell erbannen. Aber wenn du immer mit Vp enttäuschst, das soll ich... Und er ist weg, er ist gebannt anscheinend. Nee, er hat gesagt, reicht jetzt genug getrolled. Und Kaltenstein ist AFK, toll. Wurde sich Boden zurbannen. Bannen Kaltenstein. Der Herr Bruch. Okay, es ist eigentlich der Schausteller von der Alpinabahn. Wer weiß, vielleicht ist Kaltenstein das ja. Ja, ja, das wird sein. Ich verarsche mich die ganze Zeit. Kaltenstein war nämlich richtig genial. Nämlich hat er seinen Nachnamen mal in der... Also er hat ein Schulprojekt auf Vortech hochgeladen. Und in die Videodatei hat er seinen realen Namen reingeschrieben. Bin ich mal eine Minute weg? Meini plaudert so viel aus dem Nähkästchen. Ja, sei froh, dass ich nur gesagt habe, was passiert ist und nicht, was genau da stand. Was hat Disco jetzt eigentlich vorhin erzählt gehabt? So, jetzt mache ich einen Mukbang. Am. Hm. Ach ja, hallo B-Schwein, der hier gerade neu zugeschaltet hat. Wie direkt aus der Feldküche. Ach so, ist das ja noch ein Stream, Hilfe. Ja. Ja. Alles im Stream, alles so. Alles kann gegen dich verwendet werden. Der Schneeball war schlecht. Also man kann viel mehr gegen Disco verwenden. Alles ist hier generell nirgendwo an eigentlich. Ja. Was gebe ich mal, wenn du kannst, dass ich ein Missile-Boss verliere, aber sonst. Aber das ist schon echt hart, ich weiß. Oh, oh, oh. Nein! Warum zündet der Feuerball nicht ein, TNT? Ich schieße ihn dir ins Gesicht. Ja, das ist so beim Feuerball. Bei einem einzigen Bann auf PP, Alessio. Nein. Also vielleicht hat Luki mich nur zum Spaß gebannt, aber. Ich hab jetzt auch gesagt. Aber ich, ich, weiß nicht, wurde ich mal gebannt? Meini wurde auf jeden Fall mal gebannt. Wegen dieser, äh, Missile-Boss-Sache. Also vor allem nur ich und Carltenstein nicht. Ja, weil ich den Bucky-Bot geschrieben habe. Ich bin deutschland-Gerb-Sache gebannt. Auf dem richtigen. Ja, ich, weil... Mich hat man mal, glaube ich, von Gearforge gebannt. Nee, nee, war ich auch nie gebannt. Hm. Ich bin ex-gefühlt echt nirgendwo an. Ja, ich bin vorbildlich. Naja. Schon nicht verlieren Missile-Boss. Internet. Mann, ja, ja, sehr gut. Nein. Danke, Paulus. Perfekt. Ich war auch keiner. Doch, geh. Eine konnte ich stoppen, aber der andere nicht. Ey. Oh, jetzt. Der Witz ist halt, ich stand da gerade. Und du Carltenstein seht. Ja, der Junge ist einfach weggerannt. Der zieht Carltenstein und rennt weg. Aber Discord verloren eigentlich, oder? Weil den Fight haben wir nicht angeschaut. Ich nehme das mal als Ja neben dem ganzen Rauschen, was ich gerade nur höre. Wieso? Was denn? Was war deine Frage? Ach ja, wisst ihr, wie wir ein bisschen auch Discord verloren oder gewonnen hat? Er hat nur verloren. Ach so. Ja, ich habe den letzten Kampfhänden nicht gesehen. Ach so. Ja, stimmt. Man kann den Kampfhänden übrigens kaputt machen, indem man außerhalb der Map fliegt. Okay. Aber warum will wir jetzt so eine Runde machen, so eine lustige Runde fliegen? Oh Gott, nee. Mein R und der Lobby. Oh nein! Alter, Alter, warum will ich noch... Oh Gott, da war ein Schleimblock, ne? Alter, ja, ich habe gerade viele Ausgleiche gemacht. Mann, das ist so. Er lässt sich heute schnell noch ein bisschen bekommen. Scheiß, Alter. Paulus! Und jetzt habe ich Pfeile. Nein, oh ja, treff, Alter. Der ist viel zu viel Lockback. The Longway rennt einfach von der Rakete runter. Und die Rakete explodiert nicht. Mein, jetzt darf ich gerade ein Feuerball wasten wollen. Das Ding explodiert doch so nicht. Junge, Alter. Als ob du dafür ein Pfeil wastest. Sowas gibt es nicht. Ich bin genial. Ich place die Rakete. Da bleibt der Pisten ja im Moment hinten stehen. Ich spring genau zwischen Pisten und Schleimblock durch. Ja. Sehr, sehr gute Sache. Guck mal, Rakete modifiziert. Moin. Ach komm, fahr doch weiter. Ui, mit Tunnelbohr wird gepusht. Hi. Sehr sympathisch. Kann irgendjemand was machen? Ja, ich wollte nicht zu tief, aber... Ähm. So, mach. Alessio, was... Scheiße, Alter. Not good. Okay, sehr gut. Liegt das nur am hier, oder kann man einfach... Kann man was? Alter, der Pfeil. Ja, der muss so. Nein, der wird immer nach rechts. Ähm, gut. Paul. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt konsequent... Ja, ich fahr grad. Nutzer von diesem Kanal aus. Tschüss, Mr. V. Sehr gut. Weil der hier schon wieder erzählt... Und eine wieder nach links, bitte. Weil der jetzt läutet wieder auf halbtick acht es edit und so. Von EC. Proxima, ich hab da richtig ganz viele gelöscht. Ja, nee, ich hab die grad gelöscht. Also ich hab Proxima ausgeblendet, deswegen siehst du die jetzt nicht mehr. Da fährt der Tunnelbohr auf uns zu. Au. Okay, nicht mehr. Ach, was? Nein. Was ist los? Ich hab grad... Ich hab grad mit dem Pfeil den Feuerball abgewehrt und keinem Stand ist dran verreckt. Das geht? Das geht. Nein, da. Nein, nein, nein. Aus, aus, aus. Verkackt. Loser, loser, loser. Cheater, cheater, cheater. Was? Warum fällst du nicht weiter? Ich bin durch den Pisten gebrochen. Warum nicht? Weil du mich... Oh, Tischstein ist da. Oh, hey, jetzt haben wir verloren. Du hast mir die Ecke geprugelt. Wann könntest du erwähnen, dass ihr mehr Damage habt? Also Kalkenstein. Hm, was? Du hast mehr Damage als wir. Hm. Das ist hart, oder? Ja. Schlimm, ne? Zwei gegen drei. Ach man, das ist ja gar keine Missile. Oh, ich hasse diese Feuerbälle. Meine Missile, die ich mir für überlegt, hat für mich gekillt. Läuft. Ein paar Missiles wären nett. Der kann mal Meigle kommen, der hat ja keine Chance mehr. Ja. Haltenstein versenkt sich selbst. Eh. Ich muss ein Lowfire TP machen. Ich bin mal kurz weg. Ach, hau los, Menno. Ja, ja, ja. Verkackt. Verkackt, verkackt. Gritter nicht, Gritter nicht, Gritter nicht. Gritter nicht, Gritter nicht. Kann man sterben? Mann, der Feuerball! Das ist doch Unding. Mann, jetzt war er verkackt. Oder auch nicht. Haha. Rien explodiert. Mann. Easy. Meine wurde von Alex gelöst. Wieso bekomme ich noch ein Schild? Schild ist aber praktisch, kannst du das Gegner mit Dingen mit zerstören. Echt? Ja, man kann das da reinwerfen. Natürlich. Auf Steam War ging's ja zeitlang nur mit dem Feuerball. Das war auch witzig. Das geht auf Steam War immer noch teilweise mit dem Feuerball. Da haben wir alles vor der FM ausgekundschaftet. Mhm. Man muss nur zwei ineinander den einen Rand treffen, dann geht's manchmal. Ja. Oha. Oha. Hintersteller gegen Vector. Es geht schneller weiter. Juhu. Ja, das dauert noch zehn Minuten, bis die fertig sind. Oh. Gehört zu Ende spielen. Jaja, logisch. Das ist eh nicht unser Kampel. Gewinn ja jetzt eh, das ist ja gar nicht. Ja. Jetzt wo mein hier AFK ist. Achso, ja. Ja, das hilft. Junge. Weißt du, wer überlebt hat? Ah, jetzt ordentlich, Paul. Kannst du mir nicht erzählen. Der hat so viel Lack, dass die haben wir auf dem Team gehabt. Anlacki. Ja, wo ich immer unten war und gecampt habe, oder? Jaja, da könnten wir ohne Probleme rüberfahren, weil die ja von dir genervt waren. Das sind die Tactics. Ach, come on. Scheiß Medusa. Ah, oder? Oder? Ähm. Nee. Ähm. Hm. Mist. Oh, warum gehst du denn weg? Unlacki. Come on. Geh weg. Bitteschön. Mhm. Paul, ich bin schneller als du. Ja, meine AKT LTE, oder? Nee, sie explodiert. Nein. Meine auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine dich gerade gekillt hat. Ich greife wirklich zusammen auch in der Mitte an. Ja klar, gute Taktik. Und meine TNT. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe wieder überlebt. Sicher? Mann. Ich habe einfach viel mehr Glück in dem Spiel als irgendwas anderes. Ich dachte, die FN-Streams sind zu 90% Missileboard. Was war das denn? Ich dachte, der fliegt zehn gerade und ich kann ihn nicht. Nein, das ist ja nicht so toll. Wann ist Manny wieder da? Kann ich alles haben. Ich meine, der ist ja noch da. Das spricht nun nicht. Naja, der ist oben bei dem TS. Echt? Wo sie meinen, wann er wieder wo uns im TS ist, ja. Wird er sich wieder bei MC beschweren? Oder wegen Mr. V. Ja, das auch. Beschweren kann er ja gut. Wenn man sonst nichts kann. Ja. Leider schon. Das Problem ist, der hat zwar überhaupt kein Taktgefühl, aber er hat meistens noch recht. Super, jetzt kommen doch die Meini-Insights. Ja, wenn der hier was erzählt, wenn ich nicht da bin. Aha, okay. Wann, Paulus. Na, er verbrennt. Papier geht los. Ja, die Runde spiele ich nur fertig. Für die Planets, oder? Ja, natürlich. Vector ist irgendwie nicht da. Ja, so gut. Keine Ahnung. Oh, komm. Oh, scheiße. Nein, ich park runter. Egal, finde ich bitte einfach. Ich bin auf den, ich hab nichts, ah doch, vielleicht das, vielleicht das Schild, wenn ich gut bin. Nee, das Schild kann nicht weit genug, ich bin untergefallen. Ich lebe aber noch hinten. Ich bin jetzt erstmal weg, bei mir gibt's Abendbrot. Bis dann. Okay, tschüss. User disconnected from your channel. Verschiebe, also hat ein Mookbang. Ich gewinn die Runde ohne das, ohne das, ohne das, der Longways merkt. Ja, gewonnen. Ich komm im Event. Ey, wie leer ist es jetzt für die, er wird zu zweit, können wir jetzt nur kommentiert im Stream. Scheiße, ich muss mir noch was sagen. Erst mal was trinken. Ja. PX7, ich suche verzweifelt die Relevanz. Oh Gott, ach. Oh. Was denn? Noch ein Proximatyp, ey. Oh, spaßig. Ja. Ich warte auf Mining, dass er den rauswirft. Ihr seid echt traurig. Es tut mir leid, BNL, dass das... Kann ich Moderator bei euch werden? Nein, setze ich nicht ein. Schade. Pfeil für ihn, ich bin lieber in dem Stream und ich, beim Zuschauen dabei. Nutzer, ja, ist schön, dass die Beschreibungen so vollständig sind mit den Aktionen, die ich durchführen kann mit diesem Kommentar. Ja, danke YouTube Studio. Läuft. Ähm, ah hier. Nutzer auf diesem Kanal ausblenden. Perfekt. Ja, Vector ist nicht da. Endlich neue Onrise. Ja. Hm. Vector, der den Scheiß nicht machen muss, mit analytischer Geometrie. Ach, so schlimm ist es auch nicht. Hallo, Gegnerz. Wieder der typische Gegnerz sagt nach zwei Stunden Stille wieder was. Hm? Du legst. Ich hab doch gesagt, ich war zwischendurch weg. Ja. Bin ich halt wieder da. Haben wir festgestellt. Ey, was soll ich denn machen? Ich hab doch vorhin gesagt, ich bin kurz was essen. Hm. Geh mir nicht ein. So, ich geh jetzt einfach maximal, ich geh jetzt irgendwie für 1000 flieb mit dem Boot runter. So, ich hab schon ein neues Muckbang. Hahaha. Boah, das ist jetzt alles, nee, wurde nett vorgezogen, ne? Das ist alles immer noch. Nee, leider nicht. Ist wieder so ruhig. Nein. 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 Nee, nee, keine Ahnung. Ist meine wieder da? Nee, okay. Nein. Nee, ich hab grad dran gedacht, es gibt tatsächlich Fan-Fictions über dich und Disco, ne? Ja, halt mal gelesen. Was? 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 Ist episch, ne? Wie nennt man dieses... Wie nennt man dieses Shipping dann? Ja, Leslie, das sind deine Top 3 Shippings. Bist du ein Fan-Fiction-Leser? Nicht unbedingt. Was? Und selbst wenn, nur alles Realistische. Ah, okay. Also Harry Potter hab ich schon mal das eine oder andere gelesen, aber sobald dann irgendwie sowas Absurdes kommt, bin ich direkt raus. Das ist Absurd-Absurd, so Magie und so, ne? Ja. Ja, wenn da plötzlich irgendwie so, keine Ahnung, Draco Malfoy mit einem Apfel kommt, dann bin ich offiziell raus. Was? Jetzt weiß ich nicht. Was? Was? Apfel? Ja. Wer mit nem Apfel? Draco Malfoy. Mit nem Apfel? Ja. Ja, bitte. Mit nem fucking Apfel. Ja, fein. Scheiße. Ich kenn jetzt nicht, es heißt dann Tröppel. Oh, Gott. Oh, 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 oh. Ist ja glaub ich nicht so ein Harry Potter drin, oder? Doch, ich bin, aber... Als ob man davon liebes gehört hat. Also ich muss ehrlich zuge... Ich hab generell nicht so wirklich irgendwas von Fanf... Also ich hab bis vor kurzem nicht wirklich Fanfictions gelesen. Das hat mir erst... Ne, ich auch nicht, aber danach hab ich's jetzt recht nicht mehr getan. Ja gut, wenn ich irgendwas über Draco und sexuelle Aktivität mit nem Apfel lesen würde, dann wär mir wahrscheinlich auch danach schlecht, aber... Ja, deswegen, wenn's realistisch ist, ja, aber ansonsten nein. Aha. Was ist denn denn bei dir noch realistisch? Naja, wenn das zum Beispiel noch aus dem Buch oder aus dem Film sind. Ach, Cannon Chips, das war langweilig. Weil wenn dann irgendwelche Wesen mit irgendwelchen Menschen aus Harry Potter, das ist doch okay, oder wie? Luna mit diesen Pferden da oder so, weil... Wie ist Kalides hier grade? Wolltest du, dass wir über irgendwas reden? Ja, ich hab's bereut. Ja, ich hab's bereut. So, zwei gegen fünf, passt. Ich würd schon sagen, zwischen eskalieren und absoluter Stille gibt's hier auf jeden Fall auch nichts. Willkommen bei Wartech. Ja. Das bleibt auch uncut so, weißt du ja. Natürlich. Seit wann würdest du denn noch irgendwas richtig cutten? Der kann doch nicht cutten. Um mal wieder auf das Thema zurückzugucken. Der hat doch kein Schnittprogramm. Aber hast du, du hast doch jetzt eins, oder? Der hat beim letzten... Premiere, ja, benutze ich jetzt. Nein, der hat keins. Er hat sich ausgedruckt, mit der Bastelschere geschnitten, dann wieder alle Frames nacheinander abfotografiert und schnell am Stück abgespielt. Oh Gott. Ey, Bildqualität war bei Wartech immer ganz oben. Das ist also schon von Tag eins, aber... Ja, der Rest nicht so. Der Rest ist so offen, finde ich. Obwohl, Junkboy hat immer noch seine komischen... Hallo? Meini, hallo. Bitte, Kaltenstein... Keine Ahnung, was man mit dem macht. Ja, darf ich dich allein lassen. Beruhigen, beruhigen. Ja, das auch. Also, was hat Kaltenstein jetzt wieder geschoben? Ich bin verstört, verstört. Also, ich will nicht sagen, du hast das mit dem Apfel erzählt, ne? Ja, okay, aber ihr habt das eingesteigt. Was ging hier wieder ab? Was ging hier ab? Alles gut, meine ich. Schau den Stream an, ja. Schau den Stream an, ja. Nee, lieber nicht. Wir sehen uns im Westdorf. Ja, ja. Oh mein Gott. So fühlst du mein Image? Ist wirklich die Frage, ob man das... Ist das Jugendfrei, über was wir geredet haben? Schon, ja. Das Video richtet sich nicht an Kinder. Ja. Hat Kaltenstein wieder über so'n Bora Body Pillows philosophiert, oder was? So wirklich, ne. Nein, es ging um Äpfel, unter anderem. Das ist einfach so, es fing harmlos bei Fan-Fictions an und dann sind irgendwas zu Äpfeln gekommen. Okay, dann kann's ja nicht mehr gut. Und da hab ich mein Trauma damit erzielt, warum ich mir sowas eigentlich nicht anhöre oder lese und dann eskaliert das. Mhm. Ja. Ja. Was wollt ihr denn sobald du von dir? Mal Kaltenstein mit irgendetwas anfängt. Was auch über 30 Ecken nur mit Animes zusammenhängen könnte. Ich weiß auch nicht, was du immer mit Animes hast. Das Video hält das Geld immer im Keller. Du und dein Animes immer. Animes ist irgendwie ein Coverwort für alles Blöde bei dir. Stimmt doch auch. Okay, okay. Jetzt geht's los, ja. Eine dumme Situation mit dir haben tatsächlich mit Animes zu tun. Mhm. Was du alles das Animes so bezeichnest. Also die meisten dämlichen Sprüche, die du mal so... Also komm, sowas wie Naruto oder sonst irgendwas, das kann man jetzt nicht als schlecht bezeichnen. Nee, das guckt aber auch keiner. Das ist total unlogisch. Der hat nur so eine orange Plattade auf dem fucking Schiff. Das ist doch... Was? Einer, der ist gar nicht Naruto, das ist One Piece, HGG. Ich wollte schon gar nicht sagen, was ist denn bei dir jetzt gerade? Ja, siehste, da sieht man, dass ich das nicht geguckt habe. Komm, lass doch Maini mal erzählen, was die Leute von ihm wollten. Die wollten... Ich denke, er wollte was von denen. Der hat sich beschwert. Der wollte doch nur PX gebannt haben. Ist das richtig? Also um es beim Chat aufzuklären. PX, wir haben ihn nicht wegen irgendwas, was er gesagt hat, rausgehochen, sondern einfach weil es PX ist. Und weil er sich die ganze Zeit auch auf PlayPlanet mit alten Accounts verirrt hat. Wurden die jetzt nicht seit der letzten FN eigentlich? Ja. Ja, aber Alternative kann man halt, ne? Ja, 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 ja. Bei einer VPN halt, dann kann man nicht so viel gegen machen. Also es sind halt jetzt jedenfalls alle seine Stramatics geblockt. Das ist schon gut. Ja. Ach ja, und Mr.V, wenn du es siehst, wende dich doch mal bitte ans PP-Server-Team. Geh doch mit bitte einfach auf den TS und komm mal da zu denen in Fork. Oder schreib einfach, wo die Kanta. Er hat dir doch was zu erklären. Oh, es geht los! Man kann es nicht. Seit, ah, vier Minuten zu spät. Ja, es ist ein ereignisreicher Abend. Soll der Fall eigentlich 19 Uhr Punkt losgehen oder 10 nach? 19 Uhr Punkt. 10 nach ist schon der nächste. Achso, ja gut. Und wir fallen dann halt, denke ich mal. Ja. Noch klar. Ja. Ja, es war klar, wenn man Abend isst, deswegen. Hm. So. Während der Counter jetzt abläuft, google ich jetzt mal danach nach Drapil. Das kannst du nicht on-stream googlen, mein Junge. Doch, doch. Machst du on-stream. Ja, genau. Genau. Ach du scheiße, Alter. Und es, es gibt ein Shipping-Fandom. So, und warum fragst du mich, ob ich Kanta noch mal? Warum hat Mitochonium Trifler mit Paper gewonnen? Wie bitte? Wieso nicht? Ja, aber die fighten doch jetzt erst alle. Ach, Gott. Ja, MC ist Profi. Wer kann das? Oh, was hältst du bei den Suchergebnissen? Also, der Wiki-Eintrag, ne? Canonical, Fanon, Status of Relationship. Hm. Nom Crunch. Was? Was? Das steht hier. Oh mein Gott. Jetzt hab ich das nur überreden. Ach du scheiße, Alter. Ja, Canon ist toll, oder? Drapil Attack on Deviant Art. Bin gespannt. Ach du scheiße. Oh nein. Warum schaust du dir sowas an, Alter? Was erwartest du denn? Nicht das. Aber was denn sonst? Wir hatten ja schon mal ne witzige Aktion, wo Kor irgendwann erzählt hat, dass Carltenstein erstmal schon live gespielt hat. Aber Carltenstein noch kaputter danach. Ich hab mir gedacht, ich hoffe jetzt nur mal nicht, dass er irgendwas im Streamer drin hat, je nachdem was er da jetzt für Bilder geöffnet hat. Ich seh schon wortelich mit Kompeten von YouTube gestriken, folografischen Inhalten. Hey Leute, dieses Video richtet sich nicht an Kinder. Es sind 3 Inhalten, die einige User verstören und finden könnten. Die wir den Ersteller des Streams verstören könnten. Ja, allgemeiner Kanal-Disclaimer. Die eigentlich jeder bei halbwegs heilem Verstand verstören und finden sollte. Außer die Leute, die es jetzt erstellen. Also wenn wir erstmal ne manuelle Kanal-Überprüfung erhalten würden, wären wir glaube ich erstmal wegen Musik kaputt. Wo mir fällt jedes zweite Video hat ein Copyright-Claim. Naja. Es ist viel schlimmer, was Copyright ist und nicht geclaimt wurde. Ja. Da geht euch die ganzen Euros durch die Lappen schlimm. Ja. Ihr lebt nicht davon, oder? Nein. Nein. Aber ich sag dir, ich sag dir, wir machen... Ich hab da einen neuen Deal gemacht, ne. Wenn ich dieses Kartoffel-Placement mache, dann hab ich nicht nur einen zweiten Deal an der Hand. Mit ner... Ne, pass auf. Und? Dann kauft sich der eine Schieb endlich Empire at War. Damit ich das mit dem socken kann. Das ist auch cool. Wenn ich das... Du, aber es ist noch weniger Zeit für Videos. Ja. Also an sich die Idee... Also der Witz halt... Der war ja zuerst ganz lustig. Aber das kannst du erst mal einen Community-Post machst. Ja, können wir Produkt platzieren. Denkt ihr, was hält ihr von Produktplatzierung? Ohne dass die Leute halt irgendwas davon wissen. Das war ja sowas von drüber. Wenn man diesen Stream ohne Kontext schaut, wird man auch keine Ahnung haben. Man darf sich gar nichts ohne Kontext. Bei Wattich geht alles nicht ohne Kontext. Und wie... Kalbestein? Ne. Nächstes Videoprojekt. Wattich out of Kontext. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal Public-Analyse. Ja, aber... Oh, danke. Aber Flory, sag jetzt erstmal nichts. Die Szenen mit Core-Gamer wären doch viel besser. Ja. Ja. Core-Gamer ruft an. Oh Gott, nicht Core-Gamer ruft an. Ha, Alessio, kennst du das? Nein. Hm. Der Typ. Wir haben meist im besoffenen Zustand irgendwelche Leute an, die er kennt. Euch auch anscheinend? Nein, nein, nein. Also bei keinem Start hat er bestimmte Telefonnummer. Von mir nicht. Ich... Ich weiß nicht, ich hab... Doch, ich hab Festnetz. Ich weiß sie selbst nicht. Denn... Nein, was ist denn eine Festnetz-Nummer? Ich hab noch deine Nummer. Hä? Darum? Wo warst du meine Telefonnummer, meine? Deine Handynummer, du Vogel. Ach so, meine Handynummer, ja, okay. Als ob irgendwer noch Festnetz nutzte den Jahrtausend. Also ernst gemeint nutzt. Ey, also komm, den kleinen Kindergartenkindln, das erste, was die lernen, wenn die in die Grundschule kommen, die Festnetznummer, damit die... Ich hab mir meine Vorwahl nicht mal gemerkt, du. Wow. Ich wusste meine Telefonnummer noch nie auswendig. Oh, Alter, Alter. Ach du, ach du. Oh, um Gottes Willen. Ich weiß auch meine Postleitzahl nicht. Also... Okay, das ist traurig. Oh mein Gott. Also nur ganz kurz eine Info. Wenn ihr irgendwo eine Ausbildung oder irgendwas anfangen wollt, ich kann euch jetzt schon sagen, das erste, was die euch einprügeln werden, ist die Telefonnummer von denen. Also merkt euch zumindest mal die Postleitzahl von eurer Stadt. Das hilft. Ja, komm mal, Bremen hat irgendwie zig Stück. Wo wohnst du, wo du in der Stadt eine Postleitzahl hast. Also ich bin von meiner Firma, wo ich arbeite, jetzt auch nicht die Telefonnummer, die Postleitzahl. Ja, gut, weil ich musste wissen bei uns, weil Fax und keine Ahnung was alles. Fax? Das ist doch Fax? Was? Ja. Wo arbeitest du im Kanzleramt? Also... Ne, Alter, das Ding ist halt, weißt du, wir leben immer noch in Deutschland. Also wir benutzen das halt wirklich, eigentlich fast nie. Aber es gibt so ein paar Firmen oder auch halt externe Dinge, mit denen wir halt arbeiten, die benutzen das halt irgendwie doch noch. Weil sie halt irgendwie... Ja. Ja, auch so ein Professor von uns ja letztens gesagt hat so, ja, ähm, schlechtes Internet ist keine Ausrede, wenn man irgendwie aus der Vorlesung fliegt. Ja, das ist, äh, genial. Ja, Özo, nach dem dritten Online-Semester müssten sie das jetzt mal im Griff bekommen haben. Ja, danke. Das war immer nicht. Echt ein toller Dozent. Genau, sie wirst jetzt leider mal Vodafone im Griff bekommen. Oh, in die Kaline kommen, alles was es gibt. Alles beschissen. Belastend. Unity Media war gut. Aber Vodafone hat die Unity Media Leitung noch so gefühlt tausendfach belastet. Ich hatte mal gutes Internet. Ich bin damals nie ausgeteilt. Ich konnte damals alles machen. Ich konnte damals fünf YouTube-Videos gleichzeitig gucken, auf drei verschiedenen Servern sein und lagfrei noch reden und ich hatte noch Internet frei. Interessante Experimente, die du durchführst. Ja, ne. Drei Mal Minecraft oft hab ich gerade auch wieder. Hm. Ja, warum du das machst? Drei Mal. Oh, der eine ist runtergefallen. Weil ich noch was in der 1.16 heute gemacht hab und da wahrscheinlich auch nachher nochmal hin muss und dich zu faul über Minecraft zu schließen. Oha, oha. Dann weil ein Mensch was auf dem Team-Server macht und der gerade wohl was brauchte. Deswegen 1.12 und 1.15 mal PP. Wann kommt das eigentlich, das 1.16 zurück? Keine Ahnung. Okay. Also wir haben ja reingeschrieben 2022. Was haben wir da? Ja, das dauert noch. Oha. Was ist 2022? Kommt die 1.16... Nee, es ist noch... Kommt jetzt! Nee, das dauert noch länger, bis die irgendwann mal auf WT kommt. Nee, es ist noch geheim, glaub ich. Nein, also es ist schon angekündigt, was es ist. Ja, okay. Also nichts mit Laures. Ja. 60k hab ich auf euch gesetzt. Wie bitte? Wer setzt denn 60k auf die... Achja, jetzt war ich wieder, weil ich ruhig nachgucken wollte. Haben sie dieses Mal schon wieder eingetragen, dass es das Wett-System geben wird? Mhm. Ach nee, dieses Mal war gar kein FAQ dran. FAQ ist später reingeschickt. Ja. Aber wann geht unser Fight eigentlich los? Um halb. Ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Ich hab ganz anziehen nachgedacht. Ja, ja. Heißt du mit, oder? Immer noch nicht. Martix, du hast Dark Revolution. Geht hier was? Nee, okay. Heißt du diesmal mit, oder haben wir genug Leute noch? Ja, das ist die Frage. Können Paulus wieder... Ja, stimmt. Paulus ist weg, ne? Uh. Aber der kommt, glaube ich, noch nicht wieder. Ich kann doch auf WhatsApp schreiben. Also wir haben... Hey... Ja doch, reicht doch. Mit Kangasal. Und Todesstimmen ist ja auch noch da. Wir haben so oder so genug Leute. In ganzer Not gibt's mich immer noch. Also, ne? Ja, musst du das Team halt ausmachen. Oder an die Luft gehen. Ja, klar. Ja, oder an die Artis oben gehen. Ja, stimmt. Wir gehen ja nur an Artis und Lups. Da war ja was. Na, würde ich lassen. Ich würde das schon ernsthaft halten. Weil die LS wären halt schon krass, ne? Ja, die Sache ist aber, es ist halt echt schon scheiße, wenn man dann im eigenen Event gewinnt. Wobei die Sachen sind auch geil ausgelegt und dann halt die mit dem Luftschiff kommen und wir mit dem normalen Worgir. Hä? Ja, das Worgir ist doch nicht gut. Ja, natürlich, das Worgir ist Selbstmord, aber... Ja, also... Also, wir werden es nicht verlieren, weil du denkst, es ist ja dumm, das eigene Event zu verlieren. Ist echt so, ne? Meini streamt jetzt und schaut von außen dazu. Nee, der streamt zwei FPS und setzt alle Minute aus. Über und? Alle Minute. Wir müssen ja nicht schauen. Ja. Aber denkt dran, wenn Kaltenstein bei euch mitfaltet, ist das so, als wenn drei Leute beim Gegner mitfahren. Ja. Aber Kaltenstein kannst du wissen, was in PvP... Nö. Das weißt du nicht mal. Ich bin Badwoss Pro. Das reicht mir. Das reicht mir. Vielleicht von dir weißt, was du kannst, ist rüberfliegen und Leute bescheißen dabei. Ja, ja, ist klar. Und hier geht's... Ja, ich erinnere an so einen tollen Fight. An den einen? An welchen? Genau, an die alle! Ich gucke jetzt sogar mit Kontext und bin vollstört. Steht ja schon seit 10 Minuten irgendwie. Aber ja. Okay, aber es hat keiner vorgelesen. Lese auch Chors Sachen nicht vor. Ja, Co, wann kommt euer toller FNWG Trailer? Oh ja, wann kommt Disco's FNWG Trailer? Ich weiss, die hatte den ja schon für zwei Sekunden online, aber dann wieder offline genommen. Echt? Ja. Krass. Kann sie nicht mal losgehen, du dumm mit der E-Light schon auch rum. Was für E-Light, weil es läuft gerade ein Fight alles hier. Ist mir doch egal. Guck mal, was Fight ist. Fight ist doch so 2018. Ja, stimmt, ne. Aber auch schon oft drei Jahre ist das ja jetzt her, dass ihr aufgehört habt. Ja. Mhm. Reicht langsam auch. Ja, reicht langsam mit aufgehört haben. Hör nochmal auf. Ne, hör nochmal auf. Ja, hörst du auf mit aufhören. Ja, Meini, denkst du, du sitzt hier noch bis du 40 bist? Ja. Ja, tja. Und sitzt Tischkarte noch hier bis er 60 ist? Ne, ne, ne. Ja, ne. Also, wie stellst du dir das vor? Ne, ne. Der ist natürlich der älteste der Spiel. Der kriegt seine Ohren im Serverhaus. Serverraum. Ja, okay. Der kommt nicht mehr weg. Hallo Sven und Master Yeti 100 hdmi. Der Server ist auf der 1.15. Ja. 2. Ja. Wie sei eine Profi im Forum? Da ich, ich hab jetzt versucht von 1.8 bis 1.16 zu joinen außer 1.15, funktioniert nix? Scheiße, Ron. Also. Genau. Kann ich auch gleich nachvollziehen, dass es da nicht gegangen ist. Ey, wir haben doch dieser Fight noch. Ich füge da gleich rein. Mach jetzt nicht den Kalten Stein. Nein, wird nicht gut. Ist eh nicht getächert. Passt. Früher hieß es, mach nicht den Thulida und Kaltenstein hat so in 3 Wochen ungefähr geschafft, das umzuändern. Ja, das wurde gesagt, mach nicht den Thulida. Ne, ich mach den Kaltenstein. Ja. Jetzt inzwischen heißt es ja, mach den Kaltenstein, ich mach den Thulida. Ja, kann hier mal was passieren? Kann der mal sterben, Allah? Das Enten ist ja gleich erlaubt. Nee, das ist also dann. Dann wird er geschnetzelt. Dann wird er geschnetzelt. Das interessiert mich zu wenig, ich stehe bei MX. Jumpmine. Ist das schon los? Also MX hat so ein E-Push designtes Worgi wieder mal. Ja, schon. Ich hab gehört, die sollen nur irgendwie so 2 oder 3 Kanonen haben. Aber ich finde, das ist echt ein Close Call. Also ich mag die ausfahrbaren Sachen bei MX. Also hier diese Läufe und den Steuermotor da. Aber ich finde, EC ist halt auch sick so, ne? Ist halt ein Julius-Design. Ja, BS mag ich auch, aber... Ja, BS find ich jetzt nicht, aber Dark Revolution find ich besser. Warte, vielleicht verwechsel ich die auch. Nee, BS mag ich. Ben Fronted rein? Bist du pathisch? Ja, es... ja, nee. Ich hab euch alle lieb. Hatten wir dich auch, bis du in die Walks geflogen bist. Okay. Oh, deine Fall ist vorbei. Werd gewonnen. Also ich feier das eigentlich bei DR schon mit dem auslaufenden Watzar. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Alessio schreibt schon wieder einen Punkt im Chat. Ja, warum nicht? Ja, warum? Für den Algorithmus. Okay. Find ich gut. Find der gut, super. Ja. Natürlich. Hm. Genau wie der YouTuber, der mit... Ähm... Und dann nochmal zusätzlich... Ja, für den Algorithmus. Ja. Es gibt so einen Achterbahn-Youtuber. Der hat sich irgendwie tausend Abos erstrichen. Ich weiß nicht wie. Der wohnt irgendwie in der Nähe von einem Freizeitpark. Deswegen macht er immer so schlechte Bilder-Updates. Aber like jedes Kommentar. Nervt jeden so. Ja, abonniert mich. Macht überall selbst Werbung. Macht irgendwelchen Klickbild im Titel, der gar nicht stimmt. Also das ist auch Horror. Boah. Das ist stark. Und irgendwie auch halt immer so... Die Kommentare sie stackt so... Einfach nur so... Ja, like für like und so einen Scheiß. Weißt du noch wie der heißt, Meini? Äh... Den Norman irgendwie oder so. Also mit dem Crew. Stimmt. Also Leute, baut den jetzt nicht auseinander. Es hilft dem mehr als uns. Ja. Uh, das sind die ersten beiden tot. Und die ganze obere Ebene von denen ist tot. Und die untere Ebene auch. Ist da irgendwas gejagt oder? Oh, fuck. Oh Junge, Alter. Was? Aber hier sitzen auf einmal fünf Stiche drin. Ich dachte, die haben nicht so viel mit Kanonen. Und jetzt hier unten? Alter. Ja okay, dann hatten die wahrscheinlich doch nicht so viel mit Kanonen. Das war einfach für Schaden oder so. Aber die haben eigentlich voll die schöne Brücke, Matrix. Hab die noch nicht gesehen. Die besser als von PV3? Welches PV3? Vortex PV3. Ja natürlich. Nein, ist ja eine Mini-Brücke. Aber sieht gut aus. Ich finde das von MX ist richtig krass die Brücke. Dieses grüne Fenster da. Das meine ich doch. Ja klar. Ja. Das ist ja nur die Brücke. Alter Kaltenstein trotzdem nicht. Wieso nicht? Es ist easy. Ich würde eine Compilation machen. Das hat Tuni da auch immer gesagt und das war nun mal nicht so. Du hast halt so viel Plan wie Tuni da ungefähr. Du weißt halt nicht was Geheimnis ist. Junge, das ist eine Brücke. Du weißt ja nicht wie alle ihre Wargis bauen. Jaja. Ich würde mich nie darauf verlassen, dass ein Wargis logisch gebaut ist. Machst du eh die ja genau der. Om-Gi-Om-Mega-Lull. Ok, GG. Ja, keine Ahnung, der Typ ist komisch. Apropos, mir fällt auf, ich wollte doch einen Trailer zu den neuen Arenen schneiden. Ey, hier steht einfach Katze Fünfter auf dem Dach und machen Baufall. Sieht ja aber zu gut aus. Können wenigstens mit ihrer A-Räder schießen. Machen sie aber nicht, dass die Mutter nicht mehr entbuckt. Aua. Boah. Sicke Geheimnis hat komplett kaputt gespammt. Ja, es leckt richtig. Aber eigentlich müsste unser Fighter schon langsam mal starten, oder? Es geht noch in 6 Minuten los. Ja, der läuft. Ja doch, ist, ist. Erstmal hingehen. Spannender. Ja, erster Meld. Ein Fighter, dieses Kraken-Ding, das sollte machbar sein. Ja, Luft stehst du im Gewinn, ne? Die Sache ist halt erstmal. Ja, haben wir gehört, ist uns egal. Kann mich mal, bist du wieder da? Kann mich mal. Nein, der ist noch gemutet. Er hätte ja sein können, dass er nur zuhört. Also B3N, ähm... Okay, er hört nur zu. Ähm, Ben Haufen Zahlen, ja, das Video gibt es noch. Das ist, glaub ich, sein vorletztes. Hast du ein Video? Ja, das mit dem MV 2. Äh, meine? Ja? Ja? Ich komm auf den Server nicht drauf. Ja, ich auch noch nicht. Okay, okay, okay. Das brauchst du wahrscheinlich noch einen Moment. Ich bin schon drauf. Als Einziger mit Lars. Ah, ja, jetzt geht's, jetzt geht's, ja. Oh Gott, Matthias. Oh, dieses Mal sogar die richtige Fettmeldung. Sick. Okay. Dann hätten sie lieber, als hätte ich dieses Rest drin einfach nur Worte ich bei FP und AOD machen müssen. Ja. Leider einfach Power, damit es ja nächstes komplett Englisch ist. Ja, wie willst du denn Powered abkürzen? P-O-W. P-O-F-P, doch. Prisoner of War? Wie bitte? Nee, das machst du PRD. So, dann schauen wir mal. Ja, also das Teil von EC. Hier so, ne? Ja. Brut, ja. Der Kaltensteinschirm, du siehst das ja nicht. Ja, ne, ohne das W würde ich sagen, aber ja. Nee, nee, schon so. Also diese Triebwerke kommen ja arg bekannt vor von Bluemix. Das täuscht. Also komm mal, das ist halt Arti und Lupf wieder, oder? Also ich gehe an die linke Arti. Wo geht jemand anders noch hin? Einer geht noch an die rechte Arti, würde ich einfach mal spontan sagen. Oh Gott, das Obama Prism hier in der Brücke drin von denen, das ist ja episch. Und dann geht man noch an die Brücke. Also ich würde sagen, zwei gehen an der Lupf. Das siehst du vom Dach aus bei dir bestimmt. Okay, dann gehe ich an den Lupf, ja. Drei gehen an der Lupf, einer macht Bogenverteidigung und zwei gehen an der Artis. Ich mache dann Arti noch, okay? Ja. Dann gehe ich an die Luft. Krass Taktik verraten. Ganz ehrlich, wo ist das Problem? Die schauen in den Stream eh nicht. Haben die unten irgendwelche Ganonen drin? Nee, oder? In der Kraken. Haben sie nicht. Nein, nein, nein. Also da können die glaube ich nicht. Denn in der Mitte könnte etwas sein. Damit die Endwürze... Er glaub nicht. Fein beschäftigt mal rein. Also siehst du, das Design... Gibt es doch bestimmt als Fahrgeschäft Kraken. Ja, gibt es. Im Heidepark. Auch mit so einem Krakenball, wo man reinfährt. Deswegen habe ich das gerade geschrieben. Aha. Heidepark ist nicht mehr so weit von dir. Ich war auch mal da, als ich fünf war. Vielleicht bist du denn jetzt. Sechs. Jetzt ist nur sechs. Siebzehn. Ich bin tatsächlich diese Dunkelauchterbahn gefahren. Es gibt im Heidepark keine Dunkelauchterbahn. Hey, was war das denn dann? Ich war doch im Dunkeln. Es gibt eigentlich mit Indoor-Parts, aber nicht komplett Indoor. Ja, keine Ahnung. Da war mal dunkel. Das war irgendwie so eine Mine oder so war das angehaut. Ja, da bist du Cortenplitz gefahren. Aber war mal dunkel und Dunkelauchterbahn ist schon ein Unterschied. Ja. Ich war fünf. Das sieht imposant aus. Du sagst, die Autobahn ist eingehaut, wenn du mal zehn wieder durch den Tunnel fährst. Ja, okay. Ja doch, Kalkenstein schon. Ja. Ach ja, hast du alles hier. Hast du eigentlich Kalkensteins tollen Forempost gesehen mit dem Survival? Nein. Hm? Schade. Hast du doch, wo er die schlechte Rechtschreibung vor sechs Jahren gefunden hat. Ja, richtig. Ja, ja. Musst jetzt aber mal nachrechnen. Der war da zwölf. Hart. Zwei Jahre auf dem Gymnasium. Ja. Sind wir nicht ready? Wir sind ready, oder? Ja. So. Das war ein langer Leidensweg. Erste F3 und B anmachen. Ich vermisse Paul. Ob jemand der PvP macht mit. Das ist echt so, ne? Ich kann mit PvP machen. Äh, der eine, der an keine Kanone geht, macht dann Dispenser an? Ja, mach ich. Was? Wieso gehen wir nicht an Kanonen? Ganz einfach, weil wir doch die Luft schließlich verwenden wollten. Ach, mein company. Dann geh es halt in die Luft und Lubs. Ja, guck mal. Die haben so ein episches Design сюда und wir können da auch so gegen gewinnen. Nei, das machen wir nicht. Solche Mighty don't get cocky. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. gewonnen, oder? Ja, wir haben aber schon mal bei Fightness die schlechtesten Gegner gewonnen in irgendwelchen Gruppenfights. Aber wir dachten, es ist eh easy, das ist schlecht. Doch, ich sag, don't get cocky. Gut, dann gehe ich doch an den Luftstich. Sehr gut, sehr gut. Ja, gut. Ich mach aber trotzdem dieses Tensal, ich glaube, der wäre auch eine Idee. Okay, dann geht eine Person an den Luftstich. Da ist ja ein Feilschacht, also... Ne, Feilschacht, was man so Feilschacht nennt. Der Feilschacht macht Tod aus dir. Ne, du musst halt direkt auf die Leiter gehen. Kurz von den Artis runter in die Brücke gehen, während die Artis hier oben. Ja, da mach ich das, okay. Wo ist der Dispenserhebel? Ganz vorne ist der. Grottenblitz gibt's auch im Europapark, sagt Ben, sag ich mal. Es gibt eine Bar mit dem gleichen Layout, heißt dort aber nicht Grottenblitz. Meini, irgendeine bestimmte, also Mitte... Such dir eine aus, die meisten gehen eigentlich. Alles von allem Express Ents, ja. Achso, okay. Ich will das erstmal entpacken, sowieso. Ne, die sind schon alle entpackt. Die sind schon entpackt. Also ja, und ich war auch nur da, weil nämlich der Nachbar von uns da Anmachknopfdrucker war, oder wie man das nennt. Ride Operator? Arbeitslos? Das ist ein bisschen wütig, oder? Ride Operator, okay. Sicker Name. Ich bin für Arbeit. Oder einfach nur sagen, Mitarbeiter. Oh mein Gott. Welcher Larry? Schreibt mir jetzt bei WhatsApp an. Immer wenn ich das Wort schaust, Oh, ich hasse die Infra. Die Infra ist sick, Mann. Ich sag's dir, ich schick dich nachher mal durchs Infra-Gear, wenn wir fertig sind. Ich schick dich da los. Oh Gott. Oh Gott. Nicht mehr raus. Nein, 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 nein. Mama, das kannst du ihm nicht antun, Alter. Doch, das kannst du ihm nicht antun. Oh doch. Wenigstens einer auf meiner Seite. Oh, diese FN-Geräte sind super. Wobei, eigentlich würd's schon dafür sprechen, dass du da mal durchlaufen musst, Alessio. Das stimmt schon irgendwie nicht. Ja, ja. Sind wir ehrlich? Vom Eingang zu den IDS. Dieser Moment, der die Klasse anschreibt, hey, du spübst doch. Was, du willst erst morgen da durchlaufen? Hallo, heute ist das Finale schon. Ja. So, Alessio. Jetzt erwarte ich viel von dir. Dein Team da vorne schießt mir locker gleich, wenn ich keine Ohren nicht an. Was denkst du denn? Nee, er baut erst mal ne Wand. Habt ihr auch Kanonen? Mach dir das Penzer aus, Meini, das bringt's nicht. Oh nein, Scheiße. Oh mein Gott. 200 Herzen. Oh Alessio. Ja, da kam ne Kanone. Ja, das ist doch egal. Ja, die genau in meiner Kanone landet. Ja, ich hab meine aber gerade geladen. Verstecken. Der ist hängen geblieben, Meini. Ui. Da fliegt er, da fliegt er. Warte, das Wasser ist gespockt. Oh, was? Alter, ey, ey. Ich hab's auf Aufnahme. Das ist Wiederholung. Ja, was ist passiert? Ja, Meini ist an Fallschaden gestorben im Wasser. Was ist das denn für ein Scheiß? Nicht Fallschaden, nicht Fallschaden. Äh, Bodenschaden. Ach so, okay. Ähm. Äh, Alessio. Ja. Wie wär's mit, wir gewinnen? Easy Design Gear? Geh, geh mal. Ich hab doch von einfach an gesagt, dass wir's eben nicht so machen sollen. Ja, ich hab dir ja gesagt, dann mach doch. Ah, Alessio, geh an den Flugstich. Was für ein Flugstich? Einmal einer Lumpfstich. Sag mal, Payntag, wie kannst du eigentlich mit den Lufts voran? Äh, ich hab jede zweimal rausbekommen. Also, ich bin an den Flugstich. Dann ist in der ATT-Mobflugstich. Oh, also natürlich oben Modus Flugstich. Einmal random durchbollern. Du weißt, wie man die bedient, ne? Ja, ich weiß, wie man die bedient. Weißt, wo du rauslassen musst, ne? Ja. Weißt du, wie Kaltenstern denn auf einmal Treibs rausgelassen hat, statt Steps? Hey, das ist voll unintuitiv. Natürlich ist das total intuitiv. Das fällt da ins Wasser durch. Wie weit ist das Wasser? Wie weit ist das Wasser? Hey, null. Alessio, ich sterbe. Ich sterbe nicht. Ach so, noch schlimmer. Ich sterbe nicht. Ich bin hier doof in dieses Loch da wieder reingefallen. Oh Gott, nicht schon wieder, ne? Doch, schon wieder dieses Loch. Oh Gott, nicht. So, ich hab alles durch im Ohnmobil. Egal, mach weiter, schieß nochmal durch. Wie geht die Arte hier noch? Also nochmal oben. Drei von denen sind unten. Äh, die Arte geht nicht ganz, da fehlt vorne Redstone. Ein Redstone oder mehr Redstone? Mehr Redstone. Haben die irgendwo noch Kanonen, wenn ich mit dem Bows den blöbel? Kann ich den hier in dem Bows den blöbel? Äh, die haben keine Kanonen mehr. Verkämmt dich lieber, du verlierst nur, wenn du im Bows bist gegen die, gegen die, gegen die Brücke oder so, weiß ich nicht. Ich mach das schon. Ich spiel safe. Gegnerst du auch. Ich kann mich mal, schieß mal ganz rechts. Geh lieber an die Lupfkanonen unten, die sind wasserdicht. Äh, die eine ist, äh, bei der anderen weiß ich nicht. Der ganz recht ist Frank ist tot. Dann nicht, dann nehmen wir's Anderes. Ich hab immer gleich das Gefühl, dass ich das euch einholt, ich weiß nicht. Die kriegt er doch. So, eigentlich wär's jetzt nicht mal so tragisch krieg, EC zu verlieren. Die sind halt tendenziell so das beste Team. Ja, aber, sie haben halt auch ein Designgear. Ja, aber es ist EC, die haben sich halt für die PvP-Taktik entschieden. Sick. Sonst kannst du mir ja nicht erzählen, dass alle direkt schon neben dem WG. Ja, klar. Tate, haben sich die Lups eigentlich gejagt? Äh, ich, ich bin mir nicht, also ich bin mir nicht sicher. Die rechte lebt, glaub ich, noch. Die linke ist, äh. Keine, im Death ist Reifen zur Wolke geflogen und hat das Wasser weggemacht. Also das sah nicht nach Jagen aus, die ist nämlich beim Beladen hochgegangen. Also vielleicht hat es jemand von denen geschafft, mich dieses Slap da in den Lauf reinzuschießen. Ich sag euch, geht lieber in die Brücke, das ist voll unsicher da oben. Ich möchte schon. Du bist zu one-hit, ne? Ja. Ja, dann lass dich nicht treffen. Ich bin doch als einziger hier oben. Nee, ich auch. Das muss ich auch nicht treffen. Nee, ich versuch's. Also Leute, jetzt sind die natürlich abgelenkt. Jetzt können sie natürlich von der anderen Seite versuchen, die zu treffen. Ach so, die sind da unten im Wasser, ja gut. Natürlich. Okay, zwei sind auf dem Dach, drei sind unten. Ist es dein Ernst? Oh Mann. Ben, dann sterb doch bitte so episch wie ich. Ich kann sagen, ich war der in der FN, der am höchsten hinaus wollte. Oh oh. Ja genau. Alessio, wie soll mir das in P4P noch heißen? Hey, wie soll das gehen? Also, das hätte ich echt aufnehmen müssen. Das wäre so episch gewesen. Ich hab's auf Video zum Glück. Ich bin da ja locker 100 Blöcke hoch. Ja. Sag mal, Karl, du stellst so viel Verzögerung hast du jetzt aber nicht reingemacht in den Stream, wa? Nö, ich hab gar keine drin. Ernsthaft? Ja. Also, die wirkliche Taktik wäre, wir kämpfen einfach, die nach und nach einfach zu killen. Das wäre in der Tat eine Idee. Können wir machen. Boah, das ist lauter. Sick, mit 5 HP alles hier. Läuft. Über den Gegner in den Rücken fallen, das kann ich. Ja, fliegen, ne? Das ist wenn ich. Ja, auch. Fällt das auf, wenn ich jetzt wenn ich spiele, oder? Das kannst du leider nicht. Das hat's schon probiert. Ach, das hat's schon probiert. Also, wir können auch machen, dass einer von uns hier so bleibt, als, ähm... Ja, Lester, das bist du, weil du 5 HP hast. Ja. Und du probierst da von hinten irgendwie anzugreifen, mit dem Boot-Ever komplett rumfahren. Okay. Das ist wirklich lustig. Das machen wir. Ich bleib hier hinten, und du fährst mit dem Boot-Ever rum, musst dir dann von hinten irgendwie backsteppen. Okay. Hört sich nicht so motiviert an. Ja, doch, da habe ich nur motiviert. Bist du gut in PvP, oder? Geht. Geht, geht. Ist er nicht. Also, Wartech ist generell nicht so, die, die irgendwie sind in PvP. Die sind alle wie... Achtung, geh runter, geh runter. Die sind alle wieder auf dem Dach. Mir fehlt ein Boot. Ich muss mir ein Boot klauen. Steilfeuer! Centaurus, sorry, jetzt musst du dir leider dein Boot klauen. Ach, geh weg, geh weg. Schnell. Florian, komm her. Da war das. Warnig, geht unter. Warnig, ich habe ein Boot. Ich habe ein Boot. Sein, für meins wieder. So, zick. Du kannst dich angreifen, das weißt du. Ja, ja. Boah, du bist wie so laut. Boah, du bist ein bisschen gefeuert. Greif an, geh aus dem rumpelten Boot. Ich komme nämlich schon. Da kommen sie zu zweit. Hab einen. Dann lass uns, geh weg, spring ins Wasser, das überlebst du nicht. So, Flori, jetzt können wir uns auch mal ins Boot setzen, ohne rauszufliegen. Ich war, nein. Nicht weg, nicht weg. Du kannst direkt runtertauchen, wenn du weg willst. Och, kann mich mal. Mensch, geht doch nicht. Alessio, jetzt holst du dir. Die sind doch nur vier Stück. Ja. Ach, nee, es sind fünf. Es sind doch fünf. Ja, gegen fünf ist dann auch zu viel. Vier wäre okay. Die sind schwer. Ach, Mann. Ja, vier dich geholt. Hab ich noch ein bisschen was schon gemacht. Ja. Ja, ich wusste dafür ja fliegen. Nur weil Paulus nicht da war. Nur weil Paulus nicht da war, sag ich. Ja, echt so. Es wird kein Pfeil mehr. Ja. Der hilft auch die sicke FP-Technik. Ja. Aber lustig. Nee, war nicht lustig. Kein Spaß gehabt. Na, verdammt. Ja, neue Missile Wars FN muss sein, ne? Ja. Dann kommt der Spaß zurück. Ja, aber einigen wir uns darauf, Paulus schuld. Ja. Boah, dieser Alarm ist auch gar nicht nervig oder so. Der ist von Meini. Meine sind stumm. Ja, Kaltenstein. Aber du hast auch, man muss auch sagen, du hast einfach nicht gemerkt, dass ich da schon alle habe eingebaut hab. Tja, kann man nichts machen. Du hast dann nochmal mehr eingebaut. Aber Finale ist erst 20.50 Uhr, oder? Warte. Keine Ahnung. Finale ist 20.50 Uhr, ja. Also Halbfinale geht jetzt in 10 Minuten los. Und das zweite. Ich geh jetzt erstmal essen und komm zum Finale wieder. Passt. Das find ich gut. Sehr gut. Wir sehen uns später wieder. Ciao. Tschö. Wie lange streamt ihr noch? 20.50 Uhr ist der letzte Fight. Also wahrscheinlich so bis 20 nach 9 den Dreh. Ja, vielleicht machen wir danach noch einen Wargy Fight. Oh Gott. Ja, einen. Ja, einen. Einen. Dann kommt das Kokosnuss-Gear und rockt alles. Ne, dann machen wir Infra-Infra-Infra-Gear. Alessio im Infra-Gear. Das ist jetzt Live-Reaction im Infra-Gear machen wir noch. Ja, genau. Wir nehmen irgendeinen Public und Alessio muss da im Infra-Gear bestehen gegen uns. Riffst du echt so kaputt, Flame. Wir können die aber nicht ganz alleine da reinlaufen lassen. Doch, 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 doch. Hey, doch, doch. Das ist ja der Witz. Das ist ja der Witz. Wir können die doch nicht ganz alleine in das Infra-Gear schicken. Da prallt da doch gar nichts drin. Ja, natürlich. Ich bin ja überzeugt, dass die Lups von Peter dich mal als Lups sind. identifizieren kann. Oh, Mann. Also fürs Protokoll, das Worgi ist ein einziger Krüppel. Ja. Und wir haben die FN damit nur ganz knapp verloren. Ja. Damit hätte ich wie die FN gewonnen, Sternchen, wenn das Worgi gut gewesen wäre. Ja, genau. ISA gegen BS. Das erste Halbfinale. Aber wir haben jetzt um... Hier um halb neun haben wir jetzt aber noch das Dingestens um drei, ne? Das Spiel um Platz drei, ja. Das war das dann eben Ding. Äh, hier. Alles für nicht gesagt. Ne, wir haben das ja nicht. Wir sind da halt drin. Dann sind wir vom Viertelfinale rausgeflogen. Ja. Die Verlierer vom Halbfinale jetzt kommen da rein. Also ist egal. Ja, ja, ne. Stimmt, stimmt. Ja, ja. Spiel um Platz früh. Das ist nur wieder. Ich guck mal, was ein Mensch so gerade macht. Oder nee. Ich guck erstmal an, wie viel Online-Zeit hab ich gerade auf PP. Das wollen wir alles wissen. Jetzt bitte raten. 30 Tage? Na, so flog jetzt auch wieder nicht. 23 Tage, 15 Stunden. Wie viel? 23 Tage, 15 Stunden. Oh Gott, ich hab 21 Tage, 8 Stunden. Ei, ei, ei. Ich mach ja nebenbei auch was anderes. Ich setze das halt sehr inaktiv hier auf PP. Du bist ja hier der Harzer. Ja. Hi, bin der, der Wargears auf der PS4 baut. Habe geschafft, eine Stich zu bauen, die genauso funktioniert wie auf der Java. Okay. Okay, dann hast du's halt. Ähm. Naja, ob sie genauso funktioniert wie auf der Java? Kann ja sein, dass die mittlerweile TNT-Physik in den Griff bekommen haben. Aber es ist halt immer noch, nee. Es ist halt immer noch Schrott, die Badrug. Ja. Also erst mal Glück, wo du dich, dass du es hinbekommen hast. Aber, joa. Okay. Ist halt für uns immer noch nix. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja jetzt gucken, was Mensch so macht. Wie weit der ist. Da hin. Ne, nicht da hin. Da hin. Und. Wie lange steht er da schon rum? Ach, der ist gerade abgehauen. Okay. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich jetzt das Original-Kurs uns gehabt? Ja, hast du. Du hast mir sogar geschickt. Sick. MvTP-Langeweile. Das ist der Typ. Das ist ein toller Name. Alter, der ist hobbylos. Der ist einfach hobbylos. Also, was Alessio vorhin sagt, ich finde, B.S. hat auch ein krasses Design, definitiv. Also B.S., Dark Revolution und EC, würde ich sagen, haben alle, und Matrix auch, haben echt gute Chancen auf Designpreise. Ich bin jetzt schon aufs nächste Event gespannt. Und da werden wir ja höchstwahrscheinlich nicht mitmachen. T3 mit SMAs, GG. Ja, natürlich. Was sollen wir denn da machen? Das ist nichts für uns. Äh, Painter, du hast doch in letzter Zeit wieder so viel Zeit. Oh Gott, das ist AFK. Ja, ja. Man muss halt mal sagen, der Typ hat mich fast eingeholt und das willst du auch erst mal schaffen. Ich hab nämlich, bevor es nicht viel Online-Time gab, aber ich kannte mal gefragt, wie viel Online-Zeit ich hab. Die Antwort war dann erst mal, das willst du nicht wissen. Ja. Also, ich weiß nicht, ja, also die Meta ist halt, entweder du verbaust eine Achtloch, so, wenn du die nicht brechend hinkriegst, oder du verbaust eine One-Hitze, ne? Halb-Tick-Achtloch, oder, naja, die meisten haben hier wirklich Halb-Tick-Achtloch mittlerweile. Ja, die ganze März ist auch nicht mehr lustig. Naja, Achtloch ist noch lustig. Finde ich nicht. Achtloch kann noch überleben, was? Ja, das ist super. Wenn du kannst, ist direkt gleich wegläuft und das Wargier nur noch auf 10% der Gesamtfläche machen. 10% kann ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was bei dir eine Achtloch macht. Eine Achtloch macht acht Löcher. Ja, acht Löcher, so. Und dann kannst du direkt am Anfang diese Achtlöcher schon vom Plug-in machen lassen. Ja, schön, aber dann kann das ja jeder und nicht die Leute, die Talent haben und die Leute, die Kanonen besser anmachen oder die, die flexibler Achtloch haben, die bessere Reitfangen der Schüsse setzt oder die ihre Achtloch besser eingestellt haben, weil die ja meistens inzwischen schon auswählen können, wo die hinschießt, von 16 Positionen teilweise. Ja, also ich finde das schon ungeilig. Es ist High-End. Ja, klar, es ist High-End, aber... Muss einem nicht gefallen. Tier 4 Kampf, 120 AHL, 120 Mal, 120 Kampf. Was? 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 Falls du damit irgendwelchen neuen Wargier-Maßel meinst, es gibt da so einen tollen Miebe-PP-Forum, was Tier 4 angeht. Wird kein Tier 4 geben und 120 Mal, 120 Mal, 120 Mal, 120 Mal, 120 Mal, 120 Mal, ne, glaub mir, die Kanonen willst du nicht an. 45-Maße Kanonen dauern mehr als lang genug zum Beladen. Ja, ne, unsere schönen MV-2-Kanonen. Richtig. Die sind super. Also, wenn du für ein Tech-Kill die Viecher beladen müsstest, und ein Tidestep in der Größe. Oh, je. Der dauert so einen Standard-Fight halt dann wahrscheinlich 40 Minuten oder eine Stunde. Und bauen halt echt Wochen. Also halt... Ja, eigentlich kam mit X-X-X-X-L, Borgi. Ja, wir haben... Ja, guck mal, wir haben einen Fight mit MV-2 schon hochgeladen. Gegen das Core-Gamer hier. Kannst dir angucken. Kommt noch ungefähr dran. Ja. Ja, das ist halt echt so, dass wir machen für ein Event, und das ist auch sehr beliebt gewesen, das Video, oder generell wie alle Megaworgi-Fights, aber es ist halt... Ja, es ist auch... Also, wir würden es auch öfter machen, aber es gibt halt nicht genug Megaworgis. Ja. Und ich finde es so lustig, ich sage auch nicht, du merkst halt im Video viel gecuttet, viel Timelapse auch, weil einfach viel ist beladen und rumlaufen und du siehst nicht, was passiert. Natürlich ist es für uns halt nur eher bedingt spannend, also eher langweilig halt wirklich, aber ja. Ja, gut, es ist halt... Es ist halt ein catchiger Titel, so, ne, ja. Nee, es macht halt auch... Also, es interessiert die Leute halt auch. Ja. Ja. Weil ich ja verstehe, zusammengeschnitten ist das halt wirklich ein interessantes Thema. Ja, also wie gesagt, MV3 kommt, aber Worgi-Fight in MV3, das kannst du nicht machen. Das ist halt sowas hier, wenn du dir mal anguckst, zum Beispiel diese eine Fight von Trinidad, V5 gegen V4, das ist halt echt so ein richtig krasses Matchup, aber das gibt's halt nur einmal. Und die Worgis sind insofern einmalig, weil sie aus der Epoche kommen und weil die dann auch monatelang im Bau waren, so. Das ist halt leider recht begrenzt vom Nutzen, den man da rausziehen kann, so. Wenn du mal bedenkst, wie viele Public-Worgias so rauskommen. Ja. Wait, das sag ich mal kurz. Jo. So. Ein 100, 100, 100. Ist das die Maße? 100 mal 100 mal 100? Weil dann viel Spaß mit den PS4-Kanonen das kaputt zu kriegen. Wenn was baust du, dann Breitenstreus oder was? Am besten Breitenstreu Halbautos. Weil da kann ich ja mal auf meinen Bau gehen. Ähm. Das haben wir, glaube ich, nie gezeigt, aber das ist eine grandiose Kanone. Feind-GTA ist bald los. Wenn man beim Bau starten würde, kann ich es kurz zeigen. Oh. So, wieder da. Ähm. Ja, nee, ich, ähm, von der Feindlos geht, zeige ich mal eben kurz die teuflischkotzende Schreibmaschine. Oh Gott, nicht die fröhliche Katze. Eine Schreibmaschine. Das ist also eine Halbautobreitenstreu. Es sollte nicht existieren. Ja. Das Ding ist so, ich habe tatsächlich festgestellt, dass man die überladen kann, wenn man nicht aufhört, wenn das Ding zündet. Und ich glaube, ich habe sie gerade überladen. Die Kanone ist halt einfach gut. Die hat man geleckt. Aber ja, das ist halt halbautomatisch. Weil wer so gute Kanonen bauen kann. Ja. Ich weiß nicht, wie alt ist die? Halbstein nicht. Wann hast du die gebaut? Ja. Ein 12 auf jeden Fall noch. Hm. Sickes Teil, nie irgendwo verbaut. Und wieder im Fight hier wird direkt... Oh, zwei Leute tot bei BS. Hier unten sitzen drei Stiche schon drin und oben ist eine Wölkchen draufgeklatscht. Jetzt belade ich das Ding doch gerade extra für dich. Ja, aber der Fight ist gerade losgegangen. Und Jansom ist auch tot. Oh, oh, oh. Sieht gar nicht gut aus für BS. Nur noch Whiteside und Barschmann. Warum hat das Ding jetzt die ganze Zeit gebibbelt? Habe ich wirklich so schnell beladen? Okay, dann habe ich so schnell beladen. Ja, das gibt echt flott, das Ding. So, da ist er, der Waschmann. Jeder auch aufs Dach. Klingelt die Glocke... Klingelt das Glockensound-Ding bei dir auch nochmal an, das bei dem Ding, oder... Hm. Das sieht nicht richtig aus, dass da die Glocke losgeht. Das kann ich gerade, äh, warte. Nee, ja, es passt immer, wenn du... Ja. Ist genau richtig. Das schiebt dann ja aber nicht immer, wenn ich da... Hm. Was? Also, irgendwas ist der Kartenstein. Hm. Kann es sein, dass das Ding... Irgendfalls ist der jetzt gerade richtig broke. Warum haben die Treibs nicht gezündet? Oh, das ist... Oh, es kann sein, dass du sie gerippt hast. Nee, hast du gar nicht, ja? Ja, die zünden nur, wenn die Projektile da sind, äh, oder? Oh, äh... Ja, das muss ich mir mal anschauen, ähm. Haha, ja, haha, hier geht, ähm, oder? Ah, nee, hä? Nee, es muss an beiden gleichzeitig sein, damit die auslöst. Das war ja Sicherung. Ja, ja, klar. War das nicht so, oder was? Doch, das ist Sicherung. Achso, nein, ich meine... Warte mal! Die Sicherung ist falsch, ich verstehe. Die Sicherung ist falsch. Ja? Nee, doch, das soll so. Ja, guck ich später mal drüber, ist das egal. Das geht dann dahin. Das geht hier durch, über die Leitung nach hier. Und wo zünden die Treibs? Die Treibs kommen von da, 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 da. Da ist der Block drin. Wo kommt das her? Da sind Fackeln, du. Ja, klar, die werden gar nicht angesteuert. Das ist ein Fackel-Endgate. Kann es sein, dass du da... Ich hab doch mit dem Ding mal geschossen. Da ist... In dem Piston ist da ein umstellbares Delay drin. Da, warte mal. Da kommt die Treibs, oder? Geht das hier überhaupt? Geht das? Die, die... Ja, doch. Okay, die Treibs sind Hünde theoretisch, aber praktisch nicht. Also, das sieht alles danach aus, als würde jetzt hier Isar gewinnen. Das heißt, wir haben Isar schon mal im Finale. Vielleicht wird's ein Isar gegen EC. Oder... Was wäre die andere Möglichkeit? Ein... Matrix gegen Isar, okay. Haben die da so runtergeschossen? BS, ne? Äh, ja, BS ist kaputt. Aber BS hat eigentlich auch ein ganz cooles Wort, vom Design her. Das Design ist echt sick, von denen, ja. Die Farbkombination gefällt mir. Ja, es hat auch diese geilen Leuchten da vorne. Ich meine, Grau mit Türkis, gibt's da Besseres? Also, Grau mit... Noch mehr Grau mit Türkis, um genau zu sein. Und halt mit diesem Sand kombiniert, das sieht schon gut aus. Ja. Hm. Das war was anderes. Huh. Mühe, Alter. Hoi, hoi, hoi. Hm. Noch eine Stunde, dann haben wir's überlebt. Ja, knapp. Aktiver Live. Oh Gott, das wird der... Ich glaub, das wird der längste Livestream auf Wattach. Seit... Wann sind wir live? Vier Stunden. Über vier Stunden. Vier Stunden, ja. Na gut. Ja, knapp vier Stunden, das wird... Und Weizel wird getroffen, der wird, glaub ich, sterben. Nicht so schön wie der Hummer. Ja, Disco, kannst du vorbeikommen und kommentieren, dann wird's wieder spannend. Ja, schlafen wir sonst ein noch. Ich weiß nicht, vielleicht machen sie ja doch noch einen Endgegner. Nicht der Endgegner. Doch. Episches Boss-Battle mit dem Endgegner. Nee, nicht der Endgegner. Doch, doch, der Endgegner. Kennst du überhaupt noch den Endgegner? Ja, natürlich. Das ist das beste Public, das es je gab. Es ist sogar noch Public. Also. Natürlich ist es ein Meme-Wodding. Natürlich ist das noch... Der große Endgegner, den hab ich weggebissen. Aber sonst... Ja, der war noch am Ende 1.12. Richtig, da hab ich nur noch mal ein bisschen auf den Tisch gehauen. Diese epische Musik. Ja, ist sick, ne? Läuft denn? Das ist anno 1800 Soundtrack. Hö. So, unter anderem, wie lang läuft der schon? Das Video... Wahrscheinlich seit 4 Stunden Dauerschleif, ne? Seit einer Stunde 25. Der ist noch nicht ganz durch. Nee, Copyright ist eigentlich nicht. Dynameteon claimt das nicht. Das ist halt, weil das Spielmusik ist. So, und wir warten jetzt einfach nur darauf, dass White's halt endlich verreckt mit einem HP noch. Du kannst das hier ablösen, dann trinken wir einen Kaffee und dann kannst du kurz reden. Ja, 4 Stunden Lightweight. Ich trink schon die ganze Zeit Cola nebenher, aber ich bin echt durch. Das kann man nicht anders sagen. Ich trink Meckes Cola. Die hat nicht mal Kohlensäure. So aus so einem Automaten, wo du so draufdrückst. Nee, Meckes Cola. Ja, aus diesen Nachfülldingern. Und da ist er tot. Im Backfüll-Universum legst du, wo bei Meckes die Getränke nachfüllen kann. Kennst du das nicht? Hat er das nicht so? Natürlich, aber es gibt es doch an keinem McDonalds der Welt. Ich war auch seit Jahren nicht bei McDonalds, aber es ist... Jahren, Jahrhunderten. Ja, keine Ahnung. Damals habe ich noch keine Softdrinks getrunken. Damals habe ich noch Wasser gesoffen. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, um aufs Dach der Arena zu kommen. Ach Gott, Stepbro, I'm stuck. Ja, ja, Waldzeit, ist klar. War doch klar, dass die Sprüche irgendwann kommen. Please be gentle. Disco! Meini? Ich bin jetzt auch wieder spannend. Warte mal ein bisschen auf. Ich habe auch mir eine Cola geholt. Ich habe auch was gegessen. So ein bisschen Energie rein in den Laden. Ja, klar. Wer kommt denn als nächstes? Weiß ich nicht. Wenn er richtig Energie braucht, musst du irgendein ADHS-Kind hier reinholen. In welcher Fight? So. Achso, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie er wird. Da hatte ich hier durch Bug-Using rausgeflogen. Wenn, oder nicht Bug-Using, durch BP-Bugs. Da habe ich damit nichts mehr zu tun. Sehr gut. Gar nichts. Ist schon frech. Eigentlich hatte ich natürlich die Verhaltenheit gewonnen, muss man sagen, aber... Kann man nichts machen. ...designpreis als auch richtig gewonnen? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Ich kann ja mal mit auf den Events-Server kommen. In dieser Zeit einfach, um das zicke EC-Burger zu bewundern. Kalsch. Dann dir wird schon im Chat gerade erklärt, wo du deine Cola nachfüllen kannst. KFC, ja. Wieso hast du neckes Cola bei dir? Weil ich heute einen Burger gefressen habe. Und seitdem hast du Cola? Ja. Wie viel Liter hattest du denn? Ja, große Cola. Und die trinkst du in so vier Stunden nicht aus? Vier Stunden? Wann habe ich gegessen? Vor drei Stunden? Vor zwei Stunden? Ach, du warst nicht den ganzen Schülern dabei. Doch. Du, ich süppel den ganzen Tag an, aber nur fünf, ne? Also so viel Durst habe ich jetzt auch nicht. Ich kann gleichzeitig kommentieren und essen. Ich habe hier fünf leere Mio Mio Cola Flaschen um mich. Was ist denn los bei euch? Ja, meine Fußpilz-Cola ist aus. Ich habe Vanille-Cola nur noch. Oh, du fach, ja. Ich habe 785 Planets. Euer Passwort hat mich reich gemacht. Aber ich kann nicht auf den Events-Server. Seid ihr auf dem Events-Server? Ich bin auf dem Events-Server, aber nur mit dem Server-Team-Leuten. Ich bin auf dem anderen noch. Achso, ja, GG. Ich komme auf gar keinen rauf. Ja, der andere ist jetzt auch weg, oder? Ja, der andere ist auch weg. So, Matrix vs. EC. Das müsste jetzt das erste Halbfinale sein, oder? Das erste Halbfinale hatten wir gerade. Dann ist das jetzt das zweite Halbfinale. Ich muss Buffy wieder nerven, ob ich mich so doch wieder mitfalten kann. Ja, genau. Du kannst ja EC fangen. Ja, welchem Team rechts die meisten Chancen auswohlen sich eintragen lassen? Seid ihr noch dran? Ne. Ne, wir sind rausgeflogen. Ich hatte dafür aber den besten Tod. Ja, stimmt. Wird so ca. 100 Blöcke über die Arena katapultiert. Na, das ist gut. Wieso komme ich denn nicht auf diesen scheiß Event-Server rauf? GG. Weil der noch nicht bereit ist. PP ist in aller frischen Zurück, und ich sage das alles wie immer. Die wollten ja auf Tradition gehen. Ja. Der Bauer-Server ist aber online zu oft. Beziehungsweise die Bauer-Server. Ja, true. Ach, das waren noch Zeiten, wo man mit so einem Weltbefehl so eine Kieskugel gesetzt hat, den ganzen Bauchserver lahmlegen konnte und dann Lupen vorbeigekommen ist. Es war Zeit nach, als man ins Spectator gehen konnte und auf die Grundstücke von anderen. Ja, ne. Auf die Grundstücke von anderen konnte man ja streng genommen nicht, weil... Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. In 1-7 musstest du deinen Eingang zubauen, damit du nicht rauskommst. Da gab es aber kein Game of 3. Ja. Das war schon in der 1 irgendwas später. Aber ich kann noch weitere brisante Warrior-Infos bei euch im Streamen leaken. Okay, okay. Arena freigegeben, was? Ja, aber ich kann nicht zuschauen. Egal. Ist auch keiner da. Also ich wollte, bevor ich eigentlich vor PP geupdatet hatte, es hatte ja kurz bevor es aufgegangen ist nochmal geupdatet, ne? Da dachte ich mir, okay, es ist ja ein Problem, dass ganz viele User mit guter Tech rumlaufen, die sie überhaupt nicht gebaut haben, sondern von irgendwen bekommen. Und meine Format-Idee, für die ich auch schon ein bisschen aufgenommen hatte, aber ich war zuvor aus dem Schneiden, dachte mir, scheiß drauf, war, dass ich einfach mir einen neuen Account gemacht hatte und dann mal geguckt habe, wie weit ich komme, ohne ein Block Technik zu bauen. Und? Ich hatte One-Hit-Artis zum Schwenken und sowas alles. Ich hatte voll die coole Tech. Ach. Aber ich habe halt nichts gebaut. Wie ist der Account? Ja. Habe ich vergessen. Auf jeden Fall, ja. Das war, das war cool. Aber ich dachte mir, ich leide es nicht, weil ich kenne nicht diese arme User Expose, von dem ich da die ganze Tech klaue. War es Kava? Schneue. Keine Ahnung mehr, Mann. Also ich werde fast zu hochladen. Ich glaube, ich habe das gar nicht mehr, das Videomaterial. Zwar aber, war sehr lustig, weil ich hätte halt super viel Fabriksfilm müssen, weil ich kann ja nicht einfach irgendwelche private Tech von Leuten zeigen, oder? Also dachte ich mir jetzt wenigstens. Doch, doch, sehe ich, sehe ich auch so, kann man machen. Ja, klar, klar, du fliegst ja auch in der FN in Wargiers. Ja. Aus Prinzip. Ich habe 1285 Planets und wer hat mir von mir Planets gegeben. Leute, verdammt, ihr kriegt das Passwort nicht. Doch, doch, gebt mir weiter Planets. Ganz sicher, ganz sicher. Selbst wenn ich das sage, dann wahrscheinlich, nee, ich bin zu Paul Schlumpf. Ja, bist du? Ja. Wir können uns nicht so was merken. Hey, ich bin auf dem Events-Server. Mein Passwort haben wir noch in Reserve, aber das ist halt unser YouTube-Passwort. Das wäre ja noch ungünstiger. Das hatten wir doch, glaube ich, sogar schon mal als Channel-Passwort, oder? Das hatten wir schon mal als Channel-Passwort, ja. Ich muss, ich will mal kurz festhalten, der Homer-König ist raus, aber diese komische Alien-Tentakel... Die hat gegen uns gewonnen, ne? Mann, und ich hätte fast gegen die gewonnen, so traurig. Ist echt so, ne? Wären damals nur alle Team im Neuschalen im Team gewesen. Ja. Dann wäre das natürlich anders. Ich will mitfighten. Welches Team ist Team Blau? Ich will mal nach In-Wide fragen. Blau ist, ähm, blau ist das Kraken-Dings da. Äh, nein, wir machen kein Side-Step-Tutorial, die E1-2-3-Zockt. Wir können irgendwann irgendwann das Prinzip anreißen, aber definitiv nicht, äh, wir können kein Tutorial machen. Es ist ein Fake-Schuss im neuen Public-Verbaut. Hm, was? Ich würde ja ein Tutorial machen, aber ja, ich will nicht. Ich bin zu faul. Hast du ja schon ein Video gemacht, das ist auch zu viel verlangt. Ja, ich sollte vielleicht einfach nur auf Stream, so wie ihr. Ich glaube, das ist deutlich chilliger als Schneider. Das ist auch viel einfacher, ja, du musst gar nichts machen. Vor allem kriegst du dadurch viel mehr Views und Subs und so, als durch die Videos. Machst du einfach alles auf Streams. Machst du einfach regelmäßig Upload und Streams. Ja, auf Twitch. Ja, FP macht bei der WGL mit und wir streamen einfach wieder die Tech-Bauern. Scheiß mal auf alles. Ja, wir haben 410 Euro schon, ne? Das ist doppelt so viel wie das neueste Video, weißt du? Na gut, aber das neueste Video war auch scheiße. Ich weiß auch nicht warum. Was war das nochmal? Sandblock Survival. Ja, oh, cool auch. Ich bringe Alessi hoch. Ja, okay, wollt ihr noch mehr Minus-Klicks? Also, weil Alessi macht mir ja kein Clickbait. Ja, eben haben wir ja auch den Titel geschrieben. Also, wir hatten ihn einfach im Titel, wo er gar nicht dabei war. Zumindest nicht im PS. Davor war irgendwas mit Warships oder Wasser oder irgendwas. Weiß ich, Tides, ja. Ah ja, richtig. Jukain, ich hab ja auch nicht mitgemacht oder so. Okay, also ich hab das Gefühl, ich werde hier nicht entwaltet. Schade. Was ne Enttäuschung. Aber das wirklich sieht ganz nett aus. Ganz nett, ja. Ich könnte mich ja wieder in den Spectator packen. Ja, wer da. Aber ich warte ja immer noch auf die versprochenen Innenaufnahmen aus X-15 von Alessio. Ja, ich bin auch gespannt. Da gibt's nichts Interessantes zu sehen. Obwohl, was hatten wir denn? Wir hatten so 100 Lufts. Wir hatten halt wirklich irgendwie, am Ende waren so alle Kanonen, die wir brauchten, drin. Wir waren so, ja, wir können jetzt noch irgendwie vier oder fünf Kanonen einbauen. Und wir hatten halt schon irgendwie drei Static drin. Dann waren wir so, naja, brauchten wir halt noch fünf Static sein, weil so was wie zu viele Lufts gibt's halt einfach nicht. Wie hat es da am Ende neun? Ja, aber einige, glaub ich. Auch so welche voreinander oder übereinander so mit einem Block dazwischen oder so, war richtig nötig. Erstens, mach deine besser und das ist mit die beste Tech, wenn man sie beherrscht. Also, nein, dass wir keiner machen außer Proxima. Herzlichen Dank. Meine Fresse, Kor trinkt doch echt weniger. Sandklack war richtig gut und hat immer Spannung. Ja, Carmen, das war von meinen ja auch, genau. Es ist echt so, das Alessium-Markt-Züge hat so 100 Views mehr als das. Ja, da war ich ja auch drin. Und ob das glaubst du oder nicht, das Video mit dem Trottel da der MV2-Gesuchte, der MV2 als Salz ausgegeben hat, das hat 180.000. Ja, das passiert halt, wenn man... Je dümmer der Content ist, desto mehr Leute zieht's an. 180.000 Views? Ja. Ja, dieses von dem Norman, das Ding. Ja, eben. Ich baue alles, was Revi mir sagt. Und dann sagt er, baue mal ein Panzer und so. Ja, nach einer Stunde habe ich das hier stehen und steht da MV2 rum. Ja. Freut man sich, wenn man dafür gekreditet wird. Ja. Notiert nach größter Beliebtheit. Ist nicht auf eurem Kanal. Nee, ist es nicht. Na, schön wär's, ja, nee. Ja, aber das hier von, ähm... Ich hatte tatsächlich geplant, dich in die Dokumotive zu setzen, aber die Mod kann das nicht mehr. Die war mal besser. Der Custom-MPC-Smart hat versagt. Aber, weißt du, welches Video ich mir jeden Tag gebe? Redstone-Clox in Klavan abschaltbar. Oh. Das ist so... Oh. Heavy. Das hat nur so viele Views, weil das das einzige Video war, was, äh, halt online war irgendwie. Also, das war das neueste Video, als der JoCraft halt kam. Leider. Das ist halt so das dämlichste Video, was es so gab. Ihr hattet auch noch andere dumme Videos. Jetzt macht euch nicht selber besser, als ihr seid. Äh, und zwar... Können wir auch gleich mal gucken. Der CI-Führerschein war super, ja. Oh Gott. Das sind jetzt auch so die ältesten Videos. Ja, das ist sehr alt, ja. Das ist auch so in Aufnahmereihenfolge eines der... Ja, ah, ja, die sind sick. Die Film-Profs lautlos. Also, ich hab da so einen Tag später gemerkt, dass... Ist doch nicht, als hättest du... Als könntest du auch noch 100 Personen auf YouTube geben. Na, 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 na. So ein paar Sachen waren halt echt nötig, wenn dann Leute ankamen und keinen Alarm bauen konnten. Ja, die Alarm-Glock abschaltbar, das hab ich nur gemacht, weil mich Leute aufs Team und danach gefragt haben, wie macht man das? Ähm. Ja, okay. Oh, der krippel-Tentakel-Typ kriegt irgendwie aus dem Haul. Oh, das war's. Ja. Und EC-Stack-Boote. Ja, alle irgendwie unten im Wasser bei denen. Boote, Boote, Boote. Ist das eine Downside-Stamp, was die da haben? Äh, keine Ahnung. Äh, Grofegi, ja, den Stream kannst du doch im Nachhinein gucken, der bleibt online. Oh, scheiße, ich sollt wieder reden. Ja. Also, manche Videos haben immer bedenkt. Wir haben uns irgendwie mega drauf gefreut, das zu machen, so, aber im Nachhinein ist das so, warum existiert das? Ja, keine Ahnung. Was meinst du jetzt? Ich hab grad nicht zugehört. Also, ja, der CI-Führerschein zum Beispiel, das ist so, das, das, das fanden wir damals richtig sick. Die blauen Schwimmstern noch hinter ihrem WG rum. Ja, das ist EC, die haben ja auch keine Kanonen irgendwie. Wir haben nur so zwei oder so. Was, was bringen einem eigentlich diese komischen Tische, die man über die ganze Zeit übereinander baut? Äh, Scaffoldings, das sind Gerüste, ähm, kannst du halt drüber laufen, aber kannst du auch reinklettern. Der NT kann von unten durch, aber nicht von oben. Okay. Und du kannst damit noch einen Halbtick erzeugen. Ich hab auch eines, was ich auch schon gemacht habe. Guck an. Wir machen nur damit einen Halbtick. Ähm, halt, du hast davon, hast ein Scaffolding, was auf dem massiven Block steht. Mhm. Daran hast du halt, äh, Scaffolding befestigt, das halt dann auf einer Trapdoor steht. Wenn du die Trapdoor wegklappst, ähm, und da, dann gibt das ja, äh, gibt's ein Blockupdate im Scaffolding oben, und das ist irgendwie ein halber Tick lang, und wenn du auf dem Server abgreifst, hast du einen Halbtick, yay. Stark. Äh, der hat schon gefightet, ja, und verloren, die sind raus. Hallo. War Gamer. 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 Warum hast du eine Frage gelesen? Ja, her zur Tastatur. Ne, das war nicht du die Leertaste, das war auch dein Gehirn, was geklemmt hat. Der hat Tastatur gesagt, du Affe. Was, das nicht der Junge, der eure Teamser bezahlt? Ja, genau. Ah, ich erinnere mich. User joined your channel. Ah, ja. Paulus. Du kommst gerade rechtzeitig, um unsere Niederlage auszukosten. Ah, das ist schade. Ja. Wer, 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 gegen wen habt ihr verloren? EC. Ja. Ah. Gegen den Tentakel-Hentai. Ey, diesmal bin ich nicht derjenige, der die ganze Hentai-Sache loskriegt. Na, das macht Kallenstein schon ganz von alleine. Das sieht halt schon echt so aus. Nein. Doch. Nein. Doch, aber gut, das hat Düsentriebe. Geben die sich ja saufen hier unten? Nee, nee, nee. Nicht auf PP. Muss so. Warum hat das Panzer-WG eigentlich so komische kleine Pflügel ausgefahren? Ja, das sind so Propeller halt. Propeller-Proviele. Ja, amphibischer Panzer. Wir hätten eigentlich im Off-Process den Optim teilnehmen können. Ach, du meinst dein hässliches Mist-Wichter. Ja, genau. Man könnte so ein WG bauen, so ein Design-WG, das eigentlich so eine Art Kasten erst ist, aber dann so richtig schwindelig ausfällen. Ja. Wir hätten mit dem Sandblock teilnehmen müssen. Der wird ja hart, ne? Der Sandblock wird massiv. Ja. Also, ich muss schon sagen, da hatten wir aber auch echt mehr Glück als verstanden, dass das Sandblock-Survival auf THC gut gegangen ist. Ja, stimmt. Stell dir mal vor, die hätten den Boden da zerlegt. Ja, dann ist es dann in den Sandblock. Ja. Ja, genau. Na ja, ich bin dann erstmal wieder weg. Komm, dann vielleicht nochmal unten mal schauen. Ja. Bis später. Ja. Mal schauen. Jetzt müssen wir live im Stream mit diesem Typen, der hier alles leitet, besprechen, wie der Hummer fighten darf. Okay. Selma. Der Junge, der hier alles leitet. Ja, ja. Der Buffy. Ja. Na, süßer. Na, süßer. Also, Buffy kann mich wahrscheinlich auch schon lange gar nicht mehr leiden. Darf uns aber ein kleines Warschip bauen, zum Kämpfen. Naja, wenn es Wargy-Regelkonform ist, klar, aber Warschip ist eigentlich kein Spielmodus hier. Mhm. Obwohl jetzt mein Team ist nicht mehr da. Mhm. Ja. Findet sich ein neues. Das warschip ist schon okay. Oder du sendest wieder eine Skype-Nachricht. Ich hab die nicht gesendet. Dann sendest du jetzt halt eine. Nee. Nee. Profis, wirken die zwei Fragen zu erzählen. Azunka fehlte noch. Ja. Was ist das für eine kernbehinderte Frage? Was? Wenn du eine Schönheits-OP machen müsstest, welche wäre es? Wer stellt dich so eine Frage denn? Menschen. Ja. Kennst Menschen? Echt? Ja, boah, ich bin mir nicht so sicher. Ich hab den Geheimraum gefunden unter der Arena. Jetzt? Ja. Drück mal aufs Schild. Er hat keine GM1-Rechte. Schade. Ja, Corona. Ey, wahrscheinlich, du machst dir die ganze Zeit Werbung, während du aufs Schild drückst? Ja, nee, das ist die Inspiration für die Arena. Ja, ach, sag bloß. Oh, deswegen kommt die ganze Zeit dieser dumme Link. Keine, nein, lass das. Vor allem, ich komm vorhin so ins Stream rein, auf einmal redet Keilenstein über irgendwelche Fan-Fictions. Ich dachte mir so, okay. Ach ja, ne? Jetzt wird's schwierig. Also, Kor, fass mal kurz zusammen, ich war doch nicht da und ich hab absolut keinen Bock, mir den Stream anzugucken. Na, das... Das war, ich hab Alessio darauf angesprochen, dass es ja Fan-Fictions von ihm und Disco gibt, ne? Oh Gott, ja. Ja, und... Also, Alessio meinte, kennt die, ich hab's auch nicht gefunden, ich hab's nur gehört, dass es die geben soll, und Alessio meinte... Es gibt eine Fan-Fiction von dir und Alessio. Was passiert da? Was wohl? Die Belustung der Leidenschaft. Okay. Okay. Das Lustige ist, obwohl, wir sind ja live im Stream, das sag ich jetzt nicht. Sonst kriegen die Leute Probleme, wenn die Respektäterrechte gegeben haben. Okay. Ne, auf jeden Fall... Wo war ich denn jetzt? Ach ja, genau. Dann hab ich ihn gefragt, was ist sein... Ob er ein Schipper ist, ob er ein Fan-Fiction-Reader ist, und dann sagt er, ne, er wurde verstört davon, dass es Rappel-Fan-Fictions gibt. Also, hier, Draco Malfoy als Harry Potter mit einem Apfel. Oh, nee. Das ist so... Ja. Warte, wie heißt das nochmal? Ich muss kurz googlen. Drappel. Nein, möchtest du nicht, hab ich schon. Na komm, sag eben. Cognito-Modus, dreifach, so, Apfel. Drappel. Ich kann Drappel, das ist Pokémon. Drappel? Das ist Pokémon. Zufall, ich glaube nicht. Ja, wie Apple und Draco halt. Spitzell Mate Das ist blödhnisch. Ich kann von unten in die WG sehen. G' soundtrack Hoooooo例ieeeeeee Eieiei und auch an den ersten Schleimern das ist wenn das Menschen zu viel das wird es BKP kann im Platz drei Fall einer viele Grüße an B.S. A.N. 8.8 B.S. und so okay ich habe es erst nicht gelesen ok ich glaube ich glaube ich habe Kupfer gehört dezenten Fall von Mobiltelefon also hier ist nur 6 2 Breite 3 lange und 5 Projektivkammer mit Observen an der Seite und irgendein komisches Zündungsverfahren mit so ganz vielen Droppern und Repeatern und Hoppern Hört sich dann an, dass die Kammer waren Nein, Bedrock ist nicht erlaubt in Wargiers und dann sind oben in der Decke diese komischen Flickenständer Teile die ihr mir immer glatt habt Bist du im Infra-Gear? In dem das Licht des Hintergears Er fliegt einfach in GM3 durch und hier unten im Boden sind auch ein paar von denen und darunter eine Traptor das scheint recht gehabt zu haben aber das hat wenig Treibs das scheint mir in der Luft zu sein Siehst du meine, das passiert wenn ein Typ Rechte kriegt der die Rechte auch nicht unterbrochen und einfach in Wargiers reinfliegt und er die Rechte dann weitergibt das ist mir überhaupt nichts wir haben nichts gehört World Time Loader Was? Schön in den Blender reinpumpen In Blender? Oh ja Ich habe das schon mal gemacht hier mit Replay Mod und die Scheiße in den Blender reingeladen und dann konntest du daraus ein Microfizierend oder was ist dieser Replay Mod? Da habe ich schon was gesagt Ja Kann ich auch nicht Wird man nicht eigentlich Auto-Band damit mit WDR hieraufkommt? Eigentlich schon, ja Auf SD konnte ich damit zumindest nie nie weil Per Glamour gut Was machst du wieder? Hä? Guck mal Gamer Was? Wenn ich Tech-Klaue Delta Force 2 Wenn ich Tech-Klauen will gehe ich einfach auf euren Bau ich bin ja überall geendet Ja, auch eine Option Ja Warum soll ich Tech-Klauen? Wir verkacken ja eher Also von daher Ich brauche auch keine Tech-Klauen Wer hat das Worgi von euch eigentlich designt? Also ich kann das mal kurz erzählen weil das Design ja so gut bei euch angekommen ist gerade bei Disco Welches? Das Sidestep-Shield-Ding Ja, das fresh-Ding Ja, das ist übel hässlich Hallo Ach, das ist dein Worgi, junger Mann Aber man muss ehrlich sein Das Worgi-Technik-Port bei jeder Design war jetzt auch nicht so geil Das war grau halt, ne? Das ist meine Design Das war halt meine Das ist ein wichtiges DDR-Design Ja Meine Worgi sind immer grau Der Ostblock Stell deinen Klauenbau neben Sieht gleich aus Ich hatte mal Das V9 von mir designt Leider auch nie fertig geworden Weil ich es außerdem gesprengt hatte Äh Lass das Fels machen Die Ja, das war ein 1-10 WG Äh Auf jeden Fall Oder ein 12 oder so War das in weißem Pink-Design Das war schön Bevor du sagst, das sieht aus Im Plattenbau Modell dir mal vor Wenn Steamwall dich verkackt hätte Sei froh, dass du das Ost-Gier nie gesehen hast Das war ein Roffel mit Plattenbau Mit hässlichem Plattenbau Mit null Zimmerwohnungen Also, ne Augeweide für jeden Sachsen Oder was Unter Mauer Das war OP Hat sich die Grenze Hat sich die Grenze dann einfach oben wieder reversed Oder was Ah, wieder aufgebaut An alle Buffy Buffy hat gesagt Schaut mal, ob das geht Dass der Hummer gegen den Gewinner fightet Und nicht User einladen darf Einfach Oh, sick Massified Boah So, 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 so'n 60 gegen 60 Wär schon das lustig Nee, nee 60 gegen 5 Ja, gut Mit Enteren aber Ja Was? Das ist ja einfach alle 90 User, die online sind Aufs Dach und, äh, Boast werden Das ist ja genauso wie die Rote Armee gegen Luxemburg Was für ein Luxemburg? Ja, Luxemburg hat noch einen Soldaten Ja, aber warum Rote Armee gegen Luxemburg? Ja, 60 Spieler in einem Worgel Gegen sechs Spieler im anderen Ja, aber Wie kommst du jetzt auf Rote Armee gegen Luxemburg? Ach, das ist ein Vergleich Kaltenstein, hör auf, dumm zu sein Ich danke an irgend so'n Typen da noch Ach, Frankbein Ja, der ist schon länger da Komm nicht mal in die WGs rein Scheiße Na jetzt Das Dumme ist Diese Barriere, durch Wenn man nicht durchkrankt ist, halt sehr weit nach oben Aber nicht nach unten Nee, warte, das läuft Ich hab nicht mit Angreifern im Boden gerechnet Jesse hat ja gesagt, alle Schuld auf ihn lenken Ja, Jesse hat das Rohr gedesigned Okay Ja, Jesse hat man gemerkt So, Manny, was holst du? Das Problem ist So Slaps und so im Boden versperren die Sicht Du hast doch gesehen, sicher Jesse hat ja Trailer von eurem WG schon hochgeladen Für zwei Sekunden hätten sie sofort wieder offline genommen War auf meinem Kanal auch Okay, warum war der nur für zwei Sekunden online? Also Du musst dir mal die Atmosphäre vorstellen, die wir gehabt haben Nachdem wir beide Kämpfe verloren haben Okay Super War der Trailer so richtig Jesse cringe? Oder Der war halbwegs passabel für Jesse Standards Der hat gestern drei Versionen davor gesendet Und ich hab den jedes Mal korrigiert, dass er eine andere Schrift abnehmen soll So Und nicht irgendwie LSD schieben soll Und jede Schrift eine andere Farbe, Größe und Schriftartage hat Und dann ging der irgendwann Im Rahmen der Dinge Was auch sein PC-Apparant wäre Ja, und er meinte Ich bin dafür der Verlierer gegen V4 Ja, das hat sich halt nicht gebannt Bisco Ja Oma gegen V4 Was ist V4? Groß Der Panzer Trifft eh nix Gewinnt Disco Oha Ja, ist echt so? Das ist Da triffst du nix Sicher? Der Hammerkönig gewinnt immer Okay Doch, ziemlich sicher Wir waren da fest überzeugen, das war Mr. Krabs Nein, nicht Mr. Krabs Nein, verdammt War das Larry? Der Lobster? Ja TZEWG steht für TZEWG Der zeigt euer Wargiver Ist aber auch kopiert von WZEWG Der stand für Wir zeigen euer Wargiver von MCV Ja Der stand für Wargiver Die waren nämlich erst WTZEWG Das ist so gut, weil du kannst WZEWG UND TZEWG taggen Berechtigt taggen Ja, ja, ja Ich kann jetzt auch einfach WZEWG nennen und dann wird er bei dem anderen vorgeschlagen, aber Aua Auch ne dumme Idee Irgendwie hat er nicht geklaut, WTZEWG macht ja irgendwie Sinn Ja, das klingt so schön Aber hey, mit DZEWG hast du dich jetzt auch nicht so viel abgehoben davon Ja, das ist ja wohl ganz einer Buchstabe, ja Ja, richtig und wir sind auf die Idee gekommen, noch ne Buchstaben hinzufügen, das hat sonst auch keiner geschafft Ja, aber zwei, die es schon gab Ja, genau Man kann halt nicht alles haben Hallo LMMAXIFY Was? Ich hab schon genug erfunden MiniWarriors, MicroWarriors Ja Gute Technik Echt? Das hast du erfunden? Gab's heute nicht? Ja Oha Ich hab grad nicht zugehört, ist Kalkfeld hier am rumlosten? Was? Nein, nein, diesmal nicht Wer hat dann gefragt? Ich hab nur gesagt, ich hab vieles auch von MicroWarriors, MiniWarriors, gute Technik Ne, warte mal Okay, meine Gehirn hat das heute schon wieder erreicht, lass uns das lieber Wenn ich mit nem Wargear schieße, verschwindet das TNT nach 5 Chunks, wie fixe ich das? Wird es vielleicht einfach nur nicht angezeigt oder ist es wirklich weg? Und vor allem, wo testest du das? Bedrock, Java? Vielleicht ist es explodiert? Das wär so ne Erklärung PS Vita Warum willst du weiter als 5 Chunks schießen? Heißbeekkanone? Hallo? Also mit ner Shotgun kannst du eh nicht weiter schießen, das explodiert dann halt einfach in der Luft Ich will mal kacken dreißig sagen, unsere Kanonen sind auch ungefähr auf 5 Chunks Reichweite eingestellt Wenn du noch einmal rein schreibst, fixe mit Doppel-X, ne? Okay, mein Hund ist gerade unten am Ausrasten Okay Was labern sie? Also Bogen raus? Ja, wie gesagt, baut nicht auf PS4, baut auf PC Ich hab's ja auch schon mal gesehen Ach, wie der ein Schwert, ja Warum habt ihr nicht so viele Leute, die auf PS4, also warum habt ihr so viele Zuschauer, die auf PS4 bauen? Weil wir viele Zuschauer haben Jaaaahhhh Bappisch Das will ich jetzt doch nicht sagen Natürlich haben wir nicht sonderlich viele Es sagt Disco noch so lange, bis ihr ihn überholt habt Ja, also auch sehr, sehr lange Ein S2 hat ja auch sehr viel gesagt bei eurem Video am 01.01. Was hat er gesagt? Jojo, die haben nur tausend, aber klar, das ist nicht ernst gemeint, aber trotzdem Jetzt wird das hochgeladen, jetzt haben wir 100 mehr Ihr schafft, ich soll sagen, ihr schafft nicht mehr als ich Oder höchstens ähnlich viel Weil die Wargir-Community ist halt nicht so groß Irgendwann werdet ihr merken, habt ihr einfach keinen Zusatz mehr Ja, klar, aber man muss so neue Märkte erschließen Richtig, ich sag, man muss halt neue Leute in die Wargir-Community holen, das ist ja gerade Ja, ja, ok, dann wünsche ich euch mal ganz, ganz viel Erfolg dabei Ja, konntest das ja Ich konnte das, wie hab ich das denn gemacht? Ganz einfach, du bist auch so unterhaltsam, wenn man keinen Plan von Wargis hast Ich hab nicht das Gefühl, dass ich neue Leute gesehen hatte Ich glaub jetzt nicht, dass irgendwie so von 2015 an einfach nur immer dieselben gespielt haben Warte mal kurze Frage, wie weit würde es von Gier bis Duisburg-Nord dauern? Willst du jetzt Wessi ärgern? Nur so doof gefragt, also ohne... Hm? Ich mein dich, Disco Ja, ich muss halt bis zur fucking NRW fahren, Junge Wo bist du denn jetzt? Komm, in Berlin, wann? Ja, du Vogel Was? Tschüss Ähm... Weini hat mich studiert Immer diese Ossis Kennen auch die alten Videos Gut so Ja, ja, ja Hallo Alessio Und die Reviews gehen wieder runter Hart Und Disco ist wieder da, was denn hier passiert? Ja Philipp, was machst du hier? Die klangen so traurig und müde in dem Stream Ach du hast in den Stream geguckt, Hart Ich hab mal reinge... ja, ich weiß Ja, wir Schlaftabletten waren wieder Wir haben jetzt mehr Zuschauer als vorhin, also insofern Ja, siehste, siehste Ich werde interessiert zwar keinen Schwein mehr, aber der Stream ist interessant Ich hab, ich hab Dings diesen Kollegen angeschrieben, ob der Hummer der etwas sagen kann Und? Er sagte, schaut mal Aha Das heißt, ja, oder? Kurz, kurz da in zwei die Sensor-MGs einbauen, dann passt das Es wird nicht aussehen, dass es wiederholt Was wird wiederholt, Alter? Äh, was ist das denn für ein Kampf? Äh, F Halbfinale Das würdestige ist alles, ich konnte von unten in ein WG reinschauen Ich hab ein bisschen erzählt, wie die Kanonen so aufgebaut sind In welches WG? In diesen Panzer Meinst du von BT, dass sie wohl drin gefeindet haben? Ne, ne, nicht euren grauen Klotz Äh... Weißt du doch nicht, wen ich Sorge du meinst? Der Panzer wird zu einer Deutschlandflange an der Seite Kommt drauf an, jetzt auf... also... Du meinst ja, du spielst auf Java... Java? Ähm... Ich mein, warum willst du durch 5 Shanks schießen? Also, ich geh zum Spielplatz Also, was für Kanonen testest du denn gerade auf die, äh... Ja, prinzipiell mehr Delay Oder es fehlt der Druck Also, tendenziell, wenn du jetzt zum Beispiel ein normales WG testest Wie sagen wir einfach mal PV4 oder so Es wird halt nicht weiter schießen, weil die Kanonen halt ungefähr darauf eingestellt sind Ach, ne, da bildet sich gerade ein PC-Wallgate-Team Ach, ne, da bildet sich gerade ein PC-Wallgate-Team Ne, doch nicht Ach, ne... Und das Kampf um Platz 3 oder erst Finale? Ich weiß es nicht, Tischkaner sagt, es wird wiederholt Also, generell... Also, laut Zeit, Kampf um Platz 3 und dann Finale Ach, du könntest euch nur das Finale aufhören und wieder gehen Ach, man, ich hätte uns kaum das in die Wallgings geschafft Ne, ne, warum wäre es noch wiederholung, Alessio Alessio, mach jetzt einfach noch Urlaub, musst doch nicht so viel Überstunden ansammeln, ne? Ja, reicht langsam Mach mich mal kurz in Gamma 3, ich glaube ich hab einen Weg in die Wallgings gefunden In Gamma 3? Nein! Bitte! Oh man... Die werden alle gebannt hier nach, ey Man darf übrigens die WGs betreten, hieß es eben im Chat Ja, weil die nicht geentert haben, die Affen Ja, ich bin da vielleicht gar neutral Ja, wie lange seid ihr jetzt noch 1330 Abonnenten? Miley ist ausgetimt Nice Das ist... Ah, ey! Ach, Miley ist ja gar nicht mehr da Ich will jetzt dabei sein, ich will im Bild sein Ich bin Täter Ist das Creative? Okay, nicht gleich Junge, wir fahren auf Penner Ja Einfach so... Disco Ja? Statement dazu, dass der Hummer nicht in der Hall of Fame ist Rech So, da hast du nochmal kurz Vodafum Bescheid gegeben, dass es keinen Bock mehr hat Ich möchte den Speckleiter-Maur, komm schon, Jungs Fuck Ja... Warum immer Survival? Warum kann man nicht fliegen? Ja, aber Slashplay, ne? Ja, ich bin dafür, dass einfach alle geben 3 und dann können die durch die Horis fliegen, egal welcher kommt Ja, genau Als ob es diese Krag immer noch gibt, schlimm Ja... Ich sehe halt, ne? Sie haben auch zwischen... Hm? Ich werde euch meine Pläne nicht verraten dürfen, jetzt kriege ich keinen Gamework mehr Oh, was geht los? So... Okay, das Niveau im Screamtread fällt grad wieder Oh je, oh je... Erstmal Timeouten Hier werden jetzt ein erstes Fortnite-Spiele vermittelt, also... Feel Fortnite So geht das langsam echt nicht Hm? Wo hast du... ach so... Der Toonie da, ja Ja Ja, der Toonie da, hm, ja Ich geh bei denen schon mal in die Brücke rein Plot! Ich brauch immer noch Spectator-Maur Was? Ach so, ja, ja... Gamework 3, wer, wer will noch... Hallo Dishko krieg auch noch, so... So, okay Die Reise beginnt wieder Oh, Alter, die haben auf jeden Fall gespielt So, weil Dishko jetzt in den Topf gehen erstmal Also wir gehen erstmal hier unten zu dem Link Das regt immer so schön auf, wenn man den rechts legt Akalchan, danke für die exklusiven Einblick ins Wario Mhm Akalchan, sitzt du in mir? Nee, wo bist du? Akalchan, dann kann ich ja sichtlich auch mit Gamework 3 erhaschen Ja, du bist... du bist Gamework... nee, kriegst du nicht Weißt du was? Boah, wie läuft es eigentlich mit deinem Meme? Stream Nein, man kommt von oben nicht rein Ja, Stream ist halt schon, setzt sich schon raus oder so Ja, warum hast du denn? Hm? Man kommt nicht in die Warriors Ich geh einfach bei der Zwischkante rein Ich bin quasi sehr weit über der Arena Ich bin jetzt über der... in der Mitte der Arena Aber ich komm halt nicht runter Oh, Digga Ich stand jetzt einfach zu einer Fortnite-Familie-Stelle mutiert Oh, kannst du mich? Geh mal nicht rein! Ah, da bist du, da bist du Ja, ja, okay, okay Komm nicht jetzt nicht rein Nee, du musst erst Gamework 1 gehen Ja, mach ich mal Gamework 1 So, so, so Äh, Kalman fliegt jetzt aber nicht in WGs, ne? Nee, Alessio fliegt jetzt in WGs, ich mach gar nichts Und jetzt lässt du mich einfach mal fallen Ja Okay, perfekt Gehts? Ja, das funktioniert Obwohl... aber nein, nicht raus aus der Arena Warum musst du denn mit ihm Fortnite spielen? Warte, wenn ich jetzt rausgehe Wenn du... wenn du mit Minecraft Warte, wenn ich jetzt rausgehe Wenn ich jetzt rausgehe, werde ich an die Seite tippeln Ich muss wieder rein in Licht Okay, warte, ich geh wieder hoch Sick Ey Was wird das hier? Der Tech-Klaus-Spiel Das macht das Team legit Okay, ich schaff das Ich bin wieder irgendwo oben, wo bist du? Ich kann morgen nicht Alter, was ist für's Flüchtling im Chat, ey? Okay Warte, ich versuch jetzt zu dir zu kommen Wie kannst du da eigentlich hin, Alessio? Ich hin überall hin Wieso ich nicht? Weil du keinen YouTuber reingelassen Egal, ich bin in dir, noch wo Oh Gott Blüte kein Span mehr Bin ich im Wasser? Was soll ich denn im Wasser, Junge? Das ist die uninteressante Richtung Das ist die uninteressante Richtung Ticks mit einem E-X Alessio war frech Habe die Server Rendern Distance War zu klein Wartet.de123talked Kurze Frage Wie alt bist du? Und warum darfst du maximal zwei Stunden am Tag anzuteilen an der Playstation? Alessio, warum fliegst du hier irgendwo durch die Gegend, Mann? Geh im Tag für Disco Bleib im Kopf Bleib im Kopf Ich bin der Spectator Ja, ich bin immer noch dran Okay, jetzt geh ins WG Kalbenstein stalkt Lufen Ja Lufen kann nicht mehr gleich aussehen Randa, Junge Lass mal die Brücke angucken Willst du nicht in Kalbenstein reingehen? Na, der macht das Ne, der streamt doch Ja Ja Sick Schon einen halben Tausi Watt Oh, sieh auch, Junge Warmer als Camper confirmed Achso, ich will in die Brücke Wo ist die Brücke, oder? Ja, nein, in dem anderen, wir gehen diese Kuppel Wir gucken mal von vorne rein Wie gesagt, ich hab für Disco gefragt Ja, wir gehen alle mal in die Brücke rein, hier Kann ich jetzt nicht mehr verheißen? Ja, siehste Ja, komm rein da War ich schon dreimal drin, die Brücke ist sick Und hier ist ein Anime-Mädchen Das ist noch sick Boah Als safe, wenn ich jetzt rausgebe, werde ich wieder rausgebe Guck genau jetzt in Stream, Callgamer Probier es Ah, ich hab's gesehen Wenn The Wargier ist, ist es zu Safe Ahja Und ein... Sanseo Café Vollautomat Limited Red Edition Reis 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 Das ist Zero Two verdammte Scheiße Was ist das für ein Scheiß Tja Es ist gelb, vor allem auch diese Version, ich hasse es Den Typen finde ich besser. Oh, boah. Oh, die ist sass. Jetzt sitzt hier im Kaffee voll der Tort. Äh, Kaltenstein, damit zumindest ich hätte, darfst immer noch nicht reinfliegen. Doch, doch. Darf ich. Es ist so eine Erlaubnis. Disco, geh mal in Kaltenstein rein, es wird besser. Wo ist der? Kaltenstein, geh mal ganz nach oben. Ja, geh mal ganz hoch. So, ganz nach oben, okay. Du mit deinem Elisha wieder hier, Allah. Ja, das ist toll. Warte mal stehen. Ja, dann hattest du aber kaputtes Minecraft. Lander im Flug. Da bist du. Ja, ich bin zu warten bis Disco drin. Ich bin auch gleich da. Disco muss nach oben steigen. Was? Warte, warte, warte. Okay, ich bin da. Also man kann Shanks ja auf viele Art und Weise schreiben. Aber Changis ist schon... Okay, jetzt kommen wir zum Land gleich klar. Ja, guck mal hier. Dieses Design, ne. Das muss man erstmal kapieren. Ja. Alter Unterseevulkan. Und hier auch diese Tentakel. Einfach die Shanks hoch auf maximal... Delay eben. Wollte grad sagen, was schreibst denn da? Wo ist er denn grade? Bro, ich muss... Ich will... Es ging einfach nur darum, dass... Das war die Serversicht weit, dass TNT nicht mehr anzeigt als NTT halt. Gefechtsmodus, aber was? Das studiert halt danach. Aber es wird halt so nicht angezeigt. Haltenstein bitte fliegt nicht in die Wall. Der Kopf hier. Also... Also... Äh... Ich will sich jetzt nicht auf persönlicher Ebene angreifen. Und ich bin auch kein Rechtschreibprofi. Aber die Angstschuldung ist sick. Jaja, das hast du auch grad gesehen. Cool. Aber... Aua. Lass mal in die Läufe rein. Ich bin gespannt, was dahinter ist. Ist gar nix. Cool empty skills. Ja, das hat... Ist leer. Das ist einfach nur... Weiter rechts waren so zweimal Einläufe. Was liefst du da? Wani? Die da, ja. Ja, vor dir. Ja, rein da. Wani? Ja. Kann ich Bad Roy Shad noch haben? Nein. Kannst du nicht. Na, bist du noch alles freundlich. Ich bin irgendwie... Haltenstein, hörst du bitte eigentlich auf in die Wargis zu fliegen? Ich flieg eigentlich hin. Kontrollierst du die ganze Zeit? Du fliegst ja nicht rein, doch. Was machst du? Er guckt eigentlich nur, ob die keine Form sind, musst du wissen. Haltenstein... Wieso? Jetzt stell dir mal vor, da wären jetzt keine Pistons hinter gewesen, aber eine Reihe Endstone hinter dem Ausfahrteil von MX da. Und man könnte reingucken. Wär cool, ja? Ja, selbst dann ist egal. Nee, Haltenstein ist es nicht. Ey, doch! Du kannst doch reingucken! Wir gehen die Serverregeln durch, verdammte Scheiße! Also, ich muss überlegen, ob wir diesen Weini durch den entspannteren Kollegen ersetzen können. Nein. Siehste? Siehste? War nach meinem Geschmack ein Vorschlag. Ja. Ja doch, doch! Ich meine halt ernst, der ist auch schon bei richtigen FN erstmal im Halbfinale durch... Ne, Kronade war es glaube ich doch, oder? Einfach schon blutgeflogen. Ja, da ist doch noch Anti-WDL. Bro, gute kleine Tipps. Spiel Minecraft auf Englisch, dann tut sich das von selber, dann wärmst du das so. Ja, tu nieder, hat er auch immer recht. Wird auch nicht empfehlen. Wird auch nicht empfehlen. Aber spiel am besten auf... Wenn die jetzt wieder so nen Baukacken machen, kannst du die auch einfach umbringen. Ja, ich bau da erstmal ne Chaos-Panone, okay. Ich find ja, dieser Artie... Dieser Artie auf dem Dach sieht aus der Nähe gleich viel interessanter aus. Okay, mobst du jetzt wieder unsere Zuschauer weg? Ja. Du machst bei mir at least genau dasselbe, also ja. Nein, ich bau nicht der Zuschauer weg, ich bau dich weg. So, wir gehen jetzt in Yanoch rein. Oh ne. Scheißegal. Hä, ich hänge irgendwo. Hänger, bist du in dem Team dran? Ja. Ah, jetzt bin ich auch nicht mehr in dir. Wurzeln auch in den Typen. Also ne Wargame Survival zu bauen. Warte mal ganz kurz. Oha, oha. Challenge. Ja, aber... Ich kann in einen von den Spielern rein. Ne, oder? Ich bin jetzt... Ich bin jetzt in einem von den Blauen drin. Mal sehen, was er so macht. Er taucht. Okay, jetzt geht's auch an den Glissmodus. Oha, oha. Jetzt geht's richtig los. So, schauen wir mal hier hin. Geht auch mal in einen von den Spielern rein, das ist lustig. Ja, ne. Oh, da wird gesprengt. Oh, jetzt wird... Die Verfolgung wird aufgenommen von Gehfehler. Ja, das wird überhaupt nichts... Oh, ich bin in einem Boot. Wer bin ich überhaupt? Ich bin Yannok. Es ist viel interessanter so, aus Perspektiven von so einem Player. Ja. Schau mal, haben die irgendwie irgendwas dagegen, ihre Bögen zu benutzen? Der erinnert Bogen auf den Kopf, ey. Ich glaube, die Bögen sind alle wieder weggenommen worden, nach dem ewigen Baufall eben. So. Der hat nicht mal einen Baufallfall, die haben wir gekämmt. Naja, das wird jetzt auch nicht besser. Am besten auch die Bote wegnehmen. Alter, das ist schon ein bisschen lame, was die da machen, ne. Schau mal, was ich die mache, das ist viel lustiger. Der eine blaue ist... Oh, der merkt sich jetzt hoch. Oh, der merkt sich jetzt hoch. Oh, 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 oh. Der eine... Der Player V ist gestorben, immerhin. Ah, ich war F1er. Kreis. Ja, und warum schwimmt mein Kollege denn so weit weg? Ich hab auch hier auch eine Sorge gebracht, was mit dem Weihraum noch so lange gedauert hat. Ja, ja. Wie heißt ich noch mal? Janak. Es ist nur noch viel zu prima. 16, ne. Nein, ich liege für zwei, wie den Boten da fahren. Jetzt haben sie mit Borges getauscht, super. Ja. Wer benutzt da bitte... Wer benutzt da bitte Apple? Ich. Aber das weiß ich nicht. Aber ich benutze... Du auch? Ja, klar. Och Gott, nee, ne. Warte, Karl, was für ein Handy hast du noch mal? Mein Handy? Ja. Irgendwas von Samsung, weiß ich nicht. Okay. Perfekt. Und was von Samsung? Oh Gott, Karl, hast du noch eine Olympic-Klasse gebaut? Noch eine? Ja, noch eine. Okay, ich bin gerade auf so einem komischen Pistelsteg. Ja, hat der auch nichts anderes zu tun, oder was? Ja, anscheinend. Irgendwie Tradition, alle zwei Jahre eine andere Olympic-Klasse. Ja, ja, eine Kanone. Ja, irgendwie ja, ne. Lass das auch mal machen, Stein. Nein! Alle zwei Jahre... Alle zwei Jahre Neuser-Pistelsteg. Ah ne, warte, das hat man ja gebaut. Wann kann man hier oben ne Blöcke setzen? Wo? Ich bin gerade auf so einem komischen Schrägenteil, der sich hochbaut. So! Ja, ja, klar. Das sind die wie ne... Lol. Oh mein Gott, diese Kanone. Hey, Lufen, was macht der denn hier? Lufen ist ein Schrägenteil? Nee, guck mal. Der war jetzt nicht im Käfig. Tja, Lufen ist doch scheinbar Trollkönig. Nein, scheiße, ich kann ihn nicht setzen. So, jetzt... Wie lange soll der zweite Halbfinale-Kampf gehen? Antwort ja. Ich frage mich auch, was sie da machen, leider. Also anstatt einfach richtig Schädel einzuschlagen, machen sie jetzt hier so ein Bedwars-Zeug. Oh, fast Rutschen. Oi. Kann mal jemand Rufen fragen, was er da macht? Na, er baut nen Clare-Fack, in dem er gleich R-Tip fährt. Lufen und Kanti. Das ist das für ein G-Feder. Lufen sind rein, Lufen hat's kaputt. Lufen sind gleich alle da rein, und dann geht's ab. Es kickt jetzt ab, wenn es abgeht. Regnet sich noch? Irgendwie gehe ich ganz schön hoch. Auch. Hauen wir ab, da. Sind wir jetzt von Rising Tides einfach zu Bad Wars mutiert, oder was? Ja. Ja, ist so. Okay, sind wir Skywars. Oh, oh, oh. Oh. Jetzt Angriff, Angriff, hier. Oh, ich bin ein Rotter. Oh 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 oh, Those waren deine Unterzahlen, die haben alle nach dem anderen getötet, das waren zwei Leute, die Es waren vier insgesamt drei, es haben nur zwei gekämpft da, ne, also krass. Ich hatte im Gewinnerteam drin sein sollen. Wie habe ich das überhaupt noch mal geschafft? Ja, ich glaube... Ja, wenn du auf keinen Stelle lang geflogen bist, hast du einmal schnell gewechselt. Ja, ich glaube. Können wir das noch mal machen, aber diesmal vor dem Kampf? Ja. Dass ich halt mit ins BG kann? Genau. Das Faux ist das, als er gestreamt wird. Ja. Ich halte mich an die Regeln immer. Naja. Ich bin dafür, dass Lufen die immer noch in den Kasten reinhaut. Einfach direkt in den Kasten? Ja, direkt in den Kasten. Missile Balls einfach. Ja, Finale fährt einfach um. Und dann kann man auch vorziehen. Was ist vorziehen? Genau! Ist echt so, ne? Also nachholen ist es jetzt mehr, ne? Jetzt hätte ich schon Finale anfangen müssen. Check mal grad, was für Musik hier läuft. Das ist hundert... Ach, das ist 1404 mittlerweile. Alles, die Uhr hört man da in der Natur so extrem, oder was? Ja. Ja. Ich will mein Mikro weiter wegstellen, mach ich aber nicht. Nächster FN im Käfig. Vor der Tastatur wirkt tatsächlich wunder. Rauschunterdrittung. Unterdrittung, ja. Unterdrittung. Ja. Ja, Coa ist besoffen, wie immer. Nein. Doch. Also wenn da schon mal Mineralwasser soweit ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Nur ein bisschen tipsy. Ja, du musst doch nur an ein Bier denken und bist schon dicht. Nein. Doch. Das war bei Schokolade. Wenn ich an Schokolade denke, 10 Kilo mehr. Eben. Gut. Nee. Coa hat den Placebo-Effekt gemeistert. Hello, Pots to Player. Ja? Wann kann ich das nicht machen? Was denn? Ich muss mich zum Spielerteleportieren. Ah, jetzt. Fischkarte. Detellator. Hey, ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Oh mein Gott. Oh. Ah, jetzt ist... Ich meine... Summon Kaltenschein zu Lukas. Schon 300 YouTuber plus. Alle. Bitte. Also wenn das hier noch länger geht, bestellt mir gleich was von Nix. Und ich jetzt? Ja, klar. Leute. Ihr könnt auch mal unserem Discord joinen noch. Mach ich noch nie. Kenn ich nicht. Ja, warum eigentlich, ne? Das würdest du auch rechtzeitig merken, wenn WGL ist. Will ich aber nicht. Wake up. Er stupst mich jetzt an... Dis... Ach. Mann! Was? Nichts, nichts. Ich dachte nur... Nachdem ich gesagt habe, was noch so cooles kann, muss man manche Digger auf in der Hand tun. Meine? Ja? Deine Meinung zu 200 Leuten auch. Ich glaube. Was? Hä? Ach ja, Vortex. Schon wieder. Yay. Okay. Jetzt wollte ich nur noch rausfinden. Wer steht denn da gerade in der Mitte? Wer ist das? Das ist... Looten, glaube ich. Oder? Nee. Wenn wir straight up da rumfahren, wer ist das? Ist das Looten? Das ist ja das Looten, ja. Ist der weg. Der Kameratyp, ja. Gehen wir auf Reise gegangen. Was? Er steht da jetzt? Freddy-Kraft ist ja jetzt, ja. Okay. Okay. Alles klar. Was kriegen wir hin? Oh mein Gott. Warte. Geben gerade meine Finger auf oder gibt es Natur auf? Wir sind eine Freddy-Kraft-Skinnung. Nee, nee. Du hast einfach nur einen Schlaganfall. Alles gut. Ah, okay. So, gleich haben wir die 5 Stunden voll. Oh Gott, Alessio. Oh. Können wir das alles sehen? Ja. Oh. Wieso kann ich mich nicht zur Freddy-Kraft teleportieren? Das ist ein Bug. Ja. Schon dreist, dass YouTuber Plus nicht mehr gibt, ne? Jansho, wir werden bei uns dasselbe, also. Alles gut. Shots, Game-Mode. Hey. Das alles, was hab ich nicht mehr zu tun. Warum kannst du das eigentlich? Du hast auch YouTuber-Kraft. Ja, nee. Auf Events erwartet ja nicht jeder. Sonst könnte Disco ja auch in die Discord-DiP, sorry. Ja. Ja, fuck you, ne? Entschuldigung. Schon dreist, nach 3 Jahren in Aktivität. Ja. Mich wundet's jetzt, wenn ich noch habe. Ah. Ach man, ich war so kurz im BG drin, aber dann war ich wieder raus. Was ist das denn Scheiß? Okay, ich muss das richtig timen, Jans. Muss das richtig timen. Ich schaff das. Dann lässt du die Störer aus. Ja, das stimmt. Dann müssen wir jetzt Disco. Oha. Disco ist da seit 3 Jahren konsequent. Außer so einmal im Jahr. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Jans. Ich hab's geschafft, Jans. Wenn PP mal lieber versehentlich ein Comeback macht. Ich bin in Chunk-Mile. Chunk-Mile ist ja wirklich BS-Options. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Wo? Ah, ich bin aufsinn. Alessio, bei welchen Angelegenheiten machst du euch ein Video? Einmal pro Monat, vielleicht. Vielleicht ist gut, ja. Soll ich den Chunk-Mile streamen stoppen? Wöchentlich hochladen, aber tut es nicht. Ja, Chunk-Mile ist echt für nütz. Wann hast du deine Videos jetzt nochmal durchgeplant? Ich hab keine mehr. Also ich hab nur 2 Ideen, aber ich hab nichts mehr aufgenommen. Ey, du hattest doch noch was anderes mal vorgeschlagen, was wir da mal getestet haben. Ach, ja, wie gesagt, nicht aufgenommen. Ja. Ich hab das und noch eine andere Idee, ja. Okay. Aber ich sag mal so, der April-Scherz, den hatte ich 2,5 Monate knapp vorher schon fertig. Ich hoffe, wenn der Fall startet, flieg ich nicht aus Chunk-Mile raus. 20€. Aber ich sag mal so, beim Missile-Boss-Turnier wäre ich natürlich wieder aktiv dabei. Ich nicht. Schade. Wo wärst du denn? Weil, warum? Ich bin ja da. Alles klar, bei uns sollst's morgen einfach wieder schneiden. Was? Schon wieder? Deutschland hat... Ja, ich bin doch drin. Okay, es geht los. Als ob du das wirklich verregstest, Emma. Oh Mann. Nein, na. Wo bin ich jetzt? Oh, die sind schöner. Ja. Okay, rein. Nice. Okay, hier unten. Was sind die für Kanonen? Ah, wurde nicht gezeigt. Ich geh direkt hoch an der Leiter, okay? Okay. Ohohohohoho. Man kann es auch nicht sehen, wie jemand drin ist. Die wissen das ja auch nicht. Die sind andere Ghosten gerade. Okay, ich bin über eine Druckflatte gelaufen. Oh, was ist das für eine Artie? Ja, ist die Chunk-Mile drin, oder? Ja, das ist einfach eine 24er Artie. Lame. Ja, das machen wir chillig an. Kann man wetten? Nee. Hast du aber erst in den Chat geschrieben, wo ich dachte? Ja, du musst erst Geld verdienen, bevor du wetten kannst. Aber es ist ein zuschneider Winkel, muss man sagen. Jungs, was haltet ihr von einem Schachtbrettspielen aus 24k Gold? So link billig. Okay, 3, 2, 1, und kann ich mitbeladen? Mensch, ärgere dich nicht mit Wargiers. Kannst du nicht 16 Figur haben. Eier, belade ich langsam, wow. Würde ich die actually anfertigen lassen. Man müsste mal so ein Wargier-Monopoly halt machen, ne? Das wäre lustig. Ah, da habe ich einen Tentier vergessen. Das wäre doch eine nette Merch-Idee, so. Okay, wo gehe ich jetzt hin? Nee, einfach Wargier als Brettspiel. Oh, direkt zwei Tote, Alter. Aber ich lebe noch. Also wenn B.S. das nicht gewinnt, weiß ich auch nicht weiter. Einen kalten Stein, das wäre doch was. Hm? Im Plüsch V5 legen wir noch ein Wargier-Brettspiel. Ja, genau. Also Wargier als Brettspiel. Nee, sorry. Plüsch, Wargier hatten wir hier Ellie schon. Die Vorhand. Was? Ja, gut. Habt ihr auch schon eins geplant? Das haben wir doch sogar mal zusammen drüber geredet. Ach stimmt, da war was. Oha. Das Plüsch V5 ist aber tatsächlich älter, die Idee. Ich bin so langweilig, ich bin die ganze Zeit nur eine Artie. Du machst immerhin Schaden. Du suchst die falsche Person aus. Der Disco siehst positiv, du hast schon zwei Leute gekillt. Ich hab mich zu den Team immer hin tippelt und links gespabelt und hoffen, dass ich in wen reinkomme, bevor ich raus teleportiert werde. Und der Plan ist aufgegangen. Oh Mann. Ich bin echt froh, dass ich es nicht weiter im Game of Thrones gegeben habe. Warte, wie viele Stunden Verzögerung hat der Finalkampf jetzt? Einer? Ich hab geschwenkt. Nee, bis jetzt sechs Minuten. Ich hab sechs jetzt Minuten, aber uncounting, ne? Das ist ja noch die Wiederholung, oder? Das ist Platz 3. Das ist Platz 3. Der hat verloren. Also ich schneide dir gar nichts mehr mit. Ich hab mal, mach auch mal was anderes als mit der Artie schießen. Oh, er fällt runter. Irgendwann komm ich noch mit. So, Finalphase. Also, jetzt sind wir hier. Also, der Alien-Wichser wurde jetzt ganz schnell hergenommen. Ah ja. Wir hätten bei uns ein Pfeil spielen einfach alle ins Wasser springen sollen, einfach später irgendwie auf einem PvP was, man. Ist so viel schlauer. Also ich würde dann, auf wen setzt ihr, ich würde sagen... Ups, wir haben auch so einen Disconnect. Scheiße. Oh mein Gott. Was? Mx gewinnt. Okay, okay, okay. Warte, ich schaff das. Irgendwann muss man nur wieder das Backlighter geben. Okay, wir haben 3. Disco. Ey. Ja, okay, okay. Wir schaffen das wieder. Wir schaffen das. Ich muss grad die ganze Zeit auf den Stream gucken, um zu gucken, dass Kaltenstein nicht gleich wieder durch den Morgen leitet. Ich seh schon, Kaltenstein wird am Ende gebanter für das Disco-remo 3 gegeben. Warte, aber Disco-remo nicht. Ja, genau. Okay, wird am Ende dafür gebantert, dass er einfach wieder mal vorgeflogen ist. Nächstes Mal bin ich so Darkbeet. Ich hab schon einmal dafür gesorgt, dass YouTuber weniger Rechte hatten. Aber ich will lieber wer anderes sein. Darkbeet ist auch langweilig. Okay, ähm. Man macht Jero MC, das Leben am Limit, was der macht. Wer ist denn der Typ an der Artie? Bist du da? Artie? Ja, dieser... Ich war Artie. Ähm. Chunkmein. Chunkmein ist es? Nee, nee, das ist Mr. X, D und M-Monu. Achso, der O, M-Monu, ja. Okay. Ja, der mit dem englischen Kanal. Ja, der mit dem englischen Kanal. Ach man, ehrlich das? Gerade bin ich in dem Typen drin. Ganz schwache Leistung von ECM durch. Da hast du noch damals irgendwie so erst gelernt, dass du über 1000 Abos hast oder so, ne? Hat glaub ich ja 1000 Abos, aber ist gut möglich bei mir. Ich glaub, der hatte knapp 1000, oder? Mann, ich wollte da auch nur zukommen. Haha. Eine Möglichkeit hast du ja noch. Ja, tschuldigung. Ja, tschuldigung. Na gut. Wie ist der Typ noch? So, sortieren nach Canela. Bin ich grad komplett los, oder find ich den einfach nicht? Ich find den einfach nicht okay. Finale O. Ja, Finale O. Danke. Glory to Ars... 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 Zocktska. Ich hab Schabmann mal geschrieben, dass er Ars von TNT vergessen hat, damit er besser wird. Ist ja sowieso live, also insofern. Der denkt sich jetzt auch, was ist bitte hier los. Wer ist nicht am Sto-Wüste-Snipe? Was ist das für ein Trottel? Ich helfe ihm nur. Nachbesprechung mit Disco-Wüste. Ist das Finale, oder? Ja, Finale. Muss ich's wirklich auch aufnehmen, Hilfe. Ja. Muss ein Video bringen, ey. Aber hey, kannst du immerhin einen Titel schreiben? Featuring alle. Featuring alle. Featuring alle. Hey, hör auf zu rauschen. Schreib einfach rein, Featuring Disco. Ja. Ja, das ist eh 90% die gleiche Audience, so. Okay, also Schritt 1, Spectator Mode. Ich mach gleich das Tutorial jetzt übrigens. Ja, das machst du auf YouTube dann bitte. Ja, naja. Da gehst du YouTuber lang schon wieder, oder? Hehehe. Hehehe. I don't. Okay, also Schritt 1, Spectator Mode. Warte, how to test glow? Ja, ja. Warte, Spectator Mode. How to extra cooler Zuschauer sein, und so. Okay, jetzt muss man erstmal auf den Zahl-Key drücken, dann kommt dieses Menü. Jetzt kannst du Teleport zu Team-Member machen. Jetzt kannst du Team-Leader oder Team-Member aussuchen. Ich nehm mal Team-Leader Blue. Und jetzt kannst du da draufdrücken und jetzt kannst du einen Team-Leader aussuchen. Ich nehm jetzt JPlayer B. Jetzt musst du aufpassen. Weil jetzt musst du die richtige Zahl drücken und danach Linksklick spammen, damit du reinkommst. Also. Ja. Okay, und jetzt kannst du aus der Sicht von JPlayer B schauen, wie der Fall so läuft. Ey. Lila Teppichchen. Man sieht sich. Und tschüss. Da kann mich mal. Los, Rüdiger Angriff. Wiederschauen. Nicht so tief drin. Und reingehauen. Das ist das VG, was ich eben von unten gesehen habe. Weil innen sieht das ganz anders aus. Boah. Alter, ich kann mich für Tage nicht überzeugen, diese Kütze zu bestellen. Doch, doch. Das ist das. Das ist diese komische Lumpf. Ja, das Ding soll ich stechen können? Ja. Kalte Steine. Das sind kleine Schilder. Mhm. Kannst du mal Video schreiben? Von Core? Ja. Ich hab das Gefühl, wenn ihr das hier online lassen wollt, solltet ihr die Farbe raussteigen. Ich nehm auch grad schon auf, also. Ach so. Und ich kannte ja nicht. Ach so, ja. Ja. Ja, okay. Äh, Kaltenstein-Game-Mode? Ne. Seh ich nicht ein. Doch. War keine Frage. Ja. Ich hab auch kein Team-Skin. Okay. Ähm. Wo gehen wir jetzt hin? Die Info ist ein bisschen verwirrt, muss man ehrlich zugeben. Das Ding ist, ich hab ja ne geführte Tour zurück. Auf dem Team-Lieger. Von daher. Auch kein In-Design, übrigens. Weh. Bisschen. So, mach ich nochmal ne Pulle auf. Gehst du denn noch im Kreis J-Player? Bisschen Ätzler einfach im Gang. Ja. Es gibt so zigke Sachen. Aber das Ding ist einfach im Kühlschrank unterm Schreibtisch-Zorn. Hm. Keine Kaprionen, Rüdiger. Keine Kaprionen. Schaut J-Player wie irgendwie den Stream? Ja, kann sein. Keine Ahnung. Im Bereich des Möglichen? Ich könnte einmal ein Hi in den Chat schreiben, danke. Wann wird Vio eigentlich mal für Spam gebohnt? Wann wird Vio eigentlich mal für seine Anwesenheit gewandt? Wann wird Vio eigentlich mal für seine Anwesenheit gewandt? Wann stimmt einfach Lufens Trailer vorne hinschneiden? Er hat geantwortet auf die Frage, ob er den Stream schaut? Ne, wieso? Oh. Oh. Okay, gut. Alles klar. Let's go. Sag mir, wenn es los geht, ich mach keine Cinematic-Aufnahmen. Boah. Also, der Livestream- Boah, der Kameramod drauf ist unmöglich. Okay, also gute Nachrichten. Wir haben jetzt den längsten Livestream auf Vortech fabriziert. Boah. Äh. Kaltensteins Router blüht euch. Den würde ich mir auf jeden Fall nochmal im Nachhinein komplett angucken. Ja. Du musst erst mal, weil du kurz alleine gebietest. Zwei Tage schlafen, um meine Kopfschmerzen abzubauen, du. Aha. Kaltenstein, du schiebst teilweise bis um Morgens Nachschicht und dann willst du mir sagen, dass viel zu viel sind. Dann lege ich mich zwischendurch hin und mach mal Augen zu oder so. Keine Ahnung. Ja, Kaltenstein, wir wissen, dass du dein Leben nicht unter Kontrolle hast. Dann mach die Augen zu. Also. Digga, was stimmt denn mit dir? Das ist ein unkoordinierter Mensch. Hier passiert gar nichts. Also, naaaah. Hier ist... Ich bin auch nur Zuschauer. Ja. Helfer doch einfach rufen, Schwester. Ah, ja. Ich bin teleportiert. Oh, es geht los. Hilfe. Okay, Reiner. Okay. So. Aha, die haben so einen Sandunterbau. Das fängt auch von unten in der BG schauen. Ja, ja. Also, Finale. Interstellar gegen Matrix. Okay. Kaltenstein. Interstellar gegen Matrix. Ja, was? Wir müssen jetzt aber leider mindestens... Also, wenn das Video jetzt... Also, wenn der Fight jetzt schneller als vier Minuten vorbei ist, müssen wir leider noch ein bisschen was dranhängen, damit wir den längsten Stream haben. Ja. Also, auf der linken Seite haben wir Interstellar. Ich sag doch jetzt nicht, dass man mit vier Minuten drei... Äh, mit vier... Und auf der rechten Seite haben wir Matrix. 14 Minuten und fünf Minuten da sitzen, was dann der andere auch hat. Und da kann man später auch entern. Ah, ja. Okay, also... Ich bin an einer Schlupfstich, glaub ich. Ich find das grad sau interessant, wie sich diese Kacknabe da unten anfühlt, ne? Ja, das... Äh, ja. Jetzt noch wieder interessante Fakten mit CoreGamer. In paar Sekunden geht's los. Toriel, willst du doch mal anrufen? Mach fucking wieder auf. Och, Junge, Alter. Wahrscheinlich hat alles die OTS komplett gemutet. Ne, ne, ich hab mein Audion-Speak-Style komplett rausgeschnitten. Sehr gut. Auch gut. Ich schreib hier... Okay, also er kann schon schnell beladen. Oh, oh, da kommt der erste Stich. Oh, 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 direkt... Oh, 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 oh. Dann kannst du nicht Featuring-Disco-Wüste und Featuring-Waterchen-Titel schreiben. Natürlich kann ich das. Da sind drei Leute nur noch von Matrix am Leben. Vier Stiche und drei Tote. Ja. Zwei Tote, so. Aber zwei Stiche auch schon wieder drin. Zwei Stiche. Aber rennt durch den Schaden durch. Also ich kommentier schon ein bisschen. Und da steigt auch das Wasser. Genau, jetzt geht's los. Oh, ab zum Ausguck. Und wenn das Wasser oben ist... Ah, das ist ein Schränklopf-Stich. Spricht ja darum, dass das Ding rauskommt. Dann kann man auch ebenfalls entern. Und Static-Schüsse werden abgegeben. Ja, da kann man nur lupfen. Aber nur noch ein 5 gegen 3. Hier auch wieder ein weiteres Team ohne Boast. Oh, das sieht mich sehr gut aus. Aber dafür mit einem Elikopterlandeplatz feiere ich auf jeden Fall. Mich wundert, dass hier oben in der Dach-AT irgendwie noch nie geschossen wurde in einem Fight, wo ich zugeschaut habe. Clayer-Kanone. Also mein Fazit ist aber erstmal, Isa hat irgendwie nicht verstanden, worum es ging. Wieso, worum ging's? Ja, um Spaß. Die hat ein komplett geschwitztes Wargy. Die haben da Sidesteps drin. Die Dings, diese Struppelsau-Steps, ja. Ey, haben Sidesteps echt? Ja. Dann haben die Sidesteps. Hab ich auch nicht bekommen. Ja, die haben die Nutzer, die haben welche. Ja, die haben welche. Wie wirklich kurzer Mensch. Ich hab ihm geschrieben, dass dieses eine Schild mit Regenbogen-Schrift drauf cool ist. Er meinte, danke. Okay. Ist echt zick, dass Leute sich noch bedanken heutzutage. Ja, ich bin nicht immer auf dem Discord. Ja, okay, bei Matrix passiert das sehr stark. Ich muss sagen, JPLB ist Wargy sowieso am besten wegen dieses Kaktus da und wegen dem Schild da oben. Ja, der Kaktus ist das schön, ne? Dahin läuft der MCT-Türft, der erstmal das Wasser der Kanone wegmachen. Aber hier drüben wird das vergessen. Der soll jetzt ja bitte noch den Rang-Kampfleiter kriegen. Ja, stimmt. Stimmt schon. Hallo, Luca. Okay. Auf stark. Ja, der Kaktus Damage ist auf jeden Fall schon stark da. Disco, wie läuft's so im Matrix Wargier? So ein bisschen Insights? Ah, nicht gut. Der Fabi hat eh mehr Damage bekommen, Schild und so ein Stichlaufraum. Danke hier für den... Ja, ich seh das gerade hier. Der Stichschuss. Nicht gut. Baut sich jetzt hier hinten irgendwie so eine kleine Plattform. Da hab ich doch immer schon Blu-Fight gemacht, die stehen zu dritt hier auf dem Dach. Ach, Tick-Halb-Loch. Ja, kennst du die nicht? Was? Du musst dann gleich mal, wenn du fertig bist, im TS musst du mal in den TN-Avatar von so ein paar Leuten da gucken. Aha. Ja. Aber auch hier in meinem Video musst du mal erwähnen, wie toll diese Arena wirklich ist. Die Acht-Tick-Halb-Loch, oder was? Ja, es haben ja... Hey, Kartenstein, ich seh nicht. Oh, die Leute, die haben ihre Halb-Tick-Acht-Loch... Was? Die hatten ihre Halb-Tick-Acht-Loch ewig als TS-Avatar, als GIF. Und dann haben die so ein paar Leute gedacht, zum Beispiel Jalunzai, aber... Die haben eine Halb-Loch-Acht-Tick. Ich guck mal, ob ich bei Vincent das zugucken kann. Wer ist denn mit... Till... Yes, lame. Nein, ich hab's nicht geschafft. Jetzt muss ich nochmal machen. Na gut. Ihr guckt doch was. Ja. Okay, jetzt bin ich auf dem anderen... Oh, jetzt haben wir ein großes Loch drin. Ja, proximate ich. Und hier füllt sich der Damage langsamer mit Wasser. Ja. Sitzt du jetzt in? Doch Till mit drei unterstrichen. Äh, Lukas-LP, jetzt ist die... Äh, ja. Ich weiß ehrlich gesagt, was du meinst. Wie ist denn die Kanone hier ausgefahren? Eigentlich, wenn das TNT geladen ist. Also, solange die Chunks geladen sind, wird es auf jeden Fall explodieren. Wenn die Chunks halt nicht mehr geladen sind, dann kann es auch nicht explodieren. Wenn du näher rangehst, soll es wieder explodieren. Das ist einfach ganz normal bei Minecraft. Ja, ist echt schlimm. Ja, finde ich auch. Kann gar nicht in Ruhe spektaten. Frag mich, was diese komische Technik sagt ihr soll. Äh, welch? Bei wem? Bei Rot. Bei Rot? Äh, den roten Leuten. Das sind zwei, ähm, zwei Dachbreitenstreus. Mhm. Jo. Die haben die nur mit Endstone vollgebaut. So. Ja, warst du sonst zu Hilfe da? Eigentlich ist da halt TNT. Manuel Getech haltet. Okay, ich werde mit einem anderen Spiel, der Phil ist langweilig. JPLB ist gerade richtig spannend. Ja? Ja, ja. Der ist ja wieder. Wo ist er denn? Du stehst neben ihm. Ja, ich hab grad gesehen, ich war grad hier vorne. Ja, du Stein. Ja, was ist? Bauen wir dann eigentlich unser FN-WG in der 8T-Kalbloch ein? Ja, der JPLB ist mit irgendeinem Scheißloch. Kommt hin, ja. Was ist das denn? 8T-Kalbloch. Ja. Bei 50 likes with the public. Ja. Und das Wasser steigt immer weiter. D123 zockt. Also spätestens bei den nächsten FN, also am besten mal das PP-Forum im Auge behalten, wann da die nächsten Fight Night sind. Da sind wir in der Regel eigentlich immer da. Und wenn nicht streamt, auf jeden Fall playt Bernard. Also... Na klar, sie auch irgendwie langweilig. Mir teile ich gerade das PP-Management mit, dass wir eventuell für die Fight Night Werbung machen sollen. Also Leute, am 5. und 6.6. wird eine T3-Fight Night mit SMA stattfinden. Ich glaube nicht, dass die Leute das hierüber erfahren sollen und nicht gute SMAs bauen können, aber hey, viel Spaß, macht mal mit. Ja, wir machen noch einen Community-Post. Anmeldung und weitere Infos. Also genau genommen. Also... Also... Als es hieß, dass eine Meldung von der PP-Leitung kommt, dachte ich jetzt irgendwie, das betrifft mich und es geht um was anderes. Dachte ich auch. Es war sehr unspektakulär. Also ich dachte ehrlich gesagt, es geht darum, dass wir einen Kaltenstau aufs Maul hauen wollen. Der Spannungsaufbau war nicht so da. Vielleicht dann so nach dem Event, dass man nochmal so ein bisschen die Zuschauer wieder anlocken kann. Ja. Ja, vielleicht. Jetzt bin ich in... XXMLG Gaming HD XX. In welchem Team ist der denn? Ah, okay. Oh, diesmal. Ja. Ja. Ach was. Ist auch irgendwie lau so der, oder? Unerinnert. Ne, mach nur Bowfight, hier ist lame. Ja, da war jetzt ein Bow ist ja weg, weil normal hat man ja auch Bowfight beim Entern, aber jetzt im Finale, falls da einer wiederholt werden musste, weil alle nur gekämmt haben, gibt es da, wenn das Wasser oben ist, keine Bow ist mehr. Im vorletzten Kampf war es fast so weit, dass Dufen alle in der Arena teleportiert hätte und es einen PvP-Kampf zu Tod gegeben hätte. Ah, guck mal, jetzt bin ich dann wieder anders dran. Unterstrich Malido. Auch cool. Die wirklich alle einfach zu fünft auf dem Dach stehen im Bowfight machen und keiner getroffen wird. Was willst du sonst machen? Die haben halt alle keine wasserdichten Kanonen gerade. Ja, schießen. Kanonen von denen da oben sind jetzt sogar wasserdicht, ist der Witz. Hä, warum benutzt du die nicht? Aber ist ja wirklich besser, wenn irgendwie Wasser Damage machen würde, solange das Wasser nicht ganz oben ist. Ne, 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 da machen wir einfach, äh... Lava. Einfach den, äh, Luki-Move und Lava nehmen. Das wäre cooler, wenn es Tech-KO geben würde. Naja... Oder wenn es Hummer geben würde. Gibt's ja. Und der wäre auch nicht Tech-KO gegangen. Hast du es eigentlich ausgemacht, dass der Hummer dann der Endboss wird? Ich hab bisher noch keine Antwort definitiv bekommen. Ich kann dir gerne mal oben in der Infocard den Livestream von Vortex verlinken, da könnt ihr gerne sehen, wie Disco mitgemacht hat und mit dem Hummer gekämpft hat. Ja, wenn ihr das unbedingt sehen wollt. Viel Spaß, fünfeinhalb Stunden reine Spannung. Das wollen die Leute sehen, da muss ich wenigstens fünfeinhalb Stunden weniger Content bringen. Okay, aber Lido ist auch langweilig, wenn man real ist. Geht mir jetzt zu Team Blue. Ja, die haben auch noch ein bisschen mehr Action. Aber das Wasser... Noch ein Bluff, dann ist es ganz oben. Ja, naja. Ah, jetzt bin ich dran. Na, sehr gut. Ich bin heute J-Player B wieder. Und das Wasser ist oben. Jawohl. Aber die Bögen sind noch da. Also, ähm... Ihr könnt ja vielleicht auch gerne schon mal in die, ähm... Jetzt schreiben, was für ein Gear Forge Event wir als nächstes klauen sollen, überlegt euch da mal was. Die Reste, ich war doch langweilig. Diese automatischen Walkies waren lustig. Die finde ich gut. Das war auch bei Spenberg richtig geliebt. Ich wurde getroffen, ich wurde getroffen. Ja, TNT-Ring war auch ganz gut. War witzig, also vor allem als wir auch Team-Sauber gemacht haben, war es witzig. Aber beides gleichzeitig war am besten. Oh, ich bin richtig. Pass auf, okay. Lava von unten, TNT-Fund. Das ist witzig. Jetzt kommen sie alle gleichzeitig. Koordinierter Schlag hier. Oh mein Gott. Jetzt wird sie einfach hochgestackt. Das ist der Mann mit TNT. Okay, das ist lustig. Und jetzt, sie treten den Rückzug an. Zauern alle wieder ab. Ja, genau, jetzt füllen sie wieder zurück alle. Okay, scheiß Idee. Ja, da hat die Landung wohl nichts geklappt. Ja, wow. Das war ein schlechter D-Day. Nicht unsere Marie mehr. Vor allem wieder alle wieder zurück. Jetzt kommen sie alle wieder zurück. Oh mein Gott. Jetzt haben so drei, die hinten stehen. Händen die sich ein Warschip gebaut, könnten sie noch schießen. Ja. Ja. Aber schöne... So ein Warschip, das ausführt. ...zerstörer hätten was. Ja. MC macht spontan Regeln. Ja, ist halt so. Ich hatte auch spontan Team-Member, das geht schon. Fieh ich gut. Ja, also Distressfight könnt ihr euch auf jeden Fall die beiden gerne mal anschauen. Lohnt sich. Den zweiten hab ich noch nicht mehr gesehen, weil ich währenddessen selbst gefeindet hab. Hart. Der zweite war aber nicht so cool, der erste. Schade. Hast du auch verloren. Ja. Im Gegensatz zum ersten natürlich. Nächstes Mal mach ich mit, dann verlierst du nicht. Oh mein Gott, das ist wirklich die Batwars-Style. Ich würde einfach von oben runter springen und probieren, ein... Ja, ne, Unterscheid. Ja, mach's mal Lindo da. MioV, der Typ schiebt sich. Oh mein Gott. Alter, wie weit geht denn das? Ja, ja. PP. Ich glaube, es gibt keine Höhe... Wie so wie es bei Missile Wars sind die Höhenbeschränkungen, aber nicht bei Borghiers. Ist so, ne? So smart dieser Typ. Eigentlich gibt es sie. Die sind zwar etwas verpackt, weil sie maximal in Tier 3-Maße sind. Also nicht ausgefahren, sondern normal in Tier 3-Maße. Auch bei Tier 2 und Tier 1. Aber die gibt es eigentlich. Der ist doch schon über Tier 3-Maßen locker. Ja, was hier losgeht, weiß ich auch nicht. Eigentlich dürfte man sich auch gar nicht nach vorne bauen und so. Ja, aber das ist ja... Das haben sie ja ausgemacht, wegen des River-Stackens. Das haben wir ja ausgemacht. Aber eigentlich nicht, dass man auch noch höher könnte. Das haben wir eigentlich nicht gesagt. Hey, da hat ein Orbit. Ja, genau. Egal, aber 5 Minuten wird er hier runter tippen. Jetzt hat er keine Blöcke mehr, super. Wow. TT nimmt er jetzt, oh Gott. Ne, oder? Ja. Wo will er denn hin, ey? Da muss man jetzt, er muss jetzt nur noch unten einen Observer abbauen. Mal gucken, ob das MLG ist. Ey, ja stimmt, man. Ja. Will der jetzt bombardieren? Das ist halt schon, ergibt schon Sinn, ne? Ja. 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 Ja, ich glaube, das Gefühl... Ey, einer von Blaubourts ist auch so hoch. Die Kontesten, ey. Oh mein Gott. Welcher ist der Typ da ganz oben von Team Rot? Ich will auch in den. Malido. Malido heißt der. Okay. Report to Player. Team Red. Ups. 4. Ja. Und er hat noch Endstone. Warum? Er will halt den High Ground. Ja, klar. Ja, aber wie hoch komm ich denn? Und noch TNT. Wenn jetzt jemand bögen hätte, wäre es so viel lustiger, könnte man einfach aufs TNT schießen. Käfig. Der kann doch aus der Arena rauslaufen. Ja stimmt, du baust dich jetzt rüber und läufst weg, ne? Ja. Was ist denn? Was ist denn? Vielleicht liegt der schon mittlerweile außerhalb der Arena, oder? Ja, der Mond. Warte. Welche Höhe ist das? Er ist schon auf Höhe 2 und auf 4, ne? Also irgendwann ist auch Minecraft zu Ende. Alter, was ist denn das für ne Scheiße? Oh ja. Macht er jetzt echt, ne? Wow. Oh ne, jetzt bombardiert er. Oh. Daneben. Daneben. Oh, der springt da doch runter. Das ist ja schon, eigentlich auch vom explodiert, wenn er unten ist. Nee, wenn's nicht unten ist. Oh, Yagelga ist tot. Er ist tot. Jetzt bauen sich hier schon einen Kasten. Was sieht denn unten aus? Wann werden hier die Mitte tippet? Tischkante baut schon, Käfig. Wo ist der Käfig? Ach, da oben. Äh. Ja, die ist auch tot. Oh, oh, oh. Was passiert dann? Nimm Aplasi. Nimm Aplasi. Ist noch Aplasi. Was macht er jetzt? Ich will eigentlich wissen, was da oben noch von Malito. Malito und TNT von oben. Und Überraschung, die, die auf Tech geschwitzt haben, gewinnen dann wahrscheinlich. Es explodiert einfach schnell Luft. Und? Oh, er ist runtergefallen. Aplasi, der muss einfach da bleiben. Für uns für den, weil er alleine ist. Jetzt bringt das zu Ende, sagt er. Wer denkt noch, Aplasi? Wenn da noch einer steht, das können die auch selber machen. Jetzt fände ich aber erst auf den Käfig. Oh, einer ist runtergefallen. Ins Wasser zum Glück für ihn. Ich bin bei Aplasi jetzt. Mal sehen, was da drin ist. Oh, der fahrt plötzlich vor. Käfig ist ready. Käfig. Ja, 4v1. Käfig. Chillig, chillig. Einfach alle nacheinander. Immer einzeln. Ja, genau, ne. Immer 1v1. Und zwischendurch aber healen. Ja. Und wir machen wie im alten Rogen ne Zuschauerabstimmung, ne. Daumen hoch und runter. Ja, ich bin dafür, dass, äh... Ja. Ja. Einer nach dem anderen. Das wäre zumindest mal fair. Also ich werde dafür. Ey, dieser Typ da oben ist ja echt der Wahnsinn. Und jetzt kommt nicht mal alles, DT. Hier ist es doch, der da. Oh Gott. Oh, jetzt ist er runtergesprungen. Oh, 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 oh. Und er ist tot. Das ist hart. Dass man bei 98% Wasser in der Arena das Worgel-Dach trifft, muss ich schon Götis begeben. Oh, der Käfig steht jetzt in der Mitte. Okay. Es gibt zwei Käfige. Locker, wenn die keine Wände bauen, die Leute springen ins Wasser und dann ab. Na, das wäre übel dumm. Die Rauten könnten sich ja quasi einfach schwachen. Sie müssten sich ja Plastik auf der Mühe bauen. Von dem anderen Typen. Ja, versteckt sich. Ja. Na, ganz ehrlich. Die können, also die zu viel, die kriegen den doch wohl. Ich wollte es schon selbst in den Käfig rein. Also wenn es so weiter geht, wird das noch ein sechstündiger Scream. Ja, dann auf Wiederholung oder so ein Scheiß. Der Geschleit... Also wenn das eine Wiederholung wird, gehe ich kotzen. Wir sollen einfach alle Zuschauer mitbadern lassen jetzt. Das ist doch lustig. Ja. Schlag's doch vor. Ja, jeder kriegt ein Gewehr. Und wir halten dann alle mal rein tüchtig. Oh, er bombardiert. Er bombardiert. Oha. Ja. Ja, ich würde an seiner Stelle sicher mal schnell mal hoch bauen, weil immer ein Schieke immer kommt. Egal. Kann ich auch einfach runterhauen. Oha, mit den Pistons. Oha, mit den Pistons. Das ist aber... Ich finde es geil. Ich feier das gerade. Das habe ich noch nie gesehen so. Ich bin ja auch noch nicht. Geiler Typ. 5 Minuten ist jetzt, sagen sie. 100 IQ Move. Ganz, ganz interessant. Das ist die Server-Laltung hoch 10. Bei VV-1 kein Käfig. Nein. Nein, hier geht einzeln rein. Oh, jetzt ist es knapp. Aber wenn er runter springt, ist die wahrscheinlich eh hoch, dass er ins Wasser geht. Oh, guck mal, die bauen da so nebeneinander. Oh, Mann. Oh, jetzt macht der IQ Move. Oh, 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 TNT. Jetzt muss er doch eigentlich nur rüber und das TNT zünden, dann hat er doch gewonnen. Oh ja, guck mal, jetzt muss er eigentlich nur zünden. Oh, jetzt hat er gerade selber gemerkt, dass es keine so gute Idee ist. Oh, oh, oh. Es kommt da wieder runter. Oh, jetzt hat er Logo und jetzt hat er verkackt. Jetzt, er kann eigentlich ins Wasser nur noch springen. Ne, er kann sich noch zur Seite wegbauen. Ja, zur Seite bauen, weil wenn der andere Typ runter springt, stirbt er ja auch so gut wie. Ich würde mich beeilen. Spring. Jetzt setzt MLG in der Mitte am besten noch so ein... Oh, oh, jetzt bombardiert er und jetzt springt er, jetzt muss er springen. Ja, das ist doof, jetzt muss er weg. Oh, und die anderen roten sind auch da jetzt seit dem Problem. Jetzt muss er weg, jetzt muss er sich beeilen, das schafft er nicht. Das ist das nicht. Okay, nee. Oh, 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 oh. Da kommen sie alle. Oh, jo, 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 jo. Ja, da hatte er eine... Ja, das war's. Alle mit den Spitzhacken hinter ihm her. Jetzt bau dich hoch, Mann, bau dich hoch! Schnell! It's over, Anakin! Bau dich hoch! Nein, oh, da ist er tot, da ist er tot, GG. Wir hatten alle für ihn gerade, oder? Ja, ja. Da hat er auch das komplett auf Tech geschwitzte War hier. So, Interstander hat die Fight Night gewonnen. Das war Rising Tides. YouTuber Events, genau. Das war, wie man 6 Stunden am Stück war, also das Lebensverschwendet. Ja, nächstes Mal dann Käfig, ja genau. One in the Chamber. Ja, aber in der T3FN dann bitte. Ja. Dann mach ich auch mit. So, ihr habt ihn gehört, Tischkante, mach mal. Ja, also wir sollten doch mal drauf hinweisen, am 6.6. und 5.6. ist auf PP dann ein T3 Fighter mit SFA's. Kann spannend werden. Kann spannend werden, ja. Wenn ihr noch Tech... Vielleicht gibt's was Neues, wahrscheinlich nicht. Ja. Wenn ihr Tech dafür braucht, fragt, ob ihr es bei Theater kriegt. Ja, genau. Also da machen wir nochmal einen Community-Post, dann sehen wir's die Menschen mehr. Dann könnt ihr auch alleine in die Viborgis fliegen auf Arena. Ja. Außer das meinen die dann nicht. Wer einen braucht, kann mich anschreiben. Auf Arena schon. Achso, ey, gut. Ja. Nur auf Event nicht, weil ich halt überall nicht streame. Oder aufhebe oder was. Wie gesagt, wer noch einen Kanal braucht, kann mich anschreiben. Ja. Disco vermietet jetzt Kanäle. Einfach nur so für Tech-Klau. Ja, aber es kostet Disco-Wüste pro Stunde. Das hast du privat ausgemacht. Okay, okay. Also schon mindestens 70% des FN-Gelds. Ist auch ne Option, ne? Und dann lässt du dich in Hype-Ticks bezahlen. Oh, Design-Contest. Ja, da stimmen wir doch mal ganz schnell für Disco ab. Also jetzt bitte alle für Disco abstimmen beim Design-Contest. Hummer. Ja. Alle? Alle, ja. Alle 17 Zuschauer, die wir noch haben. Alle 17 Zuschauer, stimmen jetzt bitte mal für Disco ab. Weil das Hummer-Gear von Disco ist natürlich das Beste, was es gibt. Genau. Ja, das seh ich auch so als unabhängiger, äh, Obachter. Ja. Mein Fußneige löst sich Hilfe. Danke, DE123. Das wollten wir jetzt alle wissen. So, dann, ähm, können wir mal ins Forum schauen. So, dass du außerdem einen Fuchsnagel hast? Ja. Der eine, der noch übrig ist. Ja. Wo ist denn die Abstimmung? Die ist doch gar nicht da. Ja, wir sollen ins Forum schauen. Update folgt noch heute, haben sie gesagt. Ja. Ja, also Leute, stimmt für Disco. Ja. Ist eigentlich Pflicht. Oh mein Gott. Ich schau jetzt erst wieder in den Chat rein. Ist es euer Ernst? Nee, das ist Vios Ernst. Naja, und Disco sind dank meins. Wow. Das ist das erste Mal, dass tatsächlich alle vier Leute, die den Forum YouTuber Rang haben, online sind. Ich bin jetzt die vier, die noch halten. Hallo, Struppel hat auch den YouTuber Rang. Ja, MCV auch noch und trotzdem. Du weißt, was ich meine. Aber Struppel ist... Okay. Ja. Mich macht mehr Abonnenten Minus als Disco. Ja. Struppel ist mit ab traurigsten. Ist voll schade. Er hat ja eigentlich ganz coole Videos gemacht. Ja, ich war am meisten nämlich drin. Ja, dafür, dass du so viel rumgefrontet hast... Irgendwie hin. Also Struppel. Also Struppel. Haben wir? Ja. Ihr habt ja die erste Folge von The Wargy Nachwuchs. Hälfte ist halt die Leute da fronten, andere Hälfte Struppel fronten. Irgendwann, mit was hab ich ihn gefrontet? Ja, die ganze Zeit so. Ja, wenn ihr jetzt so und so macht, dann habt ihr wenig. Schon mal die Qualität von Struppel. Ach, völlig. Ich war schon immer freundlich. Ja. Haben uns... Boah, die Schrubbelfahrts sind mittlerweile auch ins Netz geworden. So, meine Güte. Wollen wir noch was machen? Ich hoffe nicht. Ich will gegen den Chef kämpfen. Natürlich. Wir machen jetzt noch mindestens 6 Stunden weiter. Ich lässt Infraggear, möchte ich mir noch zeigen. Da war was. 24 Stunden Stream also. Alessium, was hast du gesagt? Infraggear. Oh, okay. Ja, okay, okay. Alessium, Infraggear. Das möchte ich jetzt einfach die Reaktion hören. Aber ich möchte mich erst mal hier an und abmoden. Okay. 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 Ja, Karl, du kommst aber nicht auf Weidbau. Hallo, meine Freunde. Das war das neue Splash1-Video. Schaltet auf den nächsten wieder ein, wenn es heißt, Wasserrutschen und Langeweile. Peace. Nee, nee. Langeweile gibt's hier. Motiviert auch eure Zuschauer, richtig? So, da hat man gleich wieder Bock. Langweilig, oh geil. Jetzt einfach hier nach meinen ganzen Stream anschauen. Also ich glaube, den Leuten kann ich echt nicht mehr helfen. Ich finde, der WGL-Stream war ganz nett, die anderen waren so mediocre. Der WGL-Stream war absolut kacke. Ich fand den cool. Wie hieß das? Fight Night nicht vergessen. Was? Ja, die andere. Wie hieß das Ding? Das sind Leute angemeldet, Anna. Infra... Infra-Gear-WTX1. Das könnte das sein. Das ist unser FN-Gerät. So, das kann ich mir das angucken. Es ist das beste WGL von allen. Warum nicht? Ganz ehrlich. Wo ist das? Ich muss mich kurz mal enden. Slash-Bau-At-Disco-Wüste. Ja, ich würde sagen, können wir den Stream auch beenden. Bist du Meini oder Kartenstelle? Meini. Okay. Also, auf alle. Meine Güte. Schaut bei Alessio vorbei, da kam mal Videos. Schaut bei Alessio vorbei, da kamen noch weniger Videos. Ja, wollten wir doch die Live-Reaction von Alessio hören. Und? Ich denke, der ist weg. Er kommt noch gar nicht wieder. Er hat doch gesagt, er macht so kurz seine Ahnung ab. Mord. Ja, nee. Sehe ich nicht dran. Dann nicht mehr im Stream. Dann nicht mehr im Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Respekt, wenn ihr überlebt habt. Ja, tschüri du an die 20 Zuschauer, die noch da sind. Tschüri. Mein Beileid. Ja. Ich will auf deinem Bau probieren. Ich will auf deinem Bau probieren. Ich will auf deinem Bau probieren.